Wie ihr ja wisst, bin ich Klaus. Also, vielleicht wisst ihr es auch nicht. Sondern denkt immer noch, dass ich... Also diese Drosten-Geschichte ist noch nicht vorbei. So viel ist schon mal klar. Ähm, wie auch immer. Der Aufwachen-Podcast, der wird präsentiert von... Philipp und... Okay, dann sag ich Jens. Sehr gut. Philipp und Jens. Was fehlt mir am meisten, ja, dass man auch mal woanders hingehen kann. Meinetwegen mal gemütlich einen Kaffee trinken oder so. Gut, kann man zu Hause auch, ne. Aber das ist doch alles ein bisschen schöner, ne. Wöchentlich ins Fitnessstudio gehen oder so Sport zusammen machen. Solche Sachen fehlen mir. Ich hab einen kleinen Neffen, das ist meine große Liebe. Den möchte ich so entkutschen und dann, wie das so ist, so richtig schön. Einmal darfst nicht, kannst nicht. Fehlt dir ganz toll. Mir fehlt der Kindergarten und meine Freunde, weil ich nicht mit denen spielen kann. Ich glaub, die Leute brauchen auch eine Perspektive, wo es hingeht. Weil ohne diese Perspektive, glaub ich, drehen die Leute auch irgendwann durch. Ja, deshalb ist es auch gut, so einen Fahrplan vorzulegen und bleibt wirklich nur zu hoffen, dass jetzt die Zahlen dann auch unten bleiben. Solange die Rate nicht abfällt, beziehungsweise wir noch nicht die entsprechenden Gesundheitsmeldungen wieder haben, also dass die Leute wieder genesen sind, die erkrankt waren, bringt das nichts. Sonst laufen wir auf eine zweite Welle zu und dann haben wir den ganzen Ärger verleuen. Aber schön finde ich zum Beispiel, dass ich zumindest mit meiner Familie ziemlich so zusammenrücke. Das finde ich cool. Das macht mir Spaß. Also meine Geburtstagsgäste haben teilweise abgesagt, aber es haben auch welche zugesagt. Wieder die eigentlich in Urlaub fahren wollten und nun nicht können. Also wenn man das mal so sieht. Also da hält sich die Waage sozusagen. Das hält sich die Waage. Das Problem ist bloß, hoffentlich macht die Gaststätte nicht zu. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Die Bayerischen Staatsidee und Glässe uns am ausgestreckten Abend verhungern. Die Kollegen drüben in Baden-Württemberg dürfen schon heute öffnen und wir schauen in die Röhre. Das ist für uns ein großes Ungegen. Viele Eltern hoffen darauf, dass Kitas und Kindergärten bald wieder öffnen und sie dann wieder arbeiten können. Geplant ist jedoch nur, die Notbetreuung auszuweiten. Wir glauben einfach, dass man auch den kleinen Kindern nicht zumuten kann, mit Mundschutz und ähnlichem zu leben oder zu arbeiten. Lässt du deine Kinder mit Mundschutz arbeiten, Stefan? Meine kleinen Kinder haben so niedliche Mundschütze. Das müsstet ihr mal sehen. Ich teile ja leider keine privaten Bilder, aber es ist zum Knutschen. Und ja, natürlich soll man den nicht abknutschen. Nur in der Familie. Aber können die arbeiten? Können die arbeiten? Klar arbeiten die. Sind die arbeitsfähig? Die Grundschüler sind zu Hause und die haben von mir die Arbeitsaufträge bekommen, weil ich sitze ja jetzt hier fünf Stunden und muss arbeiten. Super wichtige Sachen machen. Die Kinder lernen Selbstständigkeit. Abwaschen und so. Zum Beispiel. Ich habe gesagt, ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, Mittag essen. Aber ich will davon keine Nachwirkung sehen, wenn ich 15 Uhr hier aus dem Raum gehe. Nein, natürlich super locker. Ich habe meinen Teller gerade selbst stehen lassen. Die Wohnung sieht aus wie ein Schweinestall. Aber gut. Vielleicht hat unser anderer Gast. Hast du eine saubere Wohnung, Hans? Nö. Auch nicht? Nö. Wie geht es dir denn? Ich weiß nicht, ob man das Röcheln und das Husten schon gehört hat. Oder ob Stefan das jetzt in der Podcast-Version rausgenommen hat. Das war jetzt demonstrativ. Demonstrativ. Nein, also mir geht es inzwischen wieder gut. Ich hatte über Ostern ein wenig eine intensive Hustenphase, die nichts mit Corona zu tun hat. Seit wann weißt du das, dass sie nichts damit zu tun hat? Was sagt dein Test? Was sagt dein Test? Der Test. Es ist eine Art Logik-Test, da es sich um einen Husten handelt, der aus einer Bronchialverschleimung herrührt. Ach, Schleim. Genau. Die sich seit September letzten Jahres entwickelt hatte. Dann wäre ich Patient Null bei Corona, wenn das Corona wäre. Naja, es könnte ja ein anderes Corona sein. Wir wissen ja, es gibt ja Covid-19. Das heißt, der Covid-19-Folks könnte eine andere Arzt in Covid sein. Ja, ich bin ja. Kellyanne Conway. Wenn sie sich nochmal richtig ordentlich blamieren wollte, hat sie das da geschafft. It's Covid-19, folks. Aber apropos Schleim. Ich, äh, vor meinem geistigen Auge, sehe ich. Ja, ich sehe viele alte Leute auf der Straße, äh, so rumhusten, also vor meinem geistigen Auge, ne? Ich erzähle jetzt nichts, was ich erlebt habe, sondern nur, wie ich es mir vorstelle. Sehr viele alte Menschen laufen über die Straße, husten, dann kommt so ein richtiger Fladenflatscher platz. Dann denken sie sich so, geil, Schleim. Es ist kein trockener Husten, ne? So große Erleichterung durch Schleimabsonderungen in der Öffentlichkeit. Ja. Können wir mal über die Öffentlichkeit reden? Die Öffentlichkeit. Ich bin am Sonntag durch Mitte und Prenzlauberg geradelt und auch mit dem E-Auto ein bisschen gefahren. Es kam mir so voll, als ob es ganz normaler Sonntag in Deutschland wäre. Also zumindest in Berlin. Ich weiß nicht, wie es in Frankfurt ist oder in deiner Gegend, Hans. Mir macht das Sorgen. Ja, es wird sehr, sehr locker gesehen. Ja, ich meine, es gibt jetzt schon, muss man echt mal sagen, also die Robert-Koch-Instituts-Covid-19-Dashboard-Landkreisaufschlüsselung ist doch sehr interessant, muss ich mal sagen. Es gibt jetzt schon etliche Landkreise, die seit zwei, drei Wochen kein einzigen Corona-Feld mehr verzeichnen. Selbst Frankfurt ist in den Verbreitungsgebieten, also immer natürlich auf 100.000 Einwohner gewichtet. Ja, es ist jetzt nicht absolute Zahl, weil es ist ja eine dichte Gegend hier. Top 20, aber auch Frankfurt hat seit zwei Tagen, seit drei Tagen außer Meldevorzug keine neuen Corona-Fälle. Also ich, klar kann man das jetzt noch zwei Wochen machen, um sozusagen eine Sicherheit zu gewinnen. Aber wenn das Leben gerade an, also gerade an der frischen Luft jetzt im Frühling so ein bisschen auflebt, das finde ich schon gar nicht so schlecht. Es geht hier nicht um die frische Luft, es geht um die Menschenmassen, die sich an Ampeln, Kreuzungen, irgendwelchen anderen möglichen Stellen einfach sammeln und das wird dann nicht beachtet, sondern schon so darüber gelacht und so weiter und so fort. Ja, ich bin nicht ganz so kritisch. Ja, also ich sehe es ja, wir haben ja so eine Art Logenbalkon hier, eine größere Kreuz... Ja, genau, wir fiedeln den Menschen zu, die im Gesundheitswesen arbeiten. Nein, man sieht so ein bisschen ganz gut, was hier in den Straßen und Plätzen ringsum passiert. Und das ist schon so, wie Thilo es beschreibt, vor allem jüngere Menschen und gerne auch welche mittelalte Menschen, wo man Migrationshintergrund aus der Ferne mutmaßen darf, die haben durchaus das übliche Kommunikationsverhalten. Also eng beieinander gehen, stehen, sitzen... Keine Masken oder was? Ich trage seit einer Woche Maske beim Einkaufen und so weiter. Ich sehe eine andere Maske pro Supermarkt. In Frankfurt geht es so ein bisschen mit den Masken. Ja, das hängt jetzt so ein bisschen von den Supermärkten ab. Es gibt bei uns auch welche, also da wo ich meistens hingehe, ist es so, dass dann schon so ein freundlicher Guard am Eingang steht und der guckt einen an mit diesem Blick, na, wo ist denn deine Maske? Und schon setzt man sie auf. Also es ist so durchwachsen, aber im Grunde muss man Menschen dauernd darauf hinweisen und sagen, ja, auch wenn du denkst, du hast es nicht, erstens, du weißt nicht, ob du es hast oder nicht. Ich sage mal so, niemand würde in einem Auto über eine Straße fahren, wo man nicht weiß, liegt die irgendwie unter Scharfschützenbeschuss. Ja, das ist, selbst wenn da zwei Wochen lang niemand abgeschossen wurde, vielleicht ist oben in den Felsen, ist eben doch einer. Und wenn du Pech hast, erwischt es dich. Also verhalte dich gefälligst so, als sei da einer. Scharfschütz. Das ist ein krasses Bild hier so. Ja, ja, das ist, nein, das Bild kommt daher, weil ich das erlebt habe. Das habe ich erlebt in Somalia und das habe ich auch... Spezialerfahrung. Wurde es mit scharfer Munition beschossen? Es war so, dass es mal so eine Ministerreise gab und dann sollte vom Flughafen von Mogadischu aus ein Termin in der Stadt stattfinden. Und dann wurde gesagt von der sogenannten Sicherheit, die da immer Vorkommande macht und sagt, nee, wir können nicht in die Stadt reinfahren, weil da gibt es eine Straße und so einen Kreisel, wo die langsam fahren müssen. Und da wissen wir im Moment nicht, ob die unter Scharfschützenbeschuss liegt. Das war die letzten zwei Wochen nicht, aber im Moment wissen wir es nicht. Und deswegen, sehr verehrter Herr Minister, Sie sind den ganzen Weg von Deutschland gekommen, aber den Termin in der Stadt schminken Sie sich mal ab. Aber den gab es dann am Flughafen, oder was? Den gab es am Flughafen. Ja, aber es geht einfach um dieses... Habt ihr den Teppich trotzdem bekommen? Das war eine andere Reise, da war ich Gott sei Dank nicht dabei. Aber du hast schon recht, es war derselbe Minister. Aber nein, einfach der Gedanke zu sein, ich weiß es auch von Freunden aus Ex-Jugoslawien, wo ja auch die sogenannten Sniper während der Jugoslawien-Kriege sozusagen ihr Wesen oder Unwesen trieben. In jedem Krieg. Wie in jedem Krieg, aber da ganz besonders und auch in Nordsyrien, du musst dich in bestimmten Situationen, wo du nicht siehst, ob da jemand auf dich zielt, musst du erstmal davon ausgehen, dass da einer ist. Und das in einer etwas milderen Form, finde ich, ist so die Struktur von Verhaltensweise, die ich mir jedenfalls bei Corona auferlegt habe und von anderen auch wünsche. Ich habe mal geguckt hier, Hessen hat 117 Fälle pro 100.000, Bayern 298 und Mecklenburg-Vorpommern, Hans, was glaubst du? 71. 41. Das ist dann noch besser. Ja, zwischen Bayern und Mecklenburg-Vorpommern liegt der Faktor höher als sieben, gewichtet nach Einwohnernzahl. Es ist mir völlig unverständlich, wie wir jetzt immer noch in der Diskussion sind, ob irgendwelche Kitas aufmachen, weil es nur eine gesamtdeutsche Lösung geben darf in Mecklenburg-Vorpommern. Ich verstehe nicht, warum da nicht ganz normaler Schulbetrieb und Kindergarten ist. Ja, weil wir keine Kinder haben. Ja gut, das kann natürlich. In Mecklenburg-Vorpommern hat man das Problem, dass da tatsächlich die Älteren noch überhaupt gar nicht fast null durchseucht sind. Das ist da ein reines Spektakel der 35- bis 60-Jährigen. Und wir wissen von Drosten, und die Zahl hat er gestern explizit, ganz deutlich, so mit Kommastelle genannt, 43,6 Prozent bleiben absolut symptomfrei, sind fünf Tage lang infektiös, hauen das Zeug raus und kriegen es niemals mit, dass sie es hatten. Also, deren sich die Alten schützen, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Aber die Kinder können da ruhig mal wieder in die Schule gehen, denke ich. Ein bisschen Disziplin und Entlastung der Eltern ist da wirklich mal angebracht. Dein Mantra, beziehungsweise worauf du seit Jahren darauf hinweist, ist in Mecklenburg-Vorpommern allgegenwärtig, das Alter. Die Hälfte der LehrerInnen in Mecklenburg-Vorpommern ist über 55. Ja, die dürfen natürlich nicht in die Schule. Risikogruppen dürfen jetzt nicht in die Schule, aber alle anderen, also man kann schon bei Mecklenburg-Vorpommern so ein bisschen, da gibt es Landkreise, da gibt es einfach keinen, selbst in Jena, die haben ja die Maskenpflicht eingeführt vor 14 Tagen. Ich habe auf Twitter kurz und so, ich weiß, Kausalität, Korrelation und so weiter, aber auch in Jena gab es jetzt seit 15 Tagen keinen neuen Covid-Nachweis. Ich finde, da muss man jetzt nicht Bayern immer als Maßstab nehmen, sondern da kann man uns in Jena auch mal wieder ein bisschen mit Maskenpflicht dann auch drei Stunden am Tag Schule machen oder so, keine Ahnung. Ich habe es jetzt nicht mitgebracht, aber bei uns hier im Kreiskrankenhaus, wo ich geboren wurde, liegen gerade zwei auf Intensivstation wegen Corona und einer ist gestorben. Also es ist schon, ist denn schon da. Ja, es ist da, klar, aber ja. Also das hat dann in dem Umkreis meiner Familie und so weiter dann die gleiche Wirkung, als ob da zehn auf der Intensivstation liegen würden und zehn gestorben wären. Solange es irgendeinen gibt, ist die Angst noch da und ich finde das gar nicht schlecht. Ja, aber man kann ja jetzt die Leute, die Angst haben, also man kann ja das große Prinzip der Freiwilligkeit mal gewähren lassen unter Maskenpflicht. Da geht Bayern jetzt voran, das finde ich wieder mal sehr gut. In Bayern ist es aber auch super nötig. In Bayern ist es einfach ein Hotspot, Baden-Württemberg auch. NRW auch? Nein, nicht ganz so sehr. NRW, man muss ja immer, ich verstehe auch die Diskussion jetzt so insgesamt nicht, alle sind jetzt auf so einem Trip, Merkel hat recht, wir könnten das Virus ausrotten. Ich meine, da sind wir ganz weit entfernt, aber flatten the curve ist nun mal spektakulär gut gelungen. Und dass in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel nicht das Gesundheitsamt die fünf, sechs, vier Fälle pro Tag nachvollziehen kann, das kann mir auch keiner erklären. Also da könnte man ruhig mal ein paar unterschiedliche Strategien wählen. Berlin ist natürlich so ein gewisser Wortspot. Wohin sind wir Tests? Ja, aber auch bei den Tests, es gibt jetzt, also für Mecklenburg-Vorpommern gäbe es nicht zu wenig Tests. Du hast einen Fall, brauchst 100 Tests um die Kontaktleute. Ich meine, 100 ist da schon extrem. Als ich Merz verabschiedet habe, ich wurde Covid-positiv gemeldet, hat er 80 Namen auf die Liste geschrieben. Und ich nehme mal an, das ist schon ein ziemlicher Ausreißer nach oben, dass man so 80 Leute trifft. Wahrscheinlich so eine Rede gehalten und alle klemmten so unter ihm ja und wollten genau hören, was er zu sagen hat. Glaubst du, der hält Reden vor nur 80 Leuten? Ja klar. Naja, keine Ahnung, vielleicht ist 80 auch sein Dinner gewesen oder so. Er hat 80 Leute ans Gesundheitsamt gemeldet, die dann abtelefonieren mussten. Wenn das jeder machen würde, wäre es natürlich krass mit einer Fallverfolgung. Aber ich nehme mal an, in Mecklenburg-Vorpommern so zehn Namen oder so. Also die Diskussion ist ja auch da und sie ist richtig so. Wir haben ja im Grunde erst mal nur Zeit gekauft. Das, was da Mitte März beschlossen wurde, war das 23. Das war nichts anderes als ein Zeitkaufen, dass man sagt, wir stehen hier. Ja, natürlich sehr teuer. Aber da wir im Moment im Grunde gar keinen Durchblick haben, wie gefährlich ist das, wo ist es überall schon angekommen, wie durchseucht ist es und so. Dann kannst du entweder sagen, solange wir nichts machen oder nichts genaues wissen, machen wir nichts. Das ist die Strategie, die lange Zeit in England und New York gefahren würde. Oder du sagst, solange wir nichts wissen, machen wir diese Sniper-Strategie und sagen, wir tun es erst mal so, als hätten es alle. Und in der Zeit, wo wir jetzt sagen, Schluss, aus, keiner geht raus, versuchen wir voranzutreiben, mehr Kenntnis zu erwerben. Und das passiert jetzt. Und je mehr wir wissen und erfahren, auch von sowohl innerdeutsch repräsentativen Untersuchungen, lokale Untersuchungen, also auch von außen rein, China und so weiter, desto mehr, desto näher kommen wir doch auch hier in einer differenzierten Lösung. Du kannst in Deutschland und ich glaube deswegen, dass worüber wir uns ein Stück weit zurecht beklagen, von hinten betrachtet kann man sagen, liebe Güte, kann man ein ganzes Land einen Monat lang stilllegen, Bruttoinlandsprodukt auf die Hälfte absenken, dafür, dass es am Ende vielleicht ein paar hundert nur waren oder so. So, ich glaube eben einfach, wenn man das nicht gemacht hätte, willst du das Risiko eingehen und sagen, ja, hätten wir es laufen lassen, wäre es ein paar tausend gewesen, so what. Ich habe jetzt Christian Lindner nicht an der Strippe, sorry. Wir gucken es im Detail in ein paar ausgewählten Clips, wie wir das für gewöhnlich machen. Die Frage ist, womit fangen wir an? Ich hätte ein bisschen was Lustiges. Hast du was? Was Lustiges? Hast du deine Koronologie oder was? Nicht ganz, ich habe mal thematisch geordnet. Masken, welche Experten beraten eigentlich wen, vor allem uns zu Hause über die Abendnachrichten, wer trägt eigentlich Verantwortung und so, so in die Richtung. Ich habe mal ein bisschen Kleinkram, wollen wir mit dem mal anfangen? Mach mal. Der Begriff der Charaktermaske bekommt auch eine völlig neue Bedeutung. Die Charaktermaske. Ich möchte jetzt mal von unserem Fernsehkritiker Stefan erklärt bekommen, warum ein Denunziantenbeitrag folgendermaßen bebildet wurde. Ja, triggere mich noch nicht durch. Ich könnte schon wieder kotzen, wenn ich Denunzianten höre. Vielleicht bin ich ja der Einzige, der sich so wundert, wie kann man denn das so darstellen. Okay, let's go. Zeiten der gesellschaftlichen Einschränkung lassen ihn aufleben. Den selbsternannten Ordnungshüter. Wenn vieles nicht mehr erlaubt ist, fühlt er sich berufen, das Einhalten der Gebote und Verordnungen zu kontrollieren. Er beäugt seine Mitbürger. Ich nehme an, das ist gestellt, das ist ein Mitarbeiter vom NDR gewesen? Nein, nein, die haben gefragt, gibt es irgendeinen Denunzianten, der sich gern selbst mal öffentlich denunzieren würde? Dann haben sich ganz viele gemeldet und dann haben sie den Denunzianten ähnlichsten ausgewählt. Den spitzen Denunzianten. Den schönsten Denunzianten. Was ich toll fand, er hat in der linken Hand ein Handy und in der rechten Hand einen Stift. Und versucht dann mit seinem Stift auf dem Handy zu schreiben. Und dass es nicht geht, regt ihn auch noch maßlos auf. Ja, da hat er gleich bei der Polizei angerufen. Jetzt denkst du, ist denn so ein Innenminister, der für die Polizei verantwortlich ist, nicht glücklich über diese Denunzianten? Eigentlich schon, außer wenn eine Kamera da ist. Das Denunziantentum, was zum Teil in der Tat stattfindet, macht mich sehr traurig. Macht nicht nur Angst, sondern macht mich auch sehr traurig. Ja, ist klar. Ja, das wurde auch nicht begründet. Macht ihn traurig. Die meisten Polizeiaussagen sind so, ja, das sind doch eigentlich auch ganz sinnvolle Anzeigen und so weiter. Und das hat jetzt eh wieder abgenommen. Aber so die erste Woche, da wollte jeder mal ein bisschen Verordnung sorgen. Wisst ihr, wer die meisten Anzeigen bekommen hat von diesen öffentlichen Figuren? Jens Spahn. Wegen der Szene der Fahrstuhl? Wir kommen aufs Detail zurück. Ja, nicht nur die. Es gibt noch ein paar andere lustige. Aber die vor allem, die Fahrstuhlszene hier. Also, wir machen mal ein bisschen hier, wie es unseren Alten und so weiter geht. Unter anderem in Niedersachsen, der Geburtsheimat von Hans Jessen. Da geht es denen gut, Hans. Ja. In Pflegeheimen, wenn du in einem Pflegeheim in Niedersachsen bist, kann es passieren, dass du morgens aufwachst, weil die Filler... Nein, Hans, das ist ein zu dunkler Witz. Wir müssen den nochmal abschwächen. Also, pass auf, du wachst morgens auf und plötzlich gibt es um 8 Uhr Frühstück. Mittagessen, weil es gibt nur noch den einen Pfleger. Alle anderen sind gestorben. Sagst du, lass mal lieber mal die jungen Leute sterben und du musst schon um 8 Uhr Mittagessen. Stell dir das mal vor. Okay, weiter im Text. 8 Uhr morgens Mittagessen auf einmal ist auf der Straße Musik. NDR Radio Philharmonie spielt vor Pflegeheimen. Liebe Bewohner hier vom Nikolai-Stift, die NDR Radio Philharmonie sendet Ihnen schöne Ostergrüße, wünscht Ihnen viel Gesundheit, alles Gute für diese schwere Zeit. Eine Viertelstunde klassisches Konzert für vier Alten- und Pflegeheime in Hannover und die Senioren sind dankbar für die wohltuende Abwechslung. Wir sehen viele fröhliche Gesichter. Ich denke mal, die haben Spaß daran, mal wieder Live-Musik zu hören und nicht mehr auf dem Fernsehen. Und ja, wir fühlen uns dabei gut und tun was für andere. Übrigens auch für die auf der anderen Straßenseite. Ja, ich wollte gerade sagen, supergeile Aktion, aber kein Wunder, der Typ heißt Stefan Schulz, der das initiiert hat. Und der sieht auch so aus. Was? Oh, das weiß ich nicht mehr. Also, falls ihr euch jemals vorstellen wollt, wie ein Orchesterleiter aussieht, der Stefan Schulz heißt, er sieht genau so aus. Warte mal, muss ich dann. Ja, guter Typ, gute Aktion, spektakulär. Wir sehen viele fröhliche Gesichter. Ich denke mal, die haben Spaß. Bisschen wenig Haare, ein bisschen wenig Haare, aber ansonsten kann man machen. Na gut, relativ, relativ. Ein guter Typ, finde ich natürlich spektakulär. Ich bin dran, mal wieder Live-Musik zu hören und nicht mehr auf dem Fernsehen. Und ja, wir fühlen uns dabei gut und tun was für andere. Übrigens auch für die auf der anderen Straßenseite. Er spielt Posaune. Kannst du das auch? Ja, das brauchst du ja im Posaune. Rein pusten, ja. Ich hab schon mal einen Ton rausgekriegt, sagen wir es mal so, aus so einer Posaune. Das ist gar nicht so einfach. Da hab ich gewohnt in Hannover. Wo hast du gewohnt? Da in Hannover, was wir gerade gesehen haben, das Haus? Im Pflegeheim? Ja, das muss jetzt kommen. Nein, da in dieser Straße, wo dieses Pflegeheim ist. Das hast du mal gewohnt. War einer Mann. Deutschland ist so klein. Sag doch mal die Straße. Wir haben doch jetzt bestimmt einen Hörer, der da wohnt hat. Bödecker Straße. Ja. Ich versuche jeden Podcast hier die Leute drauf zu sensibilisieren. Deutschland ist so riesig. Klein. Und dann kommen immer diese Anekdoten von der Hans, wo es heißt, Deutschland ist so klein. Nee, ist es gar nicht. Es ist so riesig. Aber du warst ja fast überall, ja. Ich war schon fast überall. Ich konnte dir auch was drüber sagen, dass das Radiosinfonieorchester, hieß das so, Jan? Radiosinfonieorchester. Hatte früher einen anderen Namen. Das war nämlich das Rundfunkorchester Hannover. Das ist ein Klangkörper des NDR. Ja, andere Frage noch zum Orchester. Wenn jetzt da so ein alter verknatzter Opa wie ich, stell mir das so vor, in 50 Jahren, runterbrüllt, bitte keine Blamu. Könnten die dann auch mit was anderem reden? Ja. Okay, das ist gut. Das war jetzt offenbar nur ein Bläserquartett oder sowas, die die da gemacht haben. Die können auch richtig Musik. Die spielen Opern, klassische Konzerte. Also das ist ja ein symphonisches Orchester. Die können alles. Merke ich mir. Wir waren jetzt bei einer klassischen Kulturvariante in diesem Podcast. Wir kommen jetzt zum Gott, zur Kirche, in Stephans Wahlheimat, werden Online-Gottesdienste veranstaltet. Das ist jetzt an sich nichts Neues, aber es ist besonders lustig, wenn ein Pfarrer das macht, der sich dagegen jahrelang gewehrt hat. Für mich ist es ganz toll zu sehen, dass die Kirche im Fernsehen ist, wir dort gucken können, unsere Kirche. Man fühlt sich total verbunden mit der Kirche, weil man weiß, das ist meine Kirche, da bin ich schon gewesen. Und genau das ist es, was Pfarrer Martin Diehl möchte, für seine Gemeinde da sein. Er selbst sagt, es gebe natürlich viel professionellere Fernsehgottesdienste, aber darauf komme es ja eigentlich auch gar nicht an. Und so lässt Diehl sich jetzt seit einigen Wochen filmen, um seinen Kirchenmitgliedern gerade jetzt Mut machen zu können. Ursprünglich dachte ich, sowas will ich nie, weil ich finde, zum Gottesdienst gehört die Gemeinde und der gemeinsame Gesang und dass wir uns an den Händen nehmen und dass wir uns begrüßen und verabschieden und das alles fehlt. Aber ich bin erstaunt, wie gut das doch geht. Hunderte, wirklich Hunderte von WhatsApp-Nachrichten und Mails voller Dankbarkeit von Menschen, die ich sonst hier in der Kirche eigentlich auch so gut wie nie sehe. Also das spricht nochmal eine ganz neue Zielgruppe an. Okay, da will ich einiges sagen. Darf ich? Ja, bitte. Punkt Nummer eins. Meine Arbeitshypothese für das ganze Zeug, was hier so stattfindet, ist ja gerade auch, die Bundesregierung überlegt bei allen Dingern immer auch, wenn wir das jetzt einführen, wie kriegen wir das wieder weg? Weil Maskenpflicht, da kann man sich ja auch ein bisschen drunter vorstellen, die deutsche Regierung will eigentlich nicht, dass wir alle mit Masken rumrennen und nicht mehr erkennbar sind für irgendwelche Kameras und so weiter. Ja, deswegen glaube ich, zögern sie da so ein bisschen. Bei diesen Gottesdiensten. Die ganze Prämisse ist falsch. Hast du KenFM nicht gesehen? Die führen das ein, um das für immer. Achso, ja, okay. Super halt. Dann haben wir leider. Das ist doch gerade, das ist doch gerade, Stefan. Achso, wir sollen jetzt alle mit Masken rumrennen für immer. Achso, ich dachte, ich habe das in Berlin-Südkreuz irgendwie anders verstanden. Na gut, okay, okay, okay. Zweiter Punkt, zweiter Punkt, viele Sachen bleiben ja tatsächlich lange, ja. Also alle Unis verwandeln sich jetzt so ein bisschen in Fernunis und man fragt sich so ein bisschen, kann man das wieder zurückdrehen, ja. Und will man das eigentlich? Und dann stellt man so fest, nee, eigentlich nicht so unbedingt. Und was mir auch, weil er sagt, ja, das funktioniert erstaunlich gut. Ja, was funktioniert denn erstaunlich gut? Welches Erfolgskriterium hat er denn? Wie misst er denn seine Wirksamkeit? Über WhatsApp-Nachrichten, über Feedback. Also da muss ich sagen, nicht nur die Kirchen freuen sich gerade, dass es besonders gut funktioniert, die Leute zu Hause zu erreichen, sondern erstaunlicherweise haben diese ganzen Telefonumfrager gerade ein richtiges High, weil egal, wo die anrufen, die Leute, ich beantworte ihnen gerne Fragen. Geil, sie interessieren sich für mich? Stark, los, lassen sie uns ein bisschen quatschen und so. Ja, also in deren Sicht würde ich sagen, muss man das alles mal so ein bisschen abwarten, ja, wie man das nach einer Weile bewertet, dass es im ersten Monat natürlich ein tolles Erlebnis ist, finde ich gut, dass er das so fühlt. Ich glaube auch, ich glaube auch, das ist so eine typische Reaktion, selbst kennen wir ja auch, du startest einen Podcast, schickst das an deine Freunde und dann kommt er natürlich zurück, ja, ist doch toll, schön, freue ich mich. Und der Fahrer nimmt das dann so, oh geil, ich habe neue Kinder hier, geil, cool. Ja, in der Hinsicht, da muss man jetzt echt mal auf Zeit so ein bisschen das Ding und sich das beobachten, ne, weil, naja. Ja, und trotzdem glaube ich, trotzdem glaube ich, es stimmt, weil die Leute, die sich das jetzt, warum auch immer, angucken, weil ihnen langweilig ist oder sonst was, die wären sonst nicht in die Kirche gegangen. Die wären sonst von ihm nicht erreicht worden. So, und das, allein die Tatsache, dass er Menschen erreicht, wenn auch über den digitalen Fernweg, das ist für ihn natürlich eine geile Sache. Und in den USA, die großen Billy Graham, das war der große Fernsehprediger der 60er-Jahre oder so, also der hat die Kraft des Massenmediums damals schon richtig ausgenutzt. Und ich sage mal so, wenn davon was bleibt, für Menschen, die gottesdienstbedürftig sind, es gibt viele Ältere, die eigentlich nicht mehr mobil sind, wenn für die dann so ein Angebot da ist, in Zukunft sehr gerne, warum denn nicht? Ja, aber pass mal auf, so, also, also, du hast plötzlich das Internet dazwischen, ne? Man fragt sich so ein bisschen, hm, gestern war Erna hier, die hat mir von ihrem Pfarrer das mal gezeigt, das sah viel geiler aus, wieso gucke ich eigentlich meinen Gottesdienst? Das ist doch blöd, ja? Und ich würde sagen, so drei Jahre und hast genau die Monopolisierung wie bei allen anderen Internetphänomenen, ja? Man guckt morgens drei Stunden Netflix leer, denkt, ah, was guckst du denn jetzt? Da macht man den Pfarrer an, den alle empfehlen. Dann ist da ein Pfarrer, der hat eine Million Views und die anderen nichts. Ja, aber wenn es ein Professoren-Ranking gibt an der Uni, wo natürlich bei den gut gerankten Professoren auch die Leute zuhauf hin strömen, warum soll es da nicht ein Pfarrer-Ranking geben? Support your local pastor. Das ist doch nicht schlecht. Das Problem ist allerdings natürlich, wenn es Technikprobleme gibt, das kennen wir auch bei Podcasts oder bei neuen Sendungen, es muss mal ein bisschen immer gefriemelt werden und es wird nicht alles immer rechtzeitig fertig, das hatte auch die Kirche. Für alle ist die Zeit gerade eine echte Herausforderung, auch für Stefan Raub. Er filmt und schneidet die Gottesdienste und... Schon wieder ein Stefan. Das ist nicht mal leid. Alle Protagonisten haben bisher Stefans. Ja, aber er erklärt jetzt mal... Er erklärt mal seine Arbeit. Das hat dann beim ersten Mal auch etwas länger gedauert, als erwartet. Ich war eigentlich kurz vor Mitternacht fertig und dann gab es einen Fehler im System und der Computer hatte keine Lust mehr. Dann wird man nervös, dann guckt man auf die Uhr und dann hat gesagt, ich wollte eigentlich rechtzeitig fertig werden und morgens um Viertel nach fünf war es dann fertig. Jawohl. Und zwar nicht mal live, es ging nur um eine Aufzeichnung, das finde ich natürlich nicht gut. Ja, das war die Frühmesse dann. Aber fehlend System hätte aber sagen können, Gott hat dazwischen gefunkt. Stimmt, Gott wollte das nicht. Der hat das Signal nicht verstanden. Wir gehen mal wieder zurück nach Niedersachsen in Hans Geburtsheimat. Da habe ich einen Wirtschaftspsychologen gefunden, Hans. Den Uwe, den kennst du ja auch, ne? Du kennst ja alle, ne? Ja, natürlich. Den Uwe Canning, den kennt Stefan jetzt noch nicht. Und der erklärt uns jetzt mal, fand ich ganz gut, der war live in der Sendung, was eigentlich die Psychologie, was das Problem ist. Und das fände ich gar nicht so dumm, dass wir nicht Abstand halten können, beziehungsweise warum wir uns in der eigenen Umgebung, bei den eigenen Freunden und Bekannten an die Regeln halten, aber bei anonymen Personen nicht. Reden wir mal über Abstand halten. Mein Eindruck ist ja, dass die meisten sich eigentlich dran halten, die dies nicht tun. Was sind da die Gründe? Ich glaube, das zentrale Problem ist, dass man ja nicht sich selbst schützt, sondern man schützt andere Menschen. Und man schützt auch nicht Menschen, mit denen man unmittelbar zu tun hat, also die eigene Mutter, die eigene Oma, sondern man schützt irgendwelche abstrakten Menschen, die man gar nicht kennt. Wir wissen beispielsweise aus der Aggressionsforschung, dass es relativ leicht ist, aggressives Verhalten gegenüber Menschen zu zeigen, die anonym sind, die man auch gar nicht als Individuum wahrnimmt. Und das ist hier ein Problem. Ich muss also jemanden schützen, den ich nicht kenne. Es wäre viel leichter, wenn es plastischer werden würde. Wenn ich also beispielsweise mal in den Medien, auch seriös aufgebaut, Schicksale sehen würde, vielleicht von einem jungen Menschen, der jetzt eine Transplantation hatte und Angst hat um sein Leben oder eine Familie berichtet von der Oma, die gestorben ist, dann wird es einfach plastischer und dann sehe ich, wofür mache ich das eigentlich? Dann ist es nicht so abstrakt. Macht das Sinn? Nicht ganz. Die Gegenprobe stimmt nämlich nicht. Die Gewalt ist vor allem dann besonders krasse Brutal, wenn sie unter Leuten stattfindet, die sich kennen und zwar auch schon länger. Ja, das stimmt. Ja, das ist auf der, und zwar deswegen, weil sie sich kennen. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, das ist klar, wenn ich Menschen direkt kenne, da ist ein anderes Schutzbewusstsein und auch aus Gründen von Gemeinschaft, Gemeinschaft konstituiert sich ja immer real, da wird dieser Schutzwille, das Schutzbewusstsein aktiviert. Und das bedeutet aber, wenn diese Gemeinschaft derer, die sich kennen, nicht mehr gegeben ist, dann verschwindet das auch wieder. Das ist nicht so, dass ich das irgendwo abstrakt lerne. Oh Gott, die arme Oma ist jetzt gestorben und so. Da vorne steht auch eine neue Oma. Da bleibt wenig, da bleibt wenig von haften. Also diese Form von Übertragungslernen glaube ich nicht so sehr dran. Ja, weiß ich sowieso nicht. Das ist, ich hatte tagelang die Logik so verstanden, ich versuche meine, meinen Umkreis zu schützen, aber ich versuche mich vor denen zu schützen, die ich nicht kenne. Ach, das sollte man sowieso immer. Genau. Übrigens bei dem, was ist er, Wirtschaftspsychologe? Wirtschaftspsychologe, der Kai, hallo. Ja, ja. Uwe, Uwe war das, sorry. Ja, ja, ich habe die ganze Zeit mich gefragt, ob der jetzt Karl Lauterbachs Fliegen auftritt. Ja, ja, ja. Ich will euch noch eine Idee vorschlagen. Machen wir uns nicht lustig über das Aussehen. Nein, 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 nein. Außer wenn es geboten ist. Außer wenn es geboten ist. Also wir werden ja sehr lange mit Corona leben, weil auch die acht Fabriken für Impfstoffe, die Bill Gates jetzt baut, die brauchen ja eine Weile und so und vielleicht funktioniert es nie. Wir haben ja noch nie Impfstoff gegen, also Impfstoff schon, aber keine Impfung gegen Corona gefunden. Und es könnte ja sein, dass wir demnächst tatsächlich sagen müssen, tut uns leid, aber wir müssen zurück in den Nationalstaat, Grenzen zu, alle Grenzüberschritte, 14 Tage Quarantäne und so weiter und so fort, weil das Deutsche Gesundheitsamt endet nun mal da, wo es endet und so. Und dann haben wir wieder so eine Art von Volkssolidarität, wie wir es eigentlich auch bisher nur der AfD untergeschoben haben, als Wunsch und Wille und Vorstellung, aber wir brauchen es dann sozusagen als Notwendigkeit und diese App zum Beispiel, die dann auch so einen nationalen Charakter bekommt, weil es wird natürlich über deutsche Ärzte, deutsche Gesundheitsämter, deutsche Ministerpräsidenten und so weiter alles reguliert, dann hätten wir quasi, wie Linus Neumann das richtig beschrieb, so eine Nächstenliebe-App. Sie schützt nicht dich und nicht die Nächsten, weil du hast ja schon infiziert, aber dann die Dritten, die werden dann geschützt vor dir, weil alle anderen gehen in Quarantäne. Also man benutzt es quasi nur, um dem eigenen Volk zu helfen. Also wir werden so eine neue Volkstümlichkeit schon bekommen, die nächsten zwei Jahre, glaube ich. Und die wieder abzuschütteln, wird dann auch erstmal schwer. Was ich mich noch frage, warum man das noch nicht richtig gamifiziert? Es geht ja um Zahlen und Spiel, man kann ja durchaus, also gerade die letzten Wochen, die letzten fünf Wochen Lockdown, kann man ja durchaus mal die RKI-Zahlen nehmen und sagen, wie liegen wir denn im Spiel, ja? Das wundert mich noch ein bisschen. Aber diesen volkstümlichen Charakter, den werden wir da, der wird uns noch ordentlich einprogrammiert in diese ganze, diesen ganzen, wie es weitergeht. Ja, der kann aber auch einen sehr unterschiedlichen Verlauf nehmen. Also was wir im Moment in den USA erleben, so eine Art Corona-Bürgerkrieg. Die Bürger, die sagen, wir lassen uns doch hier von irgendwelchen demokratischen Gouverneuren nichts vorschreiben, wir gehen raus. Und dann sind es wirklich Menschen, die sagen, das ist mein Risiko. Dann gehe ich eben, ich will Menschen umarmen, ich will sie küssen und wenn ich davon krank werde, ist das mein Risiko, ist das meine Entscheidung, dass ich bereit bin, krank zu werden und das bei Nachbarn ganz genauso, lasst mich doch damit in Frieden. Das ist eine Art egoistischer Nationalismus oder Sozialgemeinschafts-Impetus, der ist ein bisschen unterhalb der Ebene des Nationalstaates, aber diese exklusive Form von Gemeinschaft, die sagt, wir sind wir und wir machen das so, wie wir es machen wollen und alles andere leckt mich doch am Arsch. Das kann, also das passiert in den USA offenbar jetzt schon und das wird in der einen oder anderen Form bei uns auch durchschlagen. Das ist die Weiterentwicklung von Artikel 2 der US-Verfassung, Waffenrecht, Hans. Ja. Jeder hat das Recht, eine Waffe zu tragen. Jeder hat das Recht zu tun und zu lassen, was er will. Unter anderem Waffen tragen oder halt Viren in die Öffentlichkeit. Ja, jeder hat das Recht, eine Waffe zu schränken. Ja, ich kann mir in Deutschland jedenfalls gut vorstellen, dass wir in so Landkreisen wie Jena, die dann irgendwann feststellen, wir sind jetzt drei Wochen frei. Also wir könnten sozusagen in Jena normales Leben machen, wenn wir nur die drei Zugangsstraßen und Jena liegt in einem Tal, ja, da kann man das managen. Sind sie bereit, dort Polizei aufzustellen, die allen sagt, die nicht mit dem Jena-Kennzeichen rumfahren, 14 Tage Quarantäne? Überleg dir genau, ob es sich lohnt, nach Jena zu fahren oder nicht. Macht gleich Bundeswehr, macht gleich Bundeswehr. Ja, ich bin da mal gespannt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es so einen neuen Regionalismus gibt, wenn man nur die Zahlen ordentlich präsentiert. Ja, also wenn man wirklich so ein Gamification-Landkreis gegen Landkreis draus macht. Vor zwei Wochen hast du noch gelacht, wie Meckbomben das macht und jetzt, ne, auch so Grenzen zu. Ne, ich hab nicht drüber gelacht, ich fand das damals schon gut, ich fand es nur übertrieben umgesetzt, weil Mecklenburg-Vorpommern muss man nun auch mal durchfahren, wenn man nach Berlin will, irgendwie und man kommt aus dem Norden. Manchmal liegt es halt auf dem Weg, ja, dann machen die halt diese Ansage, du darfst tanken, aber keine Bratwurst kaufen und so. Das finde ich natürlich, nö, aber ich meine. Wo aus dem Norden musst du durch Meckbomben durchfahren? Von Kiel oder so, keine Ahnung, irgendwelche Wege durch Mecklenburg-Vorpommern. Und der Daniel Buß wollte irgendwie durch Meckbomben nach Berlin fahren, keine Ahnung. Okay, verstehe. Wenn Stefan aus seiner Zweitwohnung von Rügen nach Berlin, nach Frankfurt will. Rügen ist ja Meckbomben, oder nicht? Richtig. Ich guck mir jetzt die Deutschlandkarte an. Also, wenn ich nach Berlin will und ich komme aus Kiel, ja, muss ich durch Mecklenburg-Vorpommern fahren? Na, du musst nicht. Ja, ich kann natürlich auch untenrum fahren, aber es ist halt dann schon ein paar hundert Kilometer länger. Nee, du kannst über Hamburg, Niedersachsen. Hamburg, Niedersachsen. Das geht schon. Na gut. Bist du auch da. Aber ihr wisst, welche Geschichte ich meine, die von Daniel Buß. Ja. Okay, gut. Gut, wir gehen mal jetzt auch nach RMV. Jetzt ist nicht alles lustig. Ich fand mal interessant, was ein Hausarzt sagt. Der macht sich nämlich Sorgen, dass die Leute nicht mehr verarschen. Der Fall der Patienten, die überhaupt kommen, hat sich ohnehin halbiert. Sodass sich für mich manchmal die Frage stellt, sind unsere Patienten ausreichend versorgt oder kann dadurch doch schneller irgendwas übersehen werden, was man sonst hätte rechtzeitig in die entsprechenden Wege leiten können. Das ist so meine Sorge, die ich manchmal habe. Und auch so melden sich meine Patienten rechtzeitig bei mir. Wer Beschwerden hat, wird vom Doktor weiterhin untersucht. Hauptsächlich beschränken wir uns zurzeit auf die Akutversorgung unserer Patienten. Trotz alledem halten wir während der Sprechstundenzeiten eine ärztliche und pflegerische oder schwesterliche Bereitschaft vor Ort vor, sodass wir jederzeit für die Patienten als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Das finde ich unbedenklich, wenn die Hälfte der Kundschaft in Anführungsstrichen ausbleibt. Also nach meiner Rechnung, Rentnerrepublik und so weiter, haben wir derzeit mehr Herzinfarkt-Tote, die ganz sicher zu verhindern gewesen wären, als Corona-Tote. Weil die Leute gehen nicht mehr zum Arzt. Ja gut, aber wenn du einen Herzinfarkt hast, dann gehst du wahrscheinlich zum Arzt. Nee, es gehen nur noch halb so viele. Die Anzahl der Menschen, die mit Herzinfarkt in der Klinik landen, weil sie zur Klinik fahren und dort dann festgestellt wird, oh, wir sollten aber echt mal jetzt hier Intensivzimmer ist frei, ist um die Hälfte gesunken. Und wir reden hier von 12.000, 13.000 Menschen aufs Jahr hochgerechnet, die dann einfach nicht mit einem Herzinfarkt zum Arzt gehen und zu Hause sterben, weil sie das Risiko unterschätzen oder das Risiko überschätzen, Corona in der Klinik zu bekommen. Also ich glaube, wir werden mehr Herzinfarkt-Tote, die zu verhindern gewesen werden, haben am Ende als Corona-Tote. Ja, das kannst du aber nicht aufrechnen gegeneinander. Nee, will ich gar nicht. Ich wollte nur mal anmerken, es gibt nicht nur Corona in Deutschland. Also es sind krasse, krasse Werte mittlerweile. Ja, ja, völlig klar. Und es gibt nicht nur Todesfälle, sondern, also was wir jetzt erleben, ist ein so tiefer Eingriff in das System sozialer Verhaltensweisen. Da werden wir noch relativ lange im Detail dran rumarbeiten. Wie machen wir es denn vernünftig? So eine der Gaga-Diskussionen, die ja geführt wird, ist, ja, warum machen wir das nicht so wie die Koreaner oder wie die Menschen in Hongkong oder so? Da wird gesagt, Maske und Wupp haben sie alle eine Maske auf. Da halten sich alle an die Vorgaben von Distancing und so weiter. Warum ist das denn bei uns nicht so? Ja, das ist bei uns deswegen nicht so, weil wir nicht diese inzwischen jahrzehntelange Tradition des Maskentragens und schon gar nicht die Tradition des Befolgens von Autoritäten, ob Staat oder Familie haben, wie in diesen Ländern. Also die Maske ist in Hongkong so ein bisschen das wie der Gummistiefel an der Küste. Ja, wenn das Wasser kommt, ziehst du die Gummistiefel an. Da wird nicht drüber diskutiert. Und diese Selbstverständlichkeiten als Kultur der Verhaltensweise, die müssen wir erst mal überhaupt entwickeln. Da sind uns die Koreaner, die Chinesen, sind uns... Eine Epidemie voraus. Ja, und zwar mehr als einer Epidemie. Die sind uns mehrere Generationen voraus, weil die Masken waren ja in China vor allem wegen der schlechten Luft, also Feinstaubbelastung und so. Das war lange vor irgendwelchen Corona-Infektionen, haben die Maske getragen, weil die Luft so miserabel war. Aber allein das Tragen dieser Maske als ein Ausdruck von Eigenschutz, Fremdschutz, sozialer Solidarität, da hinken wir Lernjahre hinterher. Das kommt jetzt so richtig auf uns zu. Ich trage die auch nur, weil sie gut aussieht. Ja, aber ich glaube schon, wir werden uns noch dieses Jahr alle gemeinschaftlich und meine alle 80 Millionen vor den Kopf schlagen, dass wir diese Masken nicht drei Monate vorher aufgesetzt haben. Ja. Weil das ist so krass, diese Wirksamkeit von diesen Masken. Und ich sehe jetzt schon wieder, wie sie mir alle reinkommentieren. Oh, Stefan, du verwechselst hier schon wieder alles. Aber diese Wirksamkeit der Masken, die ist so deutlich und in allen diesen Studien so deutlich nachgewiesen. Ist unglaublich eigentlich. Aber gut, Bayern fängt jetzt an, mal auf Bundesländer bezogen. Ist gut. Genau. Wir gehen mal wieder in Stefans Wahlheimat und gucken uns ein Beispiel eines Apothekers an, was denn die Bundeswehr gerade so alles, ich will nicht sagen einzieht, aber aktiviert. Und denkt daran, der war bei der Bundeswehr, bei der Grundausbildung. Ihr kennt noch einen. Zurück in die Uniform geht es auch für Tilman Groß. Er hat vor zehn Jahren seinen Wehrdienst abgeleistet und seitdem keine Kaserne mehr betreten. Damit gehört er zu denen, die im Notfall eingesetzt werden können, den Reservisten. Derzeit promoviert er an der Goethe-Universität in Frankfurt in Pharmazie und arbeitet nebenher in einer Apotheke. Da die Uni momentan geschlossen hat, kann er sich bei der Bundeswehr nützlich machen. Meine Aufgabe wird sein, weil ich der einzige Apotheker hier bin, dass ich die mobile Sauerstofferzeugung hier in der Kaserne mitbetreue und eben den benötigten Sauerstoff, der für die Beatmung von den jetzt anfallenden Patienten benötigt wird, mitproduziere, prüfe und dementsprechend freigebe für die Verwendung. Applaus für diesen jungen Mann. Ich überlege mich jetzt auch zu melden, um beim Bundeswehrmagazin auszuhelfen. Das ist ja meine Qualifikation als Reservist. Lass den Applaus weg. Vor der Kamera oder hinter der Kamera? Hinter der Kamera. Das dürfen doch unsere Zuschauer, das dürfen die Zuschauer noch nicht wissen haben. Tilo ist dann der, der bis 5 Uhr morgens Kabel steckt und plötzlich geht der Computer nicht mehr. Die kennen dich doch sonst immer nur vor der Kamera als Bundeswehrheld. Ja. Wart ihr jetzt in den letzten Wochen schon mal wieder beim Friseur? Oder habt ihr selber geschnitten? Ich war seit 20 Jahren nicht beim Friseur. Das hier ist mein Friseur. Fertig. So jetzt angenommen, gut, dann gehen wir mal bei Hans. Hans, angenommen, du willst mal wieder deine Haare weiß färben. Du hast ja eigentlich einen total schwarzen Kopf, aber du willst ja ein bisschen weise tun. Und färbst dir jeden Monat die Haare. Das machst du aber nicht alleine, das kannst du auch nicht alleine. Aber aktuell musst du das alleine machen und in McPom gibt es Friseure, die dir dabei helfen. Goldkupfer, intensivviolett, mittelblond Mokka. Seit Tagen mixen Urte Nieswand und Janin Schacht im Akkord. Farbe Pflege das volle Ansatzprogramm aus ihrem Kühlungsborner Salon als Do-It-Yourself-Service für zu Hause. Wir mischen ja die Haarfarbe an, die der Kunde hier auch bekommt, seinen perfekten Ton. Und deswegen denke ich, sind die Überraschungsmomente nicht so groß. Die Kundinnen haben sich diesen Service gewünscht. Die Friseurmeisterinnen liefern und lassen abholen. Allerdings nur Ansatzfarben und Pflege. Bei kompletten Haarfärbungen kann dann doch zu viel schief gehen. Das bieten wir auch nicht an. Da machen wir auch keine Kurzlehrgänge. Weil wir wollen natürlich auch nicht zum Schluss, wenn wir wieder aufmachen, alles ausgleichen müssen. Also ich biete den Kunden gerne die Farbe an und dann sollen sie einfach wachsen lassen. Wir schneiden das dann alles ab, wenn es so wieder losgeht. Also der Kunde kann sich ein bisschen die Haare versauen, aber nicht zu sehr. Sonst wird das teuer, dann kommt er gar nicht mehr an. Ja, Folgeaufträge generieren. Also ihr seid ja häufiger beim Friseur. Ich kenne das nur als Running Gag. Aber Kikoli hat gestern in seinem Podcast gesagt, Friseur wäre gar kein Problem, wenn beide eine Maske aufsetzen. Man muss halt nur eins beachten, nicht sprechen. Da mussten natürlich beide, Moderator und Kikoli, sehr lachen, dass man beim Friseur stumm sich mit einer Maske hintereinander steht und nicht spricht, während man die Prozedur aufsetzt. Es gibt jedenfalls nicht nur Schulungen, wie man seine Haare färben kann, Hans. Es gibt jetzt auch Schulungen, Online-Schulungen in Sachen Haare schneiden alleine. Das wäre dann was für Stefan. Die Kollegen von MadCut in Schwerin setzen auf Online-Schulung ihrer Kunden. Ich sitze jetzt hier zu Hause in der Quarantäne und meine Spitzen werden trocknen. Produzieren Clips mit Tipps zu Styling und Pflege. Wunderschöne Tresse hier. Wir zeigen denen natürlich nicht online, wie man Haare schneidet. Das wäre auch nicht so gut. Aber bei den Geschichten mit den Haftlängungen ist es jetzt so, wenn die Tresse rauswächst, dann ist sie nach sechs Wochen hier unten irgendwo. Und wir zeigen denen jetzt ganz genau, was kannst du für Zöpfe machen? Wie kannst du das kaschieren, damit das jetzt nicht sichtbar ist? Ja. Ja, das sind die wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Bei mir jetzt funktioniert es. Aber wie hat er das jetzt gemeint? Wir zeigen nicht, wie man Haare schneidet, weil das Geschäftsgeheimnis ist, oder was? Ja. Das ist eine Kunst. Das ist eine Kunst für sich. Das sind Handwerker, Stefan. Naja. Das sind Handwerker für deinen Kopf. Ja, aber ich meine, wozu geht man zum Friseur nicht, weil man es nicht allein ist. Es ist so, es ist so. Ja, es gibt so viele schlechte Friseure. Und wenn man ab und zu mal einen guten findet, der tatsächlich Haar ist ja nicht gleich Haar und Kopf ist nicht gleich Kopf. Und es gibt Haar und Frisuren, die lassen sich gut schneiden und welche, die weniger gut schneiden. Und also wirklich gute Friseure sind hochqualifizierte Handwerker, ganz echt. Das Wissige ist, meine Friseurin hat so abgekotzt, als die Läden zugemacht haben. Und sie dann auch gleich so, ja, du kannst auch zu mir kommen und wir können das bei mir machen. Und jetzt vor zwei, drei Wochen, ich hatte vor ein paar Tagen geschrieben, dass die Läden wieder Anfang Mai aufmachen in Berlin. Und sie nur so, ach nö, nö. Ich so, ja, wollen wir uns da nochmal sehen? Wollen wir das irgendwie machen? Nö, nö, nö. Nö, lass mich damit mal in Ruhe. Also da gab es einen Stimmungsumschwung, den ich noch recherchieren muss, wo der herkommt. Was wollte sie damit sagen? Sie gibt den Beruf auf oder macht jetzt nur noch als Heimfriseurin oder was? Sie konnte es quasi gar nicht erwarten, wieder zurück in den Laden zu kommen vor ein paar Wochen. Und jetzt ist so, ah, muss das sein? Nee, bleib auch mal zu Hause, Thilo. Hm. Ist der Zuschuss zu hoch oder was? Das ist bezweiflich. Was ist da los? Naja, wir gehen mal, wir vergleichen mal kurz die Bundesländer anhand von Baumärkten. Es herrscht nämlich ein Baumarkttourismus. Wenn du zum Beispiel in den McPomm nicht zum Baumarkt kannst, weil du dich dann nur davor stellen kannst, haben wir ja letztes Mal gesehen, wo du dann bestellen musst, ohne zu wissen, was du da bestellst. Ist das die Hake, die ich haben wollte? Ist das der Hammer, den ich haben wollte? Den wollte ich mir eigentlich selbst aussuchen. Was ist natürlich geil, wenn du nach Niedersachsen oder Brandenburg fahren kannst? Wir haben Frau Schwesig einen Brief geschrieben, weil wir die Situation ähnlich sehen wie der Ministerpräsident Herr Weil in Niedersachsen, der erkannt hat, dass auch in seinem Bundesland ein Baumarkttourismus herrscht. Baumarkttourismus, das heißt, Verbraucher ignorieren das Kontakt- und Reiseverbot und fahren zum Einkaufen ins Nachbarland. Wir wohnen direkt an der Grenze zu Brandenburg hierher. Und wir haben erst überlegt, aber ich denke, wir haben unterwegs gesehen Nummernschilder von Rostock und Hessen. Also ich hatte da kein schlechtes Gewissen. Das Wetter bietet sich an, den Garten vorzubereiten. Man ist viel zu Hause und daher möchten wir natürlich zu Hause viel machen. Also wenn ich ein Auto von Stefan Schulz auf der Straße sehe und eins so aus Rostock, dann heißt das für mich, ich kann da auch sein. Ja, Baumarkt einfach aufmachen. Mit Maskenpflicht halt. Das passiert jetzt langsam. Was mir natürlich Sorgen macht, sind die kleinen Hotelbetreiber. Ich weiß nicht, wie es in Hessen ist, da habe ich zu nix gefunden. Ich habe auch zu Niedersachsen nichts gefunden, außer Hilferufe der Tourismusverbände. Aber hier ist ein konkreter Hilferuf von den kleinen Hotelbetreibern, jetzt nicht an der Ostsee, weil denen geht es wahrscheinlich noch am schnellsten wieder besser. Aber was ist mit denen im Binnenland? Es ist ein Hilferuf aus der südöstlichsten Ecke Mecklenburgs. Ich bin die Barbara Karge vom Inselhotel. Hallo Barbara. Wir wollten mal unsere Bitte äußern, bitte, bitte vergesst uns hier nicht. Wir haben den Antrag der Förderung sofort gestellt und freuen uns darüber, dass wir sowas in Anspruch nehmen können. Aber leider ist es noch nicht da. Und wir gucken alle zwei Stunden auf Konto, weil uns steht das Wasser wirklich bis zur Unterlippe. Alle Mitarbeiter in Kurzarbeit und bei Null Umsatz erdrücken die laufenden Kosten. Experten gehen davon aus, dass die kleinen Hotels im Binnenland die ersten Opfer der Corona-Krise im Tourismus sein werden. Wieso ist das Geld doch nicht da? Nobody knows. Es gab eine Umfrage von der DEHOGA. Das ist der Hotel- und Gaststartenverband in Deutschland, der folgendes sagt. Eine Umfrage des Verbands zeigt die ganze Dramatik der Lage. 88% der Unternehmen haben Soforthilfen beantragt, 60% auch staatliche Kreditprogramme. 86% aller Betriebe gehen schon jetzt davon aus, dass die bisherigen Hilfsprogramme nicht ausreichen werden, um die Krise zu überstehen. Aber war ein Einzelfall, dass Barbara es nicht gekriegt hat? Oder ist das auch flächendeckend? Das ist flächendeckend. Das kenne ich ja auch aus Berlin. Ich meine, hier sind hunderttausende kleinen Unternehmer, Einzelhändler, ECAGs und so weiter, die warten immer noch. Manchmal haben sie Pech, wenn sie irgendeinen Formfehler gemacht haben, geht das dann wieder ganz zurück und dann müssen sie wieder eine Woche warten und das ist halt totale Unsicherheit. Ja, aber ich meine jetzt speziell Tourismus, wie ich schon gesagt, das lässt sich ja wirklich einfach überbrücken, weil man nur die Zahlung sicherstellen muss. Aber wenn die da natürlich ausbleibt, setzt das natürlich einiges in Gang. Apropos Tourismus. Wie ist denn so, die Aussicht, ja, McPombe ist ja ziemlich hart, die wollen natürlich dann auch irgendwann wieder aufmachen. Gibt es denn berechtigte Hoffnungen, dass die Deutschen, die dann wahrscheinlich nicht nach Italien fliegen können dieses Jahr oder nach Mallorca oder nach Ägypten, dass die dann alle in Deutschland Urlaub machen, Hans? Glaubst du das, dass quasi der Hesse sagt, ich fliege nicht nach Mallorca, sondern nach Aufrügen, Hauptsache Insel? Hat auch Söder schon gesagt. Also ich glaube ja eher, dass die Menschen, also Urlaub kostet auch in Deutschland Geld und Menschen, die jetzt flächendeckend erhebliche Einnahmeeinbußen erleiden, egal ob Kurzarbeitergeld, 60, 80 oder wie viel auch immer. Ja, ich glaube, dass viele Urlaubsreisen, wenn sie überhaupt stattfinden dieses Jahr, auf Balkonien enden, wenn überhaupt. Also selbst der nationale Tourismus, den muss man sich leisten können und ich weiß gar nicht, wer sich das leisten kann und wer nicht. Siehste, wozu brauchen wir noch einen NDR-Reporter, der das Ähnliche sagt? Da könnte es nicht vielleicht doch ein bisschen anders kommen, nämlich, dass die Deutschen in diesem Sommer Urlaub im eigenen Land machen, zum Beispiel zu uns an die Ostsee kommen, weil sie ja ins Ausland nicht fahren dürfen. Ja, das ist die optimistische Sichtweise, aber dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen. Wir können uns einfach die Fakten angucken. Es gibt steigende Arbeitslosenzahlen, Kurzarbeit, das heißt, das Geld wird knapp bei den potenziellen Urlaubern. Dann gucken wir uns die Pandemie an. Der Höhepunkt wird im Juni oder Juli erwartet. Das heißt, auf Monate wird es keinen Tourismus, wie wir ihn kennen, an der Ostsee und auch im Binnenland geben. Vorsichtige erste Schritte könnten sein, dass die Restaurants wieder geöffnet werden und kleine Pensionen. Dann muss man aber auch wieder auf die Hygienemaßnahmen gucken. Was passiert im Sommer? Darf man überhaupt baden gehen, zum Beispiel? Muss man Mundschutz am Strand tragen? Und trauen sich gerade ältere Touristen überhaupt dann hier hin? Und auch, wie reagieren die Einheimischen? Denn da haben wir ja nicht nur schöne Schlagzeilen in den vergangenen Wochen gesehen. Wäre ich mir nicht so sicher. Ich meine, jetzt haben wir 700.000 Unternehmen Kurzarbeit beantragt. Das betrifft aber trotz dieser krassen Zahl jetzt nicht mehr als 10 Prozent des deutschen Arbeitnehmertums. Und sehr viele Leute geben gerade auch sehr wenig Geld aus, so insgesamt. Und wenn dann, falls die Entwicklung so weitergeht wie bisher, was mit Massenpflicht da durchaus im Möglichen liegt, dann hätten wir sehr viele Menschen, die dann irgendwie auch mal sagen, also auf Urlaub verzichten, ins Ausland darf ich nicht. Es könnte auch genauso gut eng werden in den Hotspots in Bayern, Mecklenburg. Die entscheidende Frage, in Bayern gibt es keine FKK-Kultur, im Osten schon. Wenn du Mundschutz trägst, darfst du nur noch an den FKK-Strand? Nur mit Maske. Ja. Und zwar über dem Mund, Leute. Unten und oben rum. Achso, achso. Okay, okay. Mal gucken. Zum Schluss, was aus Niedersachsen, ich kannte das bisher gar nicht, aber das ist auf dem war kulturell und bildungstechnisch schon verankert, das schwimmende Klassenzimmer. Ich weiß nicht, ob Hans Jessen bei Butten und Binnen schon mal darüber berichtet hatte. Wenn die in Bremen oder Bremerhaven wieder einfahren. Nee. Stell dir vor, deine Tochter ist sechs Monate auf See und kommt jetzt in Zeiten von Corona wieder. Dann sieht das so aus. Winken, Vorfreude auf das Wiedersehen, solche Bilder kennt man wann immer ein Schiff und seine Besatzung zurückkehren. Doch dieses Einlaufen ist etwas Besonderes. Nach sechs Monaten auf See ein In-die-Arme-Fallen unter Polizeiaufsicht. Eltern dürfen nur nach und nach ihre Kinder in Empfang nehmen, mit Abstand. Der Veranstalter, froh wie jeder Kapitän, wenn alle gesund zurück sind. Also ich meine ein halbes Jahr, 32 Teen-Ager, zehn Länder, zwei Sprachen und eine Crew an Bord. Natürlich gibt es auch Schwierigkeiten. Und dieses Mal war es natürlich auf jeden Fall Corona, war natürlich die größte Herausforderung. Das Virus kam aber nie an Bord. Ich möchte kurz darauf hinweisen, wir sehen zwei Flaggen. Eine ist die Hans-Jessen-Flagge von Werder Bremen. In den Atlantik, alles lief wie geplant, der Unterricht, die Handgriffe an Deck, das Miteinander. Und doch ahnte man, dass da an Land etwas geschah, das alles veränderte. Und wir haben halt im Prinzip auf See nie irgendwas erfahren, weil wir halt einfach keinen Empfang hatten. Oder halt auch einfach die Lehrer uns erst später informiert haben, weil sie uns halt die Reise nicht lehnen wollten und nicht wollten, dass wir uns Sorgen machen. Und das war, wir waren so in der Blase und haben nicht viel davon mitbekommen. Weißt du, was witzig ist? Die sind in Freiheit auf See, können wir nicht anlegen, weil die Welt unter Quarantäne steht. Verdrehte Welt, na gut. Das, so ist es ja. Gut. Das waren so die kleinen Corona-Geschichten aus den Regionalmagazinen. Gut, dann kommen wir doch mal zu den Abendnachrichten, würde ich sagen. Ja, oder wir rufen Oma an. Du willst deine Oma anrufen. Das geht natürlich auch. Wir wollen ja wissen, was los ist. Ja, Grotkopf? Ja, Thilo hier. Hallo Oma. Hallo Thilo. Na, ist wieder Dienstag? Ja, heute ist Dienstag, ja. Ja, und Hans und Stefan sind auch dabei. Ja, ist gut, ist gut, alles klar. Hallo Helga. Hallo. Ja. Oma, erst mal wichtigste Frage, wie geht's dir? Wie geht's Opa? Ja, na, geht so eingemaßen, aber ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Ich sag, das ist jetzt, ich war jetzt auch die Tage mit Mama zum Einkaufen, mit Masken im Netto mussten und wir waren beide bloß alleine. Kein anderer weiter gar nicht. Du, ich hab mich, und dann hab ich keine Luft gekriegt. Das war, das war hart, du. Warum hast du keine Luft bekommen? Ja, ich hab da so eine, so eine Maske vorne gehabt. Und sonst hatte ich nie gehabt, aber das war schwierig, du. Wenn du, wenn du da die Zeit laufen tust. Erzähl mal, woher hast du die Maske? Was ist das für eine? Eine Selbstgenähte oder eine? Die Maske, die haben wir, auch Opa, die haben wir mal vom Arzt gekriegt, aber schon mal länger, nicht? Und Handschuhe auch, da hab ich bei 100 Stück gekriegt, du. Und wäschst du die Maske dann auch? Ja, die wasch ich aus, aber genau. Beide, beide mach ich und er war heute auch los und da hab ich auch alles wieder sauber gemacht. Nein, nein, kein Problem. Aber jetzt, ich sag mal, wenn du das jetzt alles hörst, guck mal, Mecklenburg-Vorpommern, die müssen jetzt hier auch Masken tragen. Und das, das betatst du. Ja, Helga, ihr habt seit drei Tagen im Bundesland keinen neuen Corona-Fall. Das sind noch gute Nachrichten. Ich glaube, ich glaube ja, bei uns ja. Eine Person, glaube ich. Ja, die wurde aber nur später gemeldet. Das ist nur ein Meldeverzug. Es gab jetzt keinen neuen, sozusagen, heute bricht die Krankheit aus, sondern seit drei Tagen ist irgendwie Ruhe in Mecklenburg-Vorpommern. Das sind noch gute Zeichen. Aber ganz genau, ich sag das mal, denn in anderen Ländern, wenn du das alles so siehst, in Jena und Detail, da ist ja jetzt auch Maskenpflicht in Bahnen und Busse, das alles. Ja, und guck mal, Deutschland sind jetzt schon 492 Tote, glaube ich, nicht? 4.000, glaube ich. 4.000, ach 4.000. Allerdings, in Jena hat man vor zwei Wochen die Maskenpflicht eingeführt und hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, aber nicht allzu sehr. Aber es gibt da auch seit zwei Wochen keinen neuen Covid-Fall. Ja, 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 ich guck den ja auch immer, wenn Nachrichten sind immer. Also geht in die richtige Richtung, würde ich sagen. Ja, aber ganz genau, ganz genau. Oma, vielleicht, warte mal, ich will Oma darauf hinweisen, dass wir heute auf die Privatsphäre und Datenschutz der Nachbarn achten. Oma, vielleicht nicht zu sehr ins Detail gehen, wenn es um die Nachbarn geht, ne? Ja, 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 ne, ist gut. Oma, erzähl doch mal, wie dein Ostern war oder euer Ostern. War das völlig anders, war das ganz anders als die Jahre sonst? Nein, unsere Kinder sind gekommen. Ich war nicht da, Oma. Nein, aber hier meine Anke, Enkel, Tochter, mit den Kindern, die waren hier, es war sehr hart gewesen für uns, ich sag mal. Ja, und die waren so artig beide, na, haben wir schön Kaffee getrunken und dann sind sie wieder gefahren. Hände, alles gewaschen, alles sauber gemacht, alles. Aber findest du das in Ordnung, Oma, dass die Enkelkinder gekommen sind, weil eigentlich sollen sie ja von euch fernbleiben? Nein, ich sag mal bloß, ich wollte das ja nicht, ich hab gesagt, hier, Maxi, so und so, aber die wollten das denn nicht, ich sag, und wenn die das wollen, sag ich, dann müssen sie das machen, sag ich. Ich sag, aber wir sehen uns vor, wir haben uns auch nicht gegenseitig die Hand gegeben, bloß so und das all und Kuchen hat Mama ja mitgebracht und nein, 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 so nicht. Aber du hättest auch sagen können, du hättest auch sagen können, keiner kommt in die Wohnung hier, also das ist Sperrgebiet. Ja, ja, na, die laufen ja, ich sag mal bloß, die machen das ja alles, was gesagt wird im Fernsehen, das machen die Leute ja auch gar nicht, du. Nee? Was? Die gehorchen nicht? Nee, die machen das nicht, du, wenn du das so alles verfolgen tust, da. Was heißt, die machen das nicht, was machen die denn nicht? Naja, was? Ja, nur, was? Was gefordert ist, natürlich. Ja, ich sag mal bloß, Rostock, da war gestern ja auch Besuch im Zoo, tausend Besucher da im Zoo, vormittags schon, hab ich da verfolgt, weißt? Hättest du denn diese ganzen Diskussionen über Lockerungsmaßnahmen für berechtigt, wenn du selbst siehst, dass dort sich nicht an die bisherigen Empfehlungen gehalten wird? Ja, das ärgert mich auch manchmal ein bisschen, sag ich mal. Ich meine, ich freu mich, wenn im Krankenhaus, die haben ja sehr viel zu tun, die Pfleger da und das all nicht, und dann sollen die auch ihr Geld kriegen, sag ich mal. Ja, da bin ich ganz doll für. Und auch, wenn welche jetzt zu Hause sitzen und zum Beispiel, da sind ja auch welche, die bloß bis zwei Tage arbeiten in der Woche, dass die denn ihr Geld auch kriegen nachher, aber das wollen sie ja jetzt mit bis 80 Euro da bewerten, nicht? Oder 80 Prozent oder was sie da wollen. 80 Prozent, Kurzarbeitergeld, ja. Kurzarbeitergeld da machen, ja. Ja, das ist, das ist sehr hart, sehr hart, du. Hast du denn, warte mal, hast du denn in den letzten zwei, drei Wochen was im Fernsehen gesehen, was dich bewegt hat, woran du dich erinnerst? Wir sind ja hier im Podcast. Was ich mir erinnere, ja, die Erntehelfer mit ihrem Spargel, wenn die kommen, jetzt kommen die ja hierher nach uns. Und ich meine, ich habe auch zu DDR-Zeiten auch ja in der Gärtnerei gearbeitet, auch immer nach Leistung dreimal Aktivist geworden da drin. Das ist hart. Und ich sage bloß, ich freue mich, wenn da Menschen sind, die die Arbeit machen. Denn das ist ganz schön hart. Ja, aber erklär das doch mal. Also wir haben auch in der heutigen Sendung, geht es sehr, sehr viel um den Spargel, die Spargelernte. Warum ist denn das so hart auf dem Feld? Ja, du bückst du dich mal die ganze Zeit und die werden wohl auch vielleicht irgendwie nach Leistung arbeiten müssen. So und so. Und wenn sie nicht schnell genug sind, dann haben sie auch nicht viel verdient, Tino. Ja, ich glaube, die werden pro Stunde bezahlt. Ach so, pro Stunde. Oh. Na, und bei uns ging es ja immer zu DDR-Zeiten da. Ich habe dann ja immer auf Leistung gearbeitet und ich war dann immer ja die Erste dazwischen. Ja, und dann habe ich ja auch dreimal Aktivist gekriegt da. Und das ist sehr, sehr hart, sage ich mal. Und das ist auch schön, dass da die Menschen hierher kommen. Sonst, was soll das alles werden jetzt mit den Bauern? Das sind ja alles. Erklär doch mal ganz kurz, was ein Aktivist ist. Das hast du jetzt schon mehrmals gesagt. Ja, Aktivist. Ja, was ist Aktivist? Ja, aber was hast du da bekommen? Was ist das, eine Auszeichnung in der DDR gewesen? Ich habe einen Monatsgehalt gekriegt dafür und dann eine Medaille. Oha. Ja, ich habe drei Stück. Drei Stück habe ich nie. Ich bin ja, ich bin ja gelernter Wessler. Ich glaube, Aktivisten, das waren Menschen, die in ihrer Arbeit sozusagen die Norm übererfüllt haben. Ja, aber ganz genau. So war es. Ihr habt nicht 100 Prozent geleistet, sondern 150 Prozent und so. Aber ganz genau. Und das fand dann der Staat so toll und dann gab es da eine Auszeichnung für. Richtig? War das so? Du und viele Neider dazwischen dann immer gewesen und ich war dann immer die Erste und das ist bis heute noch hin. Und dann immer, ja, du hast gerackt, du hast gerackt. Aber die Nadel werden meine Urenkel kriegen. Ja, warst du eigentlich Aktivistin, warst du Aktivistin aus Überzeugung, weil du sagst, jawohl, ich will hier reinklotzen oder warum? Ist doch nicht normal, dass einer sagt, ich lege noch eine Schippe drauf und klotze nochmal extra ran. Warst du das aus Überzeugung oder warum? Also, ich habe nicht geraucht, gar nichts und meine anderen Kollegen, die haben dann geraucht, die haben sich hingestellt, die haben geraucht und ich habe immer weitergemacht, immer weitergemacht. Und da hat mein Brigadier dann, wenn da Jahresversammlung war, dann wurde ich ausgezeichnet damit und da waren die anderen nachher neidisch. So war das ja immer. So wie es halt immer ist. Oma, wir wollen dich gar nicht so lange aufhalten. Ein kurzes Thema noch. Wir hatten vorhin Denunzianten, über Denunzianten uns unterhalten, also Leute, die andere Leute verpfeifen, weil sie sich nicht an die Regeln halten. Erkennst du das auch in Malchinen? Gibt es auch solche Leute, die quasi so wie so Sheriffs irgendwie die Polizei anrufen, sobald Opa irgendwie ohne Maske rumläuft oder so? Und denk dran, nichts Böses über den Nachbarn jetzt sagen. Da ist auch. Nee, Nachbarn gar nicht so, da gar nicht. Aber da ist hier jetzt auch, das geht jetzt auch los. Ja, wie denn? Was passiert da? Erzähl mal. Ja, was passiert? Ich komme ja nicht viel raus. Er geht dann ja raus, er sagt, denn ist alles zu und die laufen dann da rum, die klaren dann da dran und gehen an den Wagen ran und sowas alles. Das dürfen sie ja gar nicht. Die müssen da stehen bleiben, wo es ist. Da halten die sich gar nicht dran. Und bei uns sind ja jetzt auch viel, viel Ausländer. Viel. Viel. Ja, ja. Aber ist ja nicht schlimm, oder? Nein, 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 nein. Hauptsache, ich sag mal ruhig alles und auch so im Denk, wie ich zum Einkaufen war, ruhig. Aber ich musste auch mich trennen von meiner Tochter. Musste einen Wagen alleine nehmen, dann wurde ich reingelassen. Alles, alles extra. Neuerdings. Und letzte Frage. Am Sonnabend. Jetzt Sonnabend war das. Ja, aber früher hieß es, sie werden platziert, ne? Ja, 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 aber dann. Jetzt wirst du im Supermarkt platziert. Bitte nehmen Sie diesen Wagen und gehen Sie da lang. Guck mal, es ist ja jetzt schon, in vier Bundesländer sind ja jetzt schon die Maskentragungen, ne? Ja, in vier Stück. Bei euch auch? Ja, ja, bei uns auch. Ja, aber Oma fährt ja keinen Bus und keinen Zug und kein Taxi. Ne, ne. Ich geh bloß mit dem Wagen runter und dann ist gut. Letzte Frage. Gibt's schon wieder Toilettenpapier bei euch? Ja, es gibt kein Problem und ich hüte auch nicht. Kein Problem. Und auch Küchenrolle, alles, das war alles da. Gurken, alles. Und kein Problem. Ich hab ja noch Eierlikör gemacht zu Ostern mit Mama. Das ist das Wichtigste. Deutsch gesagt, ja. Musst du mir ein paar Posten schicken, ne? Ja. Den Eierlikör jetzt. An Hans, Stefan und mich. Ja, meine Portion kann Thilo gerne haben. Ich hab noch drei Flaschen, hab ich noch da. Ja, passt da. Da kommt Thilo durch den Sommer mit. Ich hab verschenkt, im Haus hab ich verschenkt. Die haben sich sehr gefreut, hab ich vor die Tür gestellt mit einer Tüte und in Plaste reingestellt. Wunderbar, die Lehrer. Die haben sich gefreut. Die Lehrer? Ja, das ist so ein Lehrer. Es gibt so viele. Ja, denen fehlen die Kinder, die brauchen jetzt erstmal Eierlikör. Oma, das war's doch schon wieder. Ja, ich bedanke mich bei euch. Passt auch euch schön auf. Grüß, Opa, bitte. Und ich auch. Hoffentlich wird das ein bisschen anders. Ja, was gibt's zum Mittag? Bei mir gibt's heute Hähnchensteak. Und bisschen Rotkohl noch. Und Rhabarber. Hat Mama gekocht. Mhm. Und dann gibt es heute Mittag. Dann guter Besuch und grüß, Opa. Ja, und danke schön für euer Gespräch, ne? Jo. Bleib gesund. Wir werden uns ja wieder sehen. Mach's gut. Sehr gut. Und hören. Bis zum nächsten Mal, Oma. Danke. Ja, bitte. Tschüss. Ciao. Ciao. Rotkohl und Rhabarber auf einem Teller? Oder wie ist das bei euch? Jetzt hab ich Hunger. Jetzt hab ich Hunger. Ja, ja, alles auf einem Teller, natürlich. Geil. Finde ich natürlich gut. Ich ess ja meine Rhabarber auf. Nee, Rhabarber geht zum Nachtisch. Ach was. Ach so, nicht auf einem. Ich dachte, das war mit dem Rotkohl untergemischt. Statt Apfel, weißt du? Nein. Mal ein bisschen. Sehr gut. Willst du eine Tribüne machen? Ja, richtig. Wir können jetzt auch noch auf die Tribüne gehen. Tribüne, Tribüne. Hans darf ein bisschen husten. Let's go. We are many. They are few. Willkommen im 1% Club. Wir glauben einfach, dass man auch den kleinen Kindern nicht zumuten kann, mit Mundschutz und ähnlichem zu leben oder zu arbeiten. Jens schickt 250 und für Nora zum 26. Geburtstag. Sieh mal einen an. Alles Gute. Alles Gute. Gibt es spezielle Wünsche? Oder darf ich aussuchen? Oh, das ist für 250 Euro und wirklich ein erstaunlich kurzer Zeiler hier für Nora zum 26. Geburtstag. Da können wir, glaube ich, frei wählen. Okay. Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen. Na gut. Sehr gut, Jens. Specktech. Sehr kurzer Kommentar dazu. Aber ich denke, Nora freut sich. Die Grüße sind angekommen. Und wir sagen natürlich auch alles Gute. Philipp schickt auch 250, wie ihr gehört habt, Grüße an Max und Maurice. Ein Teil von meinem ersten Gehalt als Ökonom, damit ich in dieser Funktion durch euch mein politisches Ideal behalte. Ich nehme mal an, die Nachricht endet mit einem T. Sehr gut, Philipp. Ja, wir versuchen dir natürlich hier die richtige ökonomische Richtung reinzudrängen. Weiß auch immer, wohin das auch immer führt. Ist es nicht eher umgekehrt? Es wird uns doch häufiger vorgeworfen, wir hätten zu wenig ökonomischen Sachverstand. Also wenn uns jetzt ein Ökonom zuwächst sozusagen, das ist doch mindestens eine Win-Win-Situation als Option. Ja, vor allem eine. Solange er ja nicht Thilo Nomek studiert, ist alles okay. So wie ich das verstanden habe, will ja Jens auch Philipp mit Absicht abgelenkt werden von der Ökonomie. Und wir kriegen natürlich auch mit, das in den Unis schon seit einer Weile dieser große Kampf drobt. Liebe Professoren, können wir mal nicht ein bisschen noch was anderes als die üblichen Verdächtigen hier reingetrichtert bekommen. Heißt doch irgendwie plurale Ökonomie oder sowas, ne? Zum Beispiel, so kann man es nennen, oder auch Wirtschaftswissenschaft allgemein, grundsätzlich, neu, innovativ und natürlich plural. Anke schickt 150, Ende der Schwarzherrschaft von Anke. Danke, ihr seid großartig. Das stimmt, Anke. Du bist keine Schwarzhörerin mehr, wir sagen danke. Spinde jetzt und hör auf, Schwarzhörerin zu sein. Christian schreibt, und das gibt natürlich vielen Podcastern zu denken, höre dank Homeoffice kaum noch Podcasts. Das ist nämlich ein Pendlerding. Hier trotzdem rückwirkend mein Beitrag zu eurer Arbeit. Endlich kein Schwarzhörer mehr, 100 Euro. Oh. Okay. Deine Schwarzhörerschaft ist beendet. Das ist so ein Problem für uns, ne? Weißt du, das ist unser Problem, wenn unsere 6-Stunden-Podcast nicht mehr auf dem Weg zu oder von gehört werden kann. Soweit sind wir schon verkommen, dass wir uns darüber ärgern, dass ihr nicht mehr 6 Stunden pendelt. Pendeln macht glücklich. Ich bin für die Lockerung, damit die Leute immer wieder auf die Straße kommen. Ab auf die Autobahn mit euch, Mensch. Was soll denn das werden? Marlon geht in dieselbe Richtung, 66 Euro. Er schreibt, wegen Homeoffice pro Woche 6 Stunden weniger Fahrrad zu arbeiten und kaum noch am Hören. Das bisschen ist aber immer noch Zopp. Danke. Er hört einfach das Intro, Intro und dann denkt er, geiler Podcast. Leider kann ich ihn nicht hören. Schicke ich mal 60 Euro. Das verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht, weil die 6 Stunden wurden ja auch immer aus den 24 Stunden eines Tages rausgeschmitten, die Fahrzeit. Diese 6 Stunden sind ja jetzt immer noch da, auch wenn er nicht auf dem Fahrrad oder sonst wie ist. Was macht er mit der Zeit? Er macht natürlich jetzt einen Unterar-Podcast live für seine Kinder. Je nachdem, was man dazu tut. Aber vielleicht könnte man ja einen Teil dieser Zeit, auch wenn man nicht auf dem Fahrrad sitzt, für akustischen Genuss verwenden. Da sind wir in Konkurrenz mit Techno. Hanshaft? Na gut. Auch du stehst jetzt in Konkurrenz zu den Techno-Stars von Spotify, Hans. Ja, die sollen sich mal warm anziehen. Ja. Stefan schickt 52, Grüße nach Österreich an dieser Stelle. Sehr gut. Alina schickt 50. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit. Genau. Ich habe es schon mal aufgenommen. Sie hat nämlich ein Screenshot von ihr Überweisungsding gemacht, obwohl das Geld noch nicht da ist, weil sie schreibt, ich bin viel zu spät dran. Aber wäre euch unendlich dankbar, wenn ihr morgen im Podcast meinem Freund Felix, dem Glücklichen, klammert sie extra aus, dem Glücklichen, das scheint sehr glücklich zu sein, um zum 30. Geburtstag gratulieren könntet. Können wir natürlich hier machen. Alles Gute, Felix, zum 30. Alina ist die Beste. Klammer dich an sie. Zum Glück bist du hoffentlich mit ihr in Quarantäne. Alina hat sich ja Jogi gewünscht. Genau, sie wünscht sich Jogi. Für Deutschland. Ich mache mal. Genau, für Deutschland. Ja, herzlichen Glückwunsch und natürlich auch Gratulation von meiner Seite. Für Deutschland. Damit ist dann auch die Schwarzer Herrschaft beendet. Ist das normal, Stefan, dass die den Überweisungsbeleg auch noch mit reinstecken? Nein, sie hat es ja besonders eilig gehabt. Sie wollte ja, dass es heute noch vermeldet wird und nicht erst nächste Woche, weil die haben ja jetzt Wochenende schon Geburtstag gefeiert, also gefeiert unter Quarantäne im Arzt stehen. Ja, sehr gut. Und das hat sie gestern um 23.40 Uhr uns doch geschickt. Also Alina, das kommt an. Wir lesen noch. Wir lesen noch. Ich mache das immer morgens dann. Dienstag morgens. Allerdings, Dings Montag ist dann, damit der Dienstag nicht so zerrupft ist. Tim schickt 50. Danke für eure wichtige Arbeit von Thilo aus Kiel. Soll ich mal Thilo buchstabieren, wie das hier steht? T-I-L-L-O-H. Was? T-I-L-L-O-H? Thilo. Thilo heißt das eigentlich. Das ist bestimmt nicht Thilo, oder? Thilo? Thilo. Also Tim. Es kommt von Tim. Laut Bank. Und die Grüße kommen von Thilo aus Kiel. Ich denke, was ist denn dat? Ich denke, was ist denn dat? Genau, was ist denn dat? Wir haben es hoffentlich richtig vermeldet. Hendrik. Ab jetzt quartalsweise und automatisiert als Unterstützung. 4.0, das ist richtig und wichtig. Grüße aus Bielefeld. Da ich ihn persönlich kenne, grüße ich nach Bielefeld zurück und sage, alles Gute für die Familie. Sehr, 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 sehr gut. Oliver schickt 50. Und Maria auch. Freiheit für Julian Assange, sagt sie. Ja, das ist natürlich. Was sagen die Oberen? Forderungen sind abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt. Stell dir mal vor, du kommst nach 10 Jahren in dieser Dingsbotschaft, in so einen Knast und dann wirst du plötzlich freigelassen und kommst in die Corona-Welt. Und alle sagen dir, geh nach Hause, schließ dich ein. Ist aber ein bisschen traurig, ne? Lieber Assange, du warst jetzt 10 Jahre eingesperrt, jetzt musst du dich wieder einsperren. Die beste Meldung überhaupt, die ich gestern gelesen habe, ist, dass der BER jetzt fertig wird und im Oktober eröffnet wird. Gratulation für das beste Timing, das jemals eine Nachricht erreicht hat. Das ist wirklich grandios. Jetzt, wo sie hier in Frankfurt alle abkotzen, weil der Flughafen auf 93 Prozent, also auf 3 Prozent runtergedimmt ist, während gleichzeitig die 3 Milliarden Baustelle Terminal 3 läuft, in Berlin einen Flughafen zu öffnen. Ach, das ist doch Stefan. Grandios, da glaubst du doch nicht selber dran. Stefan, das ist doch fake. Weißt du, wenn es eine Gelegenheit gab, die Öffnung eines Flughafens vorzutäuschen, dann ist es dieser Oktober. Die behaupten einfach, er ist fertig. Sie müssen nichts beweisen, weil ja nichts geht. Sie behaupten, er ist fertig. Das ist noch viel besser. Hans, das ist noch viel besser. Noch besser. Die Berliner werden sagen, hier, jetzt ist er fertig. Und dann werden die Berliner Hipser sagen, nein, lass den zu. Wir wollen nicht fliegen. Wir können nicht fliegen. Lass den zu. Das stimmt. Die ganzen anderen Bundesländer kommen dann. Bei uns darf auch nicht geflogen werden. Das ist voll unfair. Mach, lass den zu. Nee, mein Vater freut sich. Da wohnt er da oben in der Wedding-Einflugschneise. Also, der freut sich gerade sowieso schon. Und der freut sich erst recht, wenn er nächstes Jahr nicht weitergeflogen wird auf Tegel. Du, Tegel, das wird noch lange dauern. Da gibt es ja einige Kräfte in der Stadt, die den oft behalten wollen. Aber die Nachricht lag ist ja tatsächlich so. Alle TÜV bewährten Dinge sind durch den TÜV gegangen. Und damit ist schon ganz schön viel erreicht, muss man mal sagen. für so ein Berliner Projekt. 15 Jahre. Gratulation an alle Beteiligten. Naja. Die TÜV-Pulver haben aufgegeben. So rum ist es doch. Das kann natürlich auch sein. Max schickt 50, schreibt nichts dazu. Wir wissen Bescheid. Sehr gut. Till schickt auch 50 und sagt Corona-Unterstützung. Ja, ist natürlich sehr treffend für diese Zeit. Das heißt ja nichts anderes als... Für Deutschland! Richtig. Für die Welt. Natürlich. International. Für Deutschland und für Europa. Ja. Philipp schickt 50. Liebesgrüße aus MV Ostergeld. Nehmen wir mal MV, also Mecklenburg-Vorpommern. Ostergeld von Oma gleich investiert. Oh, er hat es einfach durchgereicht. Das ist natürlich spektakulär. Sehr gut, Philipp. Dass wir dir so viel wert sind. Oh, jetzt kommt ein Kommentar, der ist komplett ohne Leerzeichen geschrieben. Ich tue mein Bestes. Thomas schickt 50 und schreibt, ich lasse diese Corona-Münzen springen, damit ihr weiter durchhalten könnt. Mein bester Dank gilt euren Beiträgen und Diskussionen. Bleibt gesund und munter. Bleibt gesund und munter. Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze. Beate und Michael schicken 50 und sagen danke für den tollen Podcast. Und Yannick schickt 45, schließt damit die Produzentenschaften ab. Ne, der vorletzte. Die freie Zeit genutzt, um endlich meine schwarzere Schaft zu beenden. Grüße aus dem paradiesischen Jena. Selbstverständlich mit Mundschutz. Na klar, ist ja auch gesetzlich vorgeschrieben. Sehr gut. Sehr gut. Ihr wisst natürlich alle. Nein, du bist ein schwarzöder, du willst nicht so sein. Spende jetzt, sprich mir nach. Ich will kein schwarzöder mehr sein. Nein. Ihr wisst natürlich alle, wenn man Jena aus dem paradiesischen Jena schreibt, dann ist es so gemeint, wie es da steht. Das Jena-Paradies. Richtig. Wenn ich sage, ich bin aus der Mitte Berlins, dann meine ich auch die Mitte Berlins. Also ich finde Jena-Paradies schöner kann eine Bahnstation in Deutschland nicht heißen. Es ist vor allem ein gigantisch großer Park. Ja. Und spektakulär, fließt die Saale durch. Heißt der Paradiespark oder was? Nein, das ist einfach das Paradies. Jena-Paradies. Also Jena-Paradies hieß der ICE-Haltepunkt, den wir hatten oder haben, keine Ahnung. Das ist ein sehr langer, zweigleisiger, also es ist im Grunde einfach nur eine Strecke, wo der ICE auch mal hält, ohne dass es nach dem Bahnhof aussieht. Ja, paradiesisch. Ich habe übrigens zwei Fußminuten von diesem Jena-Paradiesbahnhof weit entfernt gewohnt in der Neugasse. Und du warst ein Paradiesvogel. Richtig, damals. Und ich erinnere mich zurück und ich denke mir, warte mal, Leute. Was soll das? So ein Corona-Stress. Also ich könnte mir das nicht vorstellen. Ich habe damals auch so 25 Quadratmeter Studentenwohnheim irgendwie und Abi-Vorbereitung und es lief so halb gar gut. Ich will nicht mich zurückerinnern, ja. Also da Corona, das ist einfach, ich finde es immer noch übermenschlich, was die Schüler gerade leisten, Studenten auch. Kurzer Tipp, heute Abend machen wir was mit einer Bildungsexpertin aus Dresden dazu. Anke Lange. Ja, bitte nicht nur über das Abitur reden, die allgemeine Kritik sollte bitte beachten werden. Nicht nur dieses Abi, es gibt noch sehr viele andere, die auch Prüfungsstress haben. Das ist auch ihr Schwerpunkt. Sehr gut. Simon Schick, 42,14. Statt Kirchenquatsch, monatliche Spende vom 1.3. des Trärchens. Das ist gut fürs Deutschrei-Deutschland. Mhm. Arbeitslosigkeit und Vergessenheit. Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten. Der Kälte und der Verachtung ausgesetzt. Die Merklin, die hat das Deutschland und Europa zu Nichte gerammelt, hat die das mit Euro-Politik. Produzentengemeinschaft Linda, Lydia und Robert melden sich hier. We are family, sehr treu, super gut. Und Alexander ist auch ein Produzent. Jetzt monatliche Kohle für euch, aber bitte nicht verbrennen. Alles Gute aus Luxemburg. Alex aus Luxemburg. Ja, du, ich hab hier zwei Fässer Öl bei mir im Keller stehen, die darf ich auch nicht verbrennen. Ja. Ich wurde jetzt schon bezahlt. 18 Dollar wurde mir gestern gegeben, damit ich das Barrel-Öl bei mir abstelle. Ja. Nehmt ihr auch schon Öl ab bei euch? Tja. Elo, ich glaube ja, dass bitte nicht verbrennen ist eher ein dezenter Hinweis an dich. Das kann sein, das ist wirklich, wenn hier jemand im Podcast raucht, ist, alle Kommentare sind, drehen sich nur noch ums Rauchen. Ich glaube, Thilo wird einfach die Kommentare highchecken. Wenn Wolfgang und ich rauchen, dann ist es noch mehr. Oh, dann geht's richtig ab. Ja, aber ich glaube, sie meinte. We must keep it in the crowd! So. Mhm. Ich glaube, es war ein R, Alexander. Ah, ja, R. Florian schickt 40, jetzt jeden Monat 5% meines Gehalts. Denn für Riesenrad, Essen und Puffjes fahren ist es zu schade. 5% sag mal. Das ist doch, das ist, kann man nicht meckern, ne? Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren. Es ist was ganz Merkwürdiges passiert. Hier stehen 39,79 Euro in einer Zeile, ohne Name, ohne Kommentar. Ich habe natürlich so Makros laufen, die das irgendwie hinformatieren. Kann sein, dass hier durch Automatismen irgendwas verloren gegangen ist. Ich komme vielleicht nochmal drauf zurück. Sehr gut. Vielen Dank an den unbekannten Geber. Vielleicht ist das eine neue Organisation. Anonyme Spender. Das kann natürlich sein. Es ist einfach super, mega anonym. Anonym. Ja, das kann sein. Sehr gut. Volker unterstützt uns hier im März und April. Er hat eine, wie nennt man das dann? Zwei-Monats-Bündelung gemacht. Ein Zweidrittel-Quartal. Grüße aus München, sagt er. Oh, Hotspot, setz deine Maske auf. Es ist Pflicht. Leon, schlimm ist das. Schade, schade auch für Deutschland. Bitte Quellen angeben. Schlimm ist das. Schade. Schade auch für Deutschland. Quellen angeben machen wir immer. Schwarz-Hawerschaft beendet. Sehr gut. Thorsten schickt 30 und hat damit den Dauertrag beendet. Das ist sehr treu von Thorsten. Ich erkenne ihn immer wieder am ausgezeichneten Infotainment. Danke ist Grußwort. Carsten sagt, richtig und wichtig, dass ihr nicht in Kurzarbeit seid. Grüße an Professor Jessen. Aha. Danke. Kannst du nicht mal seine Band-Version abspielen? Ich habe nur sein Dings hier. Professor Jessen. Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Wer ist die Hans-Jesser-Show? Ich meinte das hier, Stefan. Hast du das eigentlich immer deiner Liebsten gezeigt, Hans? Oder vorgespielt? Du weißt, welche Liebste ich meine. Du musst gerade überlegen. Meine Liebste. Diese Form von Entscheidungsschwierigkeiten habe ich nicht. Ich bin so schüchtern bei solchen Sachen. Weiß gar nicht. Wie, du hast es ja noch nicht gezeigt. Doch, bestimmt. Du weißt ja, Autokinos sind offen und demnächst ist in Berlin auch ein Hochhauskino. Ja. Stehen wir nämlich mit einer Leinwand vor deinem Fenster und spielen das unten. Wie so eine mittelalterliche Zirpser-Bend. Ich möchte aber, ich möchte eine kleine Erklärung zur Person abgeben. Ich bin in den letzten Tagen mehrfach gefragt worden, ob ich irgendetwas mit Philipp Jessen zu tun habe, der als Mitbegründer einer PR-Agentur sich einen Namen gemacht hat, die wiederum dafür gesorgt hat, dass die sogenannte Heinsberg-Studie veröffentlicht wurde. Nein, mit Philipp Jessen bin ich weder verwandt noch verschwägert. Würde ich jetzt auch sein. Ja, der Name Jessen, also alle Jessens kommen letztlich aus Norddeutschland, Schleswig-Holstein, deutsch-dänisches Grenzgebiet und da ist der Name so populär und der hat dieselbe Wortwurzel wie Jensen und das heißt auf Deutsch der Sohn von Jens und es gab in der Gegend früher mal offenbar viele Jense und die hatten viele Söhne und die hießen dann eben alle irgendwann Jessen oder Jensen. Also nicht jeder Müller, der Müller heißt, ist mit jedem anderen Müller verwandt und hier ist das auch so. Vor allem, wie kann man denn zu der Verwechslung kommen? Wir sind doch alle, das eine ist die Story Machine und das andere ist the Show Machine. Nein, es wurde einfach gefragt, bist du mit dem Verwandt? Nein. Das ist dein Sohn. Aber bist du doch alle miteinander verwandt? Stefan, ich habe dir eine Mail von Dustin weitergeleitet, der noch einen Ton von Hans geschickt hat, den wir noch nicht kennen. Kannst du dir mal vorspielen? Let's go. Das war Dustin. Hör mal einer an. Was war Dustin? Achso, Dustin war das. Ja, sehr gut. Ruwan, herzlichen Dank, Manuel, fürs Aufwecken, sagt er. Ralf unterstützt uns hier. Joshua, mein Name gesprochen wie geschrieben. Oh, ich habe es gleich richtig gemacht. Joshua. Schwarzhörerschaft beendet, das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Grüße an meinen Bruder in den Norden. Jawohl. Schwarzhörer, 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 Schwarzhörer. Deine Schwarzhörerschaft ist beendet. Es ist einfach gut für unser Land. Christina, Geburtstagsgrüße an Daniel in Berlin von deiner Schwester. Ja, das ist doch, das ist doch jetzt Claudia hier, ne? Happy Birthday to you. Bitte alle. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag. Also meine Geburtstagsgäste haben teilweise abgesagt, aber es haben auch welche zugesagt. Weder die eigentlich in Urlaub fahren wollten und nun nicht können. Also wenn man das mal so sieht. Also da hält sich die Waage sozusagen. Das hält sich die Waage. Das Problem ist bloß, hoffentlich macht die Gaststätte nicht zu. Hm, naja, ist wirklich. Hat er die letzten fünf Wochen noch auf Stein gelebt oder was? Ja. Ja. Ich frage mich, wie viele Daniels es in Berlin gibt, die eine Schwester namens Christina haben. Hoffentlich fühlt sich der richtig angesprochen. Und nicht alle 750. Friederik, ohne Aufwachenport, schlimm war das. Warte mal, das bezieht sich aber auf sehr alte Gegebenheiten, oder? Wir sind doch hier super treu jeden Dienstag da. Schade, schade auch für Deutschland. Es ist schlimm, ist das. Schade. Schade auch für Deutschland. Mhm. Nadine, vielen Dank für eure Arbeit. Lisa unterstützt uns. Martin ist ein First-Time-Spender. Mehr Frauen, bitte. Wegen Merkel. Hans ist leider keine Frau. Das ist aber Hans' Problem. Spender. Ja. Spender jetzt. Und hör auf, Schwarzhörer zu sein. Ich glaube, wir sind dieses Jahr sehr vorbildlich, glaube ich. Wir haben sogar mehr weibliche Gäste als männliche, wenn ich richtig gezählt habe. Ich wollte auch sagen, also meine Bereitschaft, hier verschiedene Rollen einzunehmen, geht sehr weit, aber sie hat ihre Grenzen. Ja. Und wir lassen dich auch körperlich unversehrt, falls jemand fragt, wie weit wir gehen. Thomas, für Osterarm, Österarm. Warte mal, was? Aufwachen für Österreich. Osterarm steht hier. Wer weiß. Ich bin ja von Österreich. Ach so. Sehr gut. Mehr Geld. Alle wollen mehr Geld. Mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld. Überall mehr Geld. Andreas schickt 21 Euro für den Aufwachen-Podcast im 21. Jahrhundert. Sehr gut. Alexander schreibt, die Bäume heiraten, das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Ich lese einfach mal weiter vor. Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns auf die Post-Corona-Hochzeitsparty Alex und Hanna. Angekommen. Das ist gut für unser Land. Ein Wen auch immer und wie das gemeint ist. Sehr gut. Ich vermute, das sind Menschen, bei denen das Wort Baum im Nachnamen vorkommt. Das gucke ich kurz mal nach. Nein. Nee? Ja. Allerdings kann es durchaus sein. Oder Wurzelwerk. Die Bäume heiraten. Die Bäume heiraten. Wäre eine naheliegende Assoziation. Wer weiß. Aber vielleicht ist es ganz anders. Alex und Hanna. Grüße an die sich. Die gehen doch nur zur Schule, oder? Ich wollte sagen, wie ist das mit Baumschulen? Wann werden die wieder geöffnet? Soweit ich weiß, sind die noch offen. Ich habe gestern einen gesehen im Wald. Baumschule? Die Tiere durften auch. Bei uns gibt es ein paar Baumschulen. Ja, wie ist das mit Social Distancing in der Baumschule? Werden die Setzlinge jetzt alle sozusagen versetzt? Ja. Und zwar nicht in Klasse 5, sondern 2 Meter Abstand? Ja, die werden alle nochmal neu ausgebuddelt. Hast du gehört? Die Blaumeisen sterben gerade auch an so einer Viruskrankheit. Bei der wohl nur Social Distancing. Aber ich meine, bei Blaumeisen ist das schwierig. Es ist vor allem problematisch, wenn die an einem gleichen Wasserloch volltanken. Es gibt wohl irgendwie schon 300.000 Todesteile ohne Blaumeisen. Klingt ein bisschen albern, aber ist wohl auch eine kritische Sache. Ich habe auch gelesen, das klingt wirklich albern, aber einige Blaumeisen husten. Keine Ahnung. Klärt uns bitte mal auf, falls ihr da Insights habt irgendwie. Den Blaumeisen geht es nicht so gut. Ich hätte auch gerne ein Tondokument. Ja, ich hätte auch gerne. Die Blaumeisen wussten. Claudia unterstützt uns und wir kennen sie schon, denn richtig und wichtig für Tochter und Mutter Julia und Claudia. Grüße an dieser Stelle. Ingmar, Charlotte, Marcel, Marco für den besten Politik-Podcast. Josefine macht einen Dauerauftrag. Das ist natürlich gleich richtig gut. Connecting the dots, ihr Penner. Tilo, Arschgeige Jung und Stefan Schulz und Ober-Pappnase Jessen. We connect the dots, Männer. We connect the dots. Währenddessen lese ich hier auf Twitter. Oh, es ist so zäh. Karl Lauterbach, Klammer auf, SPD, falls ihr es nicht wusstet, Karl Lauterbach ist in der SPD, fordert bundeseinheitliche Regelungen für Maskenpflicht. Studien zeigten, dass der Mundschutz etwas bringe, sagte er im Deutschlandfunk. Ja, einfach mal machen, Leute. Wie oft muss er noch zu Lanz gehen? Da hat er im Übrigen dazugelernt. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit ihm. Nicht wahr? Bei euch hat er gesagt, es nützt nichts oder was? So ist es. Beziehungsweise er war der Meinung, dass da ein Risiko drin ist, weil ja es die Leute in falsche Sicherheit wiegen könnte. Wenn ich mich nicht falsch erinnere. Aber auch Politiker dürfen dazulernen. Er ist ja auch Wissenschaftler und da gilt das besonders. Ja, das mit den Masken finde ich einfach quälend in Deutschland. Quälend, das quält mich so. Ingo, Dauerauftrag, our house is on fire und das stimmt. Klima, Leute, vergiss das Klima nicht. Weil wenn du die Situation wirklich entstanden hast und du trotzdem verhalten hast, zu agieren, dann wäre du schweig. Und das habe ich nicht glauben. Unser lieber Klaus, wir in Taiwan sind die guten Aufwarn-Podcast monatlich wie Rundfunkgebühr. Sehr gut. Sehr lustige Anekdote mit Klaus. Der wohnt in Taiwan, ne? Ist bei Jenny mehrfach im Podcast. Dann sagt ihm Jenny jetzt so, ey, wieso hast du mir beim letzten Mal nicht schon gesagt, dass ihr bei euch auch so Corona-Aktionen im Land habt? Und Klaus dann so, ja, wieso hätte ich das damals sagen sollen? War ja voll unter Kontrolle, so wie jetzt auch. Nur bei euch ist alles außer Rad und Band. Also in der Hinsicht von Taiwan lernen heißt ja auch gegen Corona siegen lernen. Wir sind die Gute. Simon schickt 14,08 Euro. Was hat es damit auf sich? Ah, damit Zwift auch weiß, was ich so höre. Er hat nämlich 15 Schweizer Franken geschickt. Die haben mal grob umgerechnet worden. Sehr gut. Markus, Zeiten zu ernst. Statt Harald Schmidt, bitte Greta. War es bei einer Abendshow oder was? Wiss ich auch nicht. You say you love your children above all else and yet you're stealing their future in front of their very eyes. Mhm. Ich finde allerdings Harald Schmidt und Greta. Mhm. Harald Schmidt und Greta sind keine Widersprüche. Die passen sehr gut zusammen. Das stimmt. Man muss ja auch intergenerational und fair denken, auch was Geschlechterweltnis angeht. Ja, absolut. Jürgen, für bestes wöchentliches Infotainment, danke. Wir sagen auch danke. Markus unterstützt uns genau wie Edward mit seiner Svenja. Erster Podcast, dann das Land und dann man selbst. Jawoll. Zuerst kommt das Land, dann eine ganze Weile nix, dann die Partei und die Person. Erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst. Und Annett findet es einfach nur geil hier. Oh, den habe ich lange nicht mehr gehört. Ja, ich finde das nur geil hier. Alexander und Susanne unterstützen uns mit dem Monatsbeitrag, wie sie schreiben. Sehr gut. Miriam unterstützt uns genau wie Anna mit ihrem lieben Jens, die Martha, die Friederike. Die ist nämlich im Aufwachen-Superpack. Ulrike unterstützt uns. Sie hört nämlich gerne Familien-Podcasts und sagt weiter so, Rieke. Kerstin unterstützt uns treu, ich glaube seit dem ersten Monat. Einfach spektakulär. Grüße, gehen Osten an dieser Stelle. Ich hatte, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf Instagram. Instagram zeigt dir jetzt ja mal an, was du vor fünf Jahren gepostet hast oder vor acht Jahren oder so weiter. Und dann war ja unser Bild, was ja unser Aufwachen-Bild geworden ist, wo wir im Zoo waren. Ja, im Zoo, ja. Und dann habe ich es einfach nur geteilt als Story und ich habe 20 verschiedene Nachrichten bekommen. Ich höre von Anfang an. Ich war schon vorher. Ich war schon vorher. Esther! Esther! Ich kannte euch schon, bevor ihr das Foto gemacht habt. Oh, das ist natürlich krass, krass, krass. Mareike, liebe Grüße, ihr seid großartig. Anna unterstützt uns, genau wie Nora Aspion mit seiner Christiane. Springend klingt die Münze, wir haben es vorhin schon gehört. Anna steht da tropfen, höht den Stein. Melina unterstützt uns mit Luxus-WLAN. Achso, weil Markus Luxus-WLAN so gut ist. Das ist natürlich gut. Markus, du bist systemrelevanter Infrastrukturanbieter und gibst Melina Internet, damit sie auch auf einen Podcast hören kann. Kirsten! Luxus ist ein gutes Stichwort nachher. Statt eines Kaffees am Bahnhof, denn Aufwarn-Podcast weckt besser. Anne-Christine unterstützt uns, Gerrit mit Katja zusammen, Nicole und Julia und noch einige ungenannte Kerle an dieser Stelle. Herzlichen Dank. For the many, not the few. Kann ich vielleicht noch mit schöneren Worten sagen, dass die Bundesregierung natürlich ein Land der Mitmenschlichkeit ist, dass die Menschenwürde jedes Einzelnen achtet. Und das ist nicht nur im ersten Artikel unseres Grundgesetzes nachzulesen, sondern täglich geliebte Praxis. Ja. Mhm. Okay, Masken, Leute. Masken waren auch in den Nachrichtenthemen, denn Masken ist ein recht einfaches Thema. Es geht um Papier, ein bisschen veredelt natürlich, Kautschuk. Ja, Tausende haben wir damit Erfahrung, worüber nicht gesprochen wurde. Waren die Apps, warum auch? Es ist kompliziert, da muss man ja irgendwas erklären. Also reden wir ja auch hier nur über die Masken. Vier kleine Clips, um mal zu dokumentieren, wie zäh die Diskussion so ist. Ein Blick allerdings nach Jena. In die Straßenbahn einsteigen oder gerade noch rechtzeitig reinspringen. Das geht in Jena seit einer Woche nur noch mit Schutzmaske. Die Stadt in Thüringen hat als erste in Deutschland eine Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und in Geschäften eingeführt. Mhm. Man darf jetzt, wenn man zur Bahn rennt, nur noch eine Maske aufhaben, damit das Atmen danach noch besonders intensiv. Also Jena wird auch eine sehr sportliche Stadt. Es wird jetzt sehr viel anaerob trainiert. Hochleistungsintensivtraining, um die Bahn noch zu erwischen. Aber die Bahn fahren noch und so weiter und so fort. Gerald Haug. Wir kennen ja viele Experten, kannten wir bislang nicht. Jetzt kennen wir plötzlich alle Gerald Haug, denn es ist der Hans, ne? Nicht zugehört, sorry. Aber Gerald Haug. Ja, weiß ich nicht. Was ist der Name, Gerald Haug? Okay. Im Moment nix. Bevor wir ihn nachher vorstellen, sage ich jetzt kurz dazu. Gerald Haug ist Chefe von der Leopoldina. Ah. Also sozusagen der erste Name, der unterschreibt bei dieser komischen Liste, was man so machen könnte. Und er hat sich auch zum Thema Mundschutz geäußert. Wir klammern es hier mal kurz aus, bevor wir ihn nachher ein bisschen ausführlicher hören. Guten Abend, Professor Haug. Guten Abend, Frau Atterley. Sie schlagen für bestimmte Bereiche wie Bus und U-Bahn fahren eine Art Maskenpflicht vor. Also immerhin gleich das erste Thema. Sehr gut. Dafür bräuchten wir Milliarden Masken. Wo sollen die herkommen? Reichen die Selbstgenähten? Na gut, die Selbstgenähten sind ein sehr guter Anfang, aber es passiert ja auch sehr viel, sowohl in der eigenen Industrie, aber ich denke auch über die Import-Tätigkeit. Mhm, okay, das war alles. Es entsteht sehr viel in der Import-Industrie und auch in den eigenen Produkten. Wir brauchen ja Fähigkeiten, haben wir ja letzte Woche festgestellt. Gerald Haug hat dann im Heute-Journal nochmal einen Spruch gemacht, den finde ich so ein bisschen... Naja, man muss aufpassen, dass die Masken nicht zu unattraktiv beworben werden von unseren verkopften Wissenschaftlern, sagen wir es mal so. Ich denke, der Mund-Nasen-Schutz, das ist das Neue cool und schick. Ja, das muss einfach ein sozialer Standard werden über Monate. Die Pandemie wird uns über Monate eigentlich, bis wir eine Schutzimpfung haben, begleiten. Mhm, der Mund-Nasen-Schutz muss das Neue cool werden und das Neue schick, sagt der Schäfer von so einem Akademiker-Verein. Leute, wenn er das sagt, wird es so kommen. Die sollen die 14-Jährigen das wirklich mal cool und schick finden, ja, wenn Opa daneben steht. Eigentlich müssten Oma und Eltern immer sagen, wie doof das eigentlich ist und wie scheiße und dann sagen die Kinder, fickt euch. Ja, in so einer ganz geheimen Aktion müsste irgendein super Rapper aus dem Dorf jetzt ein ganz krasses Album machen, das danach verboten wird und das heißt Maske, Maske, Maske oder so. Ja. Und natürlich bei Fortnite, allen eine Maske aufsetzen. Was macht eigentlich Uli Maske? Großkenn die Maske, wenn man ihn braucht, richtig, genau. Etwas länglich, allerdings wollte ich wirklich alles spielen, was zum Thema Maske vorkommt. Hier Markus Söder und wir wissen, er ist hier, das ist vergangene Woche, ja, schon im Modus. Er guckt auf seine Uhr, noch fünf Tage, bis ich es hingekriegt habe, die Leute zu überreden, dass wir es jetzt zur Pflicht machen können und so weiter. Also wir sehen hier seinen langen, 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 zähen Anlauf zum Thema Maskenpflicht, auch weil Ihnen die Freien Wähler da am Nacken sitzen. Und ich glaube auch, dass wir mindestens ein Maskengebot, ein Mundschutzgebot brauchen, weil dort nämlich durch die Öffnung eines Einzelhandels unglaublich viel wieder an Bewegung und an Gruppen zusammenkommt. Das Gleiche gilt übrigens am Ende auch für den ÖPNV, in Bahn und Bus über sowas zu überlegen, also eine Art effektiven Mundschutz zu organisieren. Ich bin schon sehr dafür, dass wir das strenger handhaben sollten, wobei man auch klar unterscheiden muss, dass klassische medizinische Maske, also die hochwertigen, die sind natürlich in erster Linie für unser medizinisches Personal. Dafür haben wir gar nicht genügend. Sie kennen ja die Situation auf den Weltmärkten und die nach wie vor noch mangelnde Produktionskapazität in Deutschland. Aber Mundschutz zu organisieren, normale Masken, Community-Masken, wie man sie so schön nennt, die können relativ einfach organisiert werden, hergestellt werden. Und da kann auch jeder einen Beitrag leisten, sich zu schützen, denn gerade im öffentlichen Nahverkehr, vor allem wenn irgendwann die Schule wieder stärker anfängt oder auch in den Geschäften, das glaube ich, wäre grundlegend sinnvoll. Und da wäre ich eher für einen weitergehenden Ansatz. Denn eines ist doch klar, wenn wir erleichtern, muss es gleichzeitig mehr Schutz geben. Beides korrespondiert miteinander. Also in Bayern herrschen jetzt nicht nur mehr, also im katholischen Bayern die zehn Gebote, sondern jetzt gibt es elf Gebote. Nämlich das Maskengebot. Das Maskengebot. Du sollst eine Maske tragen. Ja, aber es ist schon erstaunlich, durch welche Mühlen und welche Ochsen-Touren die Politiker hier über Wochen ziehen, damit es dann am Ende endlich akzeptiert wird, dass es jetzt wirklich keinen alternativen Weg mehr gibt als, bitte setz eine Maske auf, wenn du zu Rewe gehst. So schlimm ist es nicht. Nochmal der Vergleich zu asiatischen Ländern. Da sind wir Alphabetisierungsland. Ja, richtig. Alphabetisierung ist genau das richtige Wort. Wir lernen das kleine Masken-Einmal-Eins und die Alphabetisierung. Das kleine Masken-Einmal-Eins, sehr gut. Ja, da sind wir einfach Jahrzehnte zurück. Und du hast ja recht, wie elend und quälend von der Diskussion über die Produktion das ist. Aber wir müssen da im Moment in ein paar Wochen etwas aufholen, wo andere Länder und Kulturen einfach, das ist bei denen drin, das kennen die seit, ich weiß nicht wie vielen, zig Jahren. Stell dir mal vor, es kommt jetzt, wie alle befürchten. Die Schulen machen wieder auf, um das Schuljahr noch ordentlich abzuschließen und den Übergang in die nächsten Klassen und so weiter ordentlich zu regulieren. Dann sind Sommerferien, alle düsen quer rum und dann kommt im Herbst plötzlich so eine zweite Welle. Mit dem einen Unterschied, es haben alle Masken zu Hause und es wird absolut diszipliniert, außen, draußen Maske aufgesetzt. Von Tag 1. Ja, wir können uns hier fünf Wochen kognitiven Stress einfach ersparen. Das ist wirklich erstaunlich. Ich bin da völlig überzeugt. Gut. Wer berät uns, und damit ist natürlich unsere Bundesregierung gemeint, in dieser Krise? Es sind ziemlich viele Experten. Ja, die Brater. Ja. Das ist ein sehr beliebter Soziologenwitz. Was wirst du denn? Na, Brater. Was brätst du? Na, Hähnchen. Fisch. Und wenn ich Weltmeister werden will, brate ich Eis, ohne dass es schmilzt und trotzdem ist der gebackte Mantel durch. Ja, das sind dann die hochklassischen. Nein, wir werden von Beratern beraten, ist natürlich klar. Ja, und die Frage ist, welche, ja, weil Drosten meinte ja letztens in seinem Podcast auch, also ich habe schon wochenlang keine Politikberatung mehr gemacht, fragt man sich so ein bisschen, warte mal, wer berät denn jetzt die Regierung? Aber darüber haben wir uns ja auch schon hier unterhalten, dass es da so ein bisschen unklar ist. Gut, Pina Atalay beginnt mal, die Berichterstattung zum Thema Experten, Experten, Experten. Warum Leopoldina? Warum ist es so wichtig? Was ist das für eine Gang, die da plötzlich auftrat? Heute hat sich die Tür für eine Perspektive nach der Kontaktsperre einen Spaltbreit geöffnet. Die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, hat ziemlich klare Empfehlungen vorgeschlagen, wie die Corona-Maßnahmen gelockert werden könnten. Diese sind sehr ernst zu nehmen. Die Kanzlerin selbst hatte vor den Ostertagen gesagt, wie wichtig ihr die Studie der Forschergruppe sein wird. Also die ganze Reputation dieses Landes besteht jetzt darin, dass er selbst, also die Akademie, wieder einen Kreis zusammen aus Mitgliedern, die selber nicht Akademie-Mitglieder sein müssen. Allerdings hat man dann auf das eine oder andere Mitgliedschaftsargument nicht geachtet. Das sind also 22 Männer von 24 Frauen, alle sind in irgendwie höherem Alter. Also keine Mütter oder so groß, die da auch mal noch was mit und dann, aber weil Merkel drauf hört, ist das jetzt so, keine Ahnung. Das ist für die Tagesthemen richtig. Also ich kann mir das ehrlich gesagt nicht erklären. Sie sind 24 Wissenschaftlerwild zusammengewählt und weil Merkel sagt, auf die höre ich, ist das dann irgendwie, das ist mir zu rentnerpublikanisch, keine Ahnung. Oder? Also es ist mir lieber, dass sie auf die hört, als auf Story Machine. Ja gut, das ist aber jetzt auch. Aber trotzdem, da wird ja ein Mechanismus sichtbar, der wirklich auch fatal ist. Und Politiker stellen sich auch Beratungsgremien so zusammen, wie es ihren Vorstellungen, auch politischen Zielen entspricht. Da muss man vor allem bei Laschet gesehen haben. Ja, also das ist aber, das ist aber wirklich generell, das gilt für, das gilt für alle politischen Strömungen und Richtungen, die jeweils an der Macht sind. Die stellen sich ihre, die wollen natürlich immer ihr Handeln legitimieren und sagen, ja guck mal hier, da steckt Expertise dahinter. Aber die Zusammensetzung dieser Gremien, das ist nicht pure, neutrale Wissenschaft, die gibt es da überhaupt nicht. Sondern da werden Menschen reinberufen, von denen diese Regierenden, die jeweils Regierenden denken, naja, da wird schon das für mich Richtige bei rauskommen. Und das ist ein Stück weit auch fataler Mechanismus. Weil du weißt immer nicht, folgen jetzt tatsächlich die Regierungen, Experten, die wenigstens noch halbwegs versuchen, sich ein Bild auch aus unterschiedlichen Ansätzen der jeweiligen Wissenschaft zu machen. Oder setzen die stromlinienförmig um, was sie als Wissenschaftler, geehrt dadurch, dass sie in dem Beratungskremium drin sind, annehmen, dass von ihnen erwartet wird. Wie die Anteile dieser, ich finde, problematischen Dialektik jeweils aussehen, weiß ich nicht. Aber das ist ein System, das bei mir auch Unbehagen erzeugt, wirklich. Und nicht nur bei Corona. Ja, ist wieder Amina See dabei, der da wieder allen sagt, das ist ganz komplex alles und so. Ja, ist das doch seine Rolle als Soziologe oder nicht? Ich hätte ein paar andere Namen auf meine Liste, auf meine Shortliste als andere Kandidaten. Nein, andere als Amina See? Man nimmt dann halt den guten Münchner. Naja, jedenfalls ist jetzt deswegen dieser Gerald Haug überall zu hören, ja, weil, ich weiß gar nicht, ist er bei dem Gremium dabei? Er ist jedenfalls Chefe von der Akademie der Wissenschaften, die allerdings nicht gleichzusetzen ist mit dem Beraterkreis, denn da sind nicht alle Mitglieder und so weiter. Das geht drunter und drüber. Wir fragen uns ein bisschen, wer ist denn das und so. Er weiß jedenfalls, uns mitzuteilen. Wir werden über Monate mit dem Coronavirus, mit der Pandemie beschäftigt sein. Eigentlich wird die erst enden, wenn wir einen Impfstoff haben. Also unser Vorschlag war natürlich da, wo es besonders wichtig ist, dass die Gesellschaft weitermacht, zeitnah anzufangen. Das heißt natürlich nicht morgen, das heißt natürlich auch nicht vielleicht am Montag direkt nach den Osterferien. Das muss ja alles gut vorbereitet sein. Wer ist er? Keine Ahnung, wer ist. Es ist mir alles schleierhaft. Jedenfalls, Thilos Lieblingsfrage. Was ist dein Menschenbild? Wurde dann hier mal gestellt. Und oh Wunder. Die Grundhaltung der Leopoldina ist, dass das menschliche Leben, der Schutz des menschlichen Lebens an oberster Priorität steht. Na sowas. Da hätte ich mich jetzt aber jetzt überrascht, wenn er gesagt hätte, naja, wer weiß, es ist jedenfalls. Das ist so wie ein CDU-Lehrer. Ja, christliches Menschenbild. Er soll uns so ein bisschen drauf einstimmen. Ja, ja, es dauert wirklich, wirklich lange. Müssen wir auch damit rechnen, dass gerade so Dinge wie Konzerte beispielsweise oder Stadionbesuche im Fußballstadion bis dahin zu verzichten sind? Das wäre sicherlich sehr klug und ob es dann eineinhalb Jahre dauert, muss man abwarten. Es gibt optimistische Einschätzungen, aber es wird sicherlich viele Monate dauern. Es kann bis zu eineinhalb Jahre sein. Tja, die Frage sollte sie wahrscheinlich aus der Sportredaktion stellen. Ja, hier, Sportschau, wir haben kein Material mehr. Dann können wir wieder Fußball senden. In Deutschland geht es ja immer noch, ne? Aber die ramekranischen Fernsehsender, die nun mal komplett nur Sport machen so, die gehen gerade ganz schön auf dem Zahnfleisch. Weil da gibt es wirklich nichts zu melden gerade. So, jetzt haben wir Gerald Hauke vorgestellt bekommen. Es sind irgendwelche neuen Experten, Exporte, ne? Lass mich dazu nochmal sagen. Expertenexport. Weil ich ja vorhin mit dem Namen gar nichts anfangen wusste. Ich weiß jetzt auch wieder, warum. Das war eine schlichte Verdrängung. Ich habe dieses Interview auch gesehen, als das live gesendet wurde. Du sollst so werden. Ich habe mich sowas darüber geärgert, gesagt, das ist der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Und was erlebe ich hier? Einen, der fast platzt im Versuch seriöser wissenschaftlicher Neutralität, Selbstdarstellung. Ich finde, durch so eine Performance diskreditierst du dich eigentlich eher, als dass du dich glaubwürdig machst. Und da habe ich diesen Namen einfach verdrängt. Ja, vor allem diese Akademie der Wissenschaften, das ist ja alles schön und gut, wenn die mir die letzten Jahre ehrlicherweise und mit eigenen Bemühungen auch mal was zum Klimawandel und so weiter, wenn ich den Namen schon mal gehört hätte und so. Jetzt kommt plötzlich diese Leopoldina und erklärt mir irgendwie, der Gerald Hauke, es dauert noch lange. Danke, das wusste ich auch. Und ich kann nicht ins Stadion gehen. Na gut, das wusste ich auch schon so. Also es ist wirklich sehr merkwürdig. Da leidet allerdings auch das Fernsehpersonal darunter. Denn mit diesen neuen Wissenschaftlern, die wir jetzt haben, da kann man ja gar nicht richtig die alten Formate bedienen. Man versucht es dann aber trotzdem. Hier, Marietta Slomka im heutigen Journal. Auf der einen Seite steht Team Laschet sozusagen, die nordrhein-westfälische Landesregierung in engem Verbund mit der Bonner Universitätsklinik. Okay. Wer steht denn auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite stehen Skeptiker wie der Charité-Virologe Christian Drosten oder die Infektionsforscher der Helmholtz-Gemeinschaft, die von Lockerungen dringend abraten. Okay, es ist doch wieder Kampfsport, ja. Team versus Team. Das ist wissenschaftliches Horse Race. Genau, das ist Horse Race. Wir überspringen den ganzen Bericht. Wir hören nur die allerletzten finalen Töne, ja. Es bleibt spannend. Wow, es bleibt spannend, geil. Ich bin auch ganz gespannt, wie das weitergeht. Gut, Marietta Slomka begrüßt den Nächsten, den wir hier noch nie vorgestellt bekommen haben, aber es wird uns wieder erzählt, der kennt sich aus. Stimmt wahrscheinlich ein bisschen mehr als bei dem Gerhard Haug, der nunmehr so einen Verwaltungsposten hat. Ich bin Chef von der Leopoldina. Wir hören jetzt Michael Mayer-Hermann von diesem Helmholtz-Zentrum, das plötzlich ins Bild gerückt ist, nachdem die Verdoppelungszahlen und die R-Zahlen und alles so in so einen Topf gerührt wurden und dann es plötzlich hieß, also diese Modelle kommen vom Helmholtz-Zentrum. Also hören wir jetzt mal beim Helmholtz-Zentrum nach, was da so Sachlage ist, ja. Also wirklich, die Nachrichtenproduktion ist auch ein bisschen lustig, muss man echt sagen. Also gut, Marietta Slomka begrüßt ihn mal. Wir wollen noch mal über Zahlen sprechen mit Professor Michael Mayer-Hermann. Er ist Leiter der Abteilung Systemimmunologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Was sagen Sie denn zu unseren aktuellen Quoten? Die Zahlen sind doch ganz gut, oder? Sie wollen über Zahlen reden. Genau, Sie wollen über Zahlen reden. Jetzt kommt die R, die Reproduktionszahl, über die man im Grunde auch mal sagen kann, das ist ein ganz schön sozialwissenschaftliches Konstrukt, weil so ein Virus interessiert sich sehr dafür, ob es gerade in so einem südkoreanischen Pilgerkreis, wo sich alle aufeinander stapeln, weil, keine Ahnung, das irgendwie sakral abgefeiert wird, ja, diese Körperlichkeit, oder ob Oma Erna einsam seit drei Wochen sowieso schon keinen Besuch mehr hatte, in ihrem Altenheim liegt. Da ist die sehr unterschiedlich, diese Ziffer. Die kann man nicht allein aus der Biologie rauslesen. Stellt sich also die Nachfrage, was ist denn jetzt mit dieser R-Zahl, die Sie da bei diesem Heimatzentrum so rausrechnen? Die Bundeskanzlerin hat sich heute auch noch mal zu Zahlen geäußert und nahm diese Reproduktionsrate, also die Menge, die ein einzelner infizierter anderer ansteckt. Sie sagte, die ist jetzt bei 1, aber das ist eine heikle Sache. Schon bei 1,1 wären wir im Oktober an den Belastungsgrenzen, bei 1,2 sogar schon im Juli. Dann fehlen uns die Krankenhausbetten. Das sind ja genau die Berechnungen, die Sie in Ihrem Institut auch anstellen. Können Sie das so bestätigen? Ja, das kann ich voll bestätigen. Und ich bin an der Stelle sehr froh, dass unser Helmholzpapier tatsächlich ernst genommen worden ist. Wir haben in diesem Helmholzpapier genau diese Analysen gemacht und haben festgestellt, dass wir auf einer Gratwanderung sind, wenn wir jetzt hier mit R gleich 1 agieren und an der Stelle Lockerungen machen. Deswegen bin ich auch sehr erleichtert, dass heute der Beschluss der Regierung so ausgefallen ist, dass im Wesentlichen die Strategie beibehalten wird. Wir wollen alle Leben retten. Aber dieser Typ ist mir ein bisschen zu biased, in seiner Rolle mir eher zu erklären, dass er sich dann gleichzeitig noch froh darüber zeigt, dass seine Forschung, also da ist, bin ich nicht ganz zufrieden damit. Auch wenn ich das Ziel teile. Aber vielleicht wurde er gebrieft vorher. Jetzt nicht zu wissenschaftlich reden, auch nicht so, sondern einfach nur denken Sie daran, Oma Erna guckt zu, die versteht das eh nicht. Ich glaube nicht, dass der gebrieft werden musste, sondern wir haben es da tatsächlich mit einer Kampfsituation zu tun. Das ist auch nicht einfach Horse Race, sondern hier ist wirklich der Ansatz Leopoldina in Verbund mit dem Ansatz, sagen wir mal NRW, zu sagen, die Zahlen sind so, dass wir möglichst bald Lockerung, um die Kollateralschäden zu vermeiden, machen können. Und Helmholtz dagegen, das ist wirklich die andere Position, die sagt, nee, das kann man aus den vorhandenen Daten einfach so nicht ableiten, sondern unsere Interpretation des Datenmaterials ist so, dass man eigentlich noch nicht so schnell lockern kann. Das sind zwei Lockerungen oder noch weiter festhalten. Das waren die beiden Positionen. Und wenn er dann sagt, ich bin schon froh, dass unsere Position sich da durchgesetzt hat, da musste man ihn gar nicht briefen. Darum ging es tatsächlich. Auch diesen, ich sag mal, auch irgendwo politisch ein Stück weit verankerten Forscherteams, denen geht es schon auch darum, welche der strategischen Positionen setzen sich da durch. Ja, in deren Sicht für Medienwissenschaftler noch sehr interessant, wie das hier gerade kommuniziert wird. Ja, und lass mich, ich möchte noch eins sagen zu dieser R-Zahl. Das wird jetzt immer so verkauft, als sei das ein Wert, wo man sagt, ah, jetzt wissen wir genau, ein Infizierter steckt im Durchschnitt einen an oder 1,1 oder 0,9 oder 0,8. Das sind keine, und das sagt, also die Zahlen kommen ja ursprünglich vom Robert-Koch-Institut, mit denen da gearbeitet wird. Diese Zahlen sind keine Werte, die aus tatsächlichen Daten direkt ablesbar wären. Sondern es sind Modelle, die auf Schätzungen basieren, die auf Schätzungen basieren. Also es ist sozusagen eine doppelte bis dreifache Schätzung. Diese Modelle sind der Versuch, und die werden auch dauernd abgedatet, da werden Faktoren verändert und so weiter. Es ist ein Tool, ein Handwerkszeug, aber man muss wissen, es ist eine Schätzung. Es ist nicht ein objektiv nachgewiesener Wert. Und das muss man einfach wissen, wenn man über diese Reproduktionszahl redet. Ja, du glaubst gar nicht. In der BBK frage ich ja so beim BMG auch immer zur R-Zahl nach. Und die können ja immer sehr, sehr wenig darauf antworten, um es mal gedinne auszudrücken. Aber du glaubst gar nicht, wie viele Kollegen dann im Nachhinein auf einen Zug kommen und sagen, was sollen diese Fragen, machst du jetzt den Augstein? Was zweifelst du das an? Also wir hören nachher noch so einzelne Werte, dass in Deutschland derzeit 12.000 Intensivbetten leer stehen und wir vor fünf Wochen diese flatten the curve, wir wollen es nicht überlasten und so weiter, dass es da einen sehr großen Shift gab in der Kommunikation. Ich für mich sage ganz klar, der R-Wert, der deutschlandweit gemittelt ist, interessiert mich null. Was hat denn der für eine Aussagekraft? In Mecklenburg-Vorpommern, wo sieben Fälle auftreten und ich weiß, das kann dort lokal geregelt werden. Also das Gesundheitsamt, das für dich zuständig ist und deine Telefonnummer kennt, kann dir einfach Bescheid sagen oder du dem. In Amerika sehen wir ja schon eine Diskussion, dass es da nicht mehr auf föderaler Ebene geregelt wird, sondern dass die Gouverneure das da selbst machen oder sogar die Städte. Das wundert mich, dass man in Deutschland davon noch nicht ganz so, also dass das hier noch nicht so Fuß gefasst hat. Als würde man jetzt irgendwie, wie wird denn das Wetter morgen in Deutschland und dann kriegt man so eine gemittelte Temperaturangabe und dann soll das irgendeine Aussage haben, beim Niederschlag genauso. Nein, das muss natürlich lokal runtergebrochen werden und es muss konkrete Handlungsanweisungen für mich geben. Was ist denn jetzt in Frankfurt los? Und wenn man in Deutschland weit irgendwie eine R-Mittel, das ist mir dann auch egal. Ja, ich finde nicht, dass es einem egal ist, sondern das, was du eben beschrieben hast, dass man von der Situation lokal und wegen mir auch noch regional ausgehen muss, das ist richtig. Gleichzeitig dieser R-Wert, wenn man ihn mal als Größe ernst nimmt, die wenigstens einen Trend angibt, wenn man dahin kommen will, dass man tatsächlich Infektionsketten dadurch unterbrechen kann, dass man Tracing machen kann, dass man also Infektionswege wieder nachvollziehen kann. Die halten ja nicht an lokalen oder Landkreisgrenzen an. Wenn du tausend Menschen hast als Neuinfektion am Tag, tausend Menschen und von denen hat jeder nur 30 Kontakte, da sind 30.000 Menschen, die du überprüfen musst. Und die wohnen nicht alle in Frankfurt, selbst wenn es da auftritt. Das bedeutet die Frage, wie sind die Kapazitäten von Gesundheitsämtern zur Nachverfolgung und Eindämmung und Unterbrechung von Infektionsketten, da ist ein bundesweiter R-Wert, ist schon tefreich. Der muss gekoppelt werden mit dem, was du beschreibst. Aber ich finde, man kann nicht sagen, er ist mir wurscht, weil beide Dimensionen dabei eine Rolle spielen. Ja, also ich will noch mal ganz konkret werden. Gestern wurden 1323 Neuinfektionen gemeldet. Am 20. April. Zwei Drittel davon entfallen auf Bayern und Baden-Württemberg. Und dann gibt es noch Hotspot NRW. Das heißt, auf Restdeutschland, mal Bayern und Baden-Württemberg ausgeklammert, alles nördlich davon, hat es mit 400 Fällen oder so zu tun. Es kann mir keiner erzählen, dass die Gesundheitsämter damit nicht klarkommen. Und da keine Fallverfolgung machen können. Von mir aus auch einen lokalen, pauschalen Lockdown. Aber der deutschlandweite Lockdown, wie er gerade gemacht wird, verlängert wird und auch weiter gefordert wird, der muss sich hier anders rechtfertigen. Man kann jetzt nicht einfach Lockdown verlängern, weil wir es die anderen fünf Wochen auch schon gemacht haben. Sondern man muss wieder von der Freiheit aus argumentieren, warum es jetzt notwendig ist, den Lockdown zu machen. Und diese Argumentation, und da gebe ich Augstein auch so ein bisschen recht, die fehlt in Deutschland. Man hat diese gesamtpauschalen Werte. Nee, das stimmt doch gar nicht. Wir haben keinen nationalen Lockdown. Alles, was wir an Lockdown haben, sind Verabredungen zwischen Bundesländern. Und das macht jedes Bundesland für sich selbst. Das ist nun wirklich Föderalismus hoch drei. Und das Problem ist, wenn die Bundesländer in ihren Maßnahmen zu weit auseinander klaffen, das hatten wir früher oder vorher gehört, bei den Einzelhändlern oder so, dann läuft natürlich der Baden-Württemberger Amok und sagt, unsere bayerischen Kollegen können schon wieder aufmachen oder umgekehrt. Das heißt also, es jetzt wieder sozusagen nur zu regionalisieren oder zu lokalisieren, eröffnet eine zweite Ebene von Problematik, die man auch nicht ignorieren kann. Das gilt für den Konsum. Da bin ich auch absolut einverstanden. Also beim Konsum einer Meinung. Beim Thema Vereinssport, Kinderbetreuung und Schule finde ich, ist es schwer zu rechtfertigen in Mecklenburg-Vorpommern, warum man da ... Das ist richtig, ja, ja, ja. Da muss man eine andere Regelung finden als in Bayern, weil das ist einfach um Faktor sieben ein anderes Problem. Größer als Faktor sieben. Und das ist einfach eine andere Grundlage. Auf der Ebene gebe ich dir recht. Ja, es gibt Felder, Handlungsfelder und Beschneidungsmaßnahmen, die kannst du sehr gut und musst du sehr gut lokal oder regional regeln. Bei anderen geht es nicht einfach nur in regionaler Unabhängigkeit. Und auch diese Ebenen musst du wieder zusammenbringen. Ja, ja, aber ich würde trotzdem sagen, regional, sachlich, ganz differenziert ist an die Sachen rangehen. Nicht mehr pauschal, sondern wirklich einzelne Kindergärten jetzt betrachten und sich fragen, also in diesem Dorf mit der einen Zugangsstraße, können wir das irgendwie so regeln, dass die Kinder jetzt einfach einen Kindergarten können? Ja oder nein? Und die Antwort sollte meistens ja sein. In der Hinsicht finde ich, es wird halt noch schwierig, weil das drückt natürlich auch, die Argumentation mal ein bisschen zu verlagern von, ist zwar schön, dass Merkel jetzt so präsent ist und so weiter und diese tollen Erklärungen macht, ja und dann alle das auf Twitter teilen, aber dass hier nur die Bundesebene zuständig ist und der Rest mal so auf dieses, damit es nicht unfair aussieht und so weiter. Wo ist denn die Bundesebene zuständig? Wo ist denn nur die Bundesebene zuständig? Also Hans, Wo hat Merkel etwas verkündet? Ja, pass auf, es ist ja so wie damals bei dem Fußballspiel, der Innenminister gibt eine Empfehlung, an die sich die Ministerpräsidenten halten und plötzlich ist so ein Nationalmannschaftsspiel, findet nicht statt. Die Bundesländer haben miteinander vereinbart, dass sie es gleichmäßig machen. Was sie nicht tun. Was sie noch weniger tun sollten, als sie es jetzt gerade tun, das wäre meine Forderung. Ja, aber sie tun es auch jetzt schon nicht. Ich finde, sie sollten es noch mehr unterschiedlich machen. Ja, kann man ja fordern, aber deine Grunderklärung, wir hätten hier eine Top-Down, Merkel gibt vor. Nee, das habe ich nicht gesagt. Na, du hast gesagt, wir hätten eine nationale Regelung, haben wir nicht. Ich meine, überleg doch mal, letzten Mittwoch ist, bevor es diese Ministerpräsidenten- und Kanzlerin-Runde gab, ist da schon so ein Papier geflotet von der Regierung. Vergleicht das doch mal mit dem, was dann danach abends verkündet wurde. Das ist schon ein Unterschied, Stefan. Also da haben die quasi Merkel einige Sachen wieder ausgeredet. Ja, 800 Meter, 800 Quadratmeter und so. Ja, also ich will es abschließen und nur sagen, mich interessiert nur, was mein Gesundheitsamt in Frankfurt sagt. Leopoldina, Merkel gibt irgendwie eine Empfehlung, weil sie mit dem Ministerpräsidenten zusammengesessen hat und dann kommt irgendwie der Ministerpräsident von Bayern und erzählt, Maskenpflicht finde ich schön, weil ich finde, Maskenpflicht sollte überall sein und bisher war Söder immer Vorreiter. Nur mich interessiert diese Frankfurter Situation und wenn hier in keinerlei Richtung und zwar erwiesenermaßen 50 Kilometer weit Corona ist, dann möchte ich gerne in meine Turnhalle gehen und da Sport machen. Das ist mein Problem und ich will auch, dass das Freibad aufmacht, damit ich da morgens schwimmen gehen kann. Da sind eh nur drei Leute. Ich war doch noch nie mit mehr Leuten als mit zehn Leuten in einem 50-Meter-Becken. Das ist doch irre. Was glaubst du, wie voll das Freibad wird, wenn es morgen aufmacht? Deswegen sollen die Schulen mit aufmachen, damit die Kinder mal in die Schule gehen. Aber es ist doch trotzdem interessant, ich meine, du musst ja nicht jeder sich damit beschäftigen, aber es ist doch trotzdem interessant, weil die Gesundheitsämter müssen ja auch irgendwie sich eine Meinung bilden und irgendwelche Studien verfolgen. Also die leben ja auch nicht im luftleeren Raum, darum sind die Studien, die dir jetzt vorgestellt werden, ja gar nicht so doof. Also ich habe eine Uniklinik in Frankfurt, ich habe ein Gesundheitsamt, das fit ist, ich habe einen Bürgermeister, der finde ich, die Sache gut macht. Aber du machst immer wieder einen Fehler, dass du immer von dir ausgehst. Das betrifft aber jeden Landkreis. Betrifft jeden Landkreis. Jedes Landkreis hat ja ein Gesundheitsamt, dass ich genau, wo hat denn das RKI die Zahlen her? Natürlich von den Landkreisen. Ja, aber zum Beispiel meine Oma Helga hat eine ganz andere Situation als Frankfurt. Also du hast dein nächstes Krankenhaus und die nächste Notfallstation ein paar Meter von dir entfernt. Oma muss 60 Kilometer mit dem Auto fahren. Ja, deswegen kann man das ja auch durchaus unterschiedlich machen, wie so die Sachlagen sind. Findest du nicht? Also man sollte grundsätzlich in Deutschland, bis die Fälle unter 300 am Tag sind, alles Lockdown. Ist mir zu viel. Ist mir zu viel Lockdown. Ich bin da kein Experte, aber ich fahre eher die vorsichtige Schiene. Also ich bin da eher so bei Lauterbach und Merkel. Ja. Also der Helmholtzmann, der ist hier an diesem Punkt jetzt sehr deutlich und ich finde, das ist dann auch wieder gut, weil er sich hier sozusagen mit offenem Schild präsentiert. Epidemiologisch gesehen ist jede Lockerung falsch. Also da kann man gar nicht drum herumreden. Auch diese Lockerung ist epidemiologisch falsch. Und gerade weil wir und auch was Frau Merkel vorgerechnet hat, wissen, dass die Reproduktionszahl bei 1 liegt, ist natürlich jede Lockerung, wenn sie irgendeine Auswirkung hat, im Endeffekt ein Ansteigen dieser Reproduktionszahl in einen Bereich, der letztlich wieder zu einem exponentiellen Wachstum führt. Deswegen appelliere ich an der Stelle, dass man wirklich aufpasst jetzt und genau hinschaut. Ja, aber wenn das Ziel ist, SARS jetzt hier in Deutschland auszurotten, dann bin ich auch dafür, dass sich alle damit einverstanden erklären. Dann machen wir vier Wochen komplett Lockdown und hoffen, dass wir auf unter zehn Fälle pro Tag kommen. Das sollte ja ein erreichbares Ziel sein. Dann halten wir die Grenzen aber auch an, bis der Impfstoff da ist, zu. Und dann wird ja auch nicht eingereist ohne zwei Wochen Quarantäne, sondern dann richtig. Aber so dieses zuerst flettende Curve, dann ist die Curve ganz schön geflettet. Das muss man echt mal sagen, die ist ganz schön geflettet worden. Ja, da gab es ganz schön viel. Das schaffen wir nie, unter diese Leistungsgrenze zu kommen. Jetzt liegen wir 10.000 Betten, ein Drittel, ja, unter dieser Leistungsgrenze des Gesundheitssystems. Und jetzt wird hier so untergemogelt, ja, wir könnten es auch ganz ausrotten, aber da müsste man dann schon rein epidemiologisch rangehen und sagen, also dann ist jede Lockerung falsch. Mir ist das so ein bisschen zu sehr hin und her. Vielleicht sollte Merkel auch mehr Machtworte sprechen. Aber hör noch mal Lauterbach bei Jung und Leif. Also da erklärt dir noch mal diese Suppressionsstrategie, die ja jetzt quasi seine Variante ist. Und zurückzukommen zur Ehr-Sache, da sagt Lauterbach ja aktuell auch, wenn wir das bei 1 halten, dann gelten harte Einschränkungen für zwei Jahre. Und die Alternative, die er bevorzugt ist, runter auf 0,2. Ja, aber dann muss er die Bundesregierung überzeugen. Und die muss dann die Landesregierung überzeugen, das auch zu machen. Richtig, richtig. Das sehe ich aber nicht, dass das stattfindet. Das ist so ein Hin- und Her-Geschwaber irgendwie. Ja, weil es ja auch in den Kriterien, die du ansetzt, ein Hin- und Her gibt und auch geben muss. Also der Helmholtzmann ist ja insofern, das finde ich gut, dass er sagt, nämlich rein epidemiologisch gesehen, müsste man. Und da ist er insofern ehrlich, als er damit auch deutlich macht, es gibt aber nicht nur das epidemiologische Kriterium, sondern es gibt die Ökonomie, es gibt die Psychologie. Wie du hast vorhin genannt, wie viele zusätzliche Herzinfarkt-Tote haben wir eigentlich, weil sozusagen als kollaterale Wirkung von Corona. Und diese anderen Dimensionen, die in ihrer Bedeutung und Gewichtigkeit verschieben sich täglich und wöchentlich. Du musst im Grunde im Moment ein täglich neues Krisenmanagement machen. Ich weiß gar nicht, wie Regierungen national, regional oder auch lokal das überhaupt schaffen können. Aber das ist das, worum es gemacht wird. Und da hilft, finde ich, überhaupt kein Weg zu sagen, jetzt machen wir es nur so oder nur so. Der komplette nationale Lockdown ist kompletter Quatsch. Was ich mir wünsche, ist es vernünftige Mechanismen des Austauschs gibt zwischen den Landesebenen, der Bundesebene, den Kreisebenen und den lokalen Ebenen, wo die sagen, nach welchen Kriterien, was gilt es zu vermeiden, was sind die größten Schäden, die wir zu befürchten haben, wie vermeiden wir die. Und dann wird es hoffentlich dabei rauskommen, da bin ich dann wieder bei dir, dass wir für Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern andere Lösungen finden als im bayerischen Hotspot. Aber wir brauchen den Mechanismus, wir brauchen den Mechanismus, der es Politikern und Wissenschaftlern ermöglicht, in einem permanenten Update-Prozess, unter Umständen machst du heute eine Regelung, wo du nächste Woche sagst, sorry, müssen wir wieder rückgängig machen. Ja, also für Mecklenburg-Vorpommern, ich wäre total dafür, sage ich jetzt mal ganz deutlich, die sind jetzt in der Situation, wenn die die Grenzen wirklich schließen von Mecklenburg-Vorpommern und auch die innerdeutschen und sagen, nur noch dieser Gütertransfer und so, der notwendig ist, aber keine Menschen reisen mehr hin und her. Das ist ja eigentlich so. Ja, dann müssten jetzt noch eine Woche richtig harten Lockdown machen. Diese 50 Fälle, die dann noch aktiv sind, auskürzeln lassen, die wissen ja, wo sie sind. Das kommt ja noch gut dazu, ja, auf der Haben-Seite. Und danach können die wieder aufmachen. Da können die ihre Schulen wieder betreiben, können Vereinssport machen und so weiter. Unter Beobachtung, weil wenn die dann auftauchen, die Fälle, hat man sie sofort im Blick und dann weiß man genau, wie es wirkt. Ja, dann weiß man genau, was man dann tun muss. Und deswegen kann man das dort experimental einfach machen. Man könnte dort in Mecklenburg man das einfach machen. Bayern ist davon natürlich meilenweit entfernt, weil da ist es gerade überall. Das schlummert überall. Und setzt wieder voraus, dass du, wenn du dieses, ich finde den Weg interessant, wenn man, oder auch richtig zu sagen, wenn wir es so weit zurückgedrängt haben, dass wir neu auftretende Fälle schnell erkennen und dann auch tracen können und dann da die Infektionskette da unterbrechen können. Das wiederum geht überhaupt nur, wenn du genügend Testkapazitäten hast. Und zwar nicht nur von den Testkits her, sondern auch von den Laboren und so weiter. Es nützt ja nichts, jetzt irgendwie zu sagen, ich habe hier Anzeichen, wenn du weißt, erstens die Hälfte ist ohne Symptome der Infektionen und zweitens, dann dauert es, selbst wenn du einen verdächtigen Testest, dauert es zwei Wochen, bis das Ergebnis da ist. Dann funktioniert dieser Ansatz aus Gründen der Zeitverschiebung nicht. Ja, kann man aber reagieren. Das heißt, in die Voraus sagst du so einen. Ja, so nach zwei Monaten sind genug Tests da und man weiß auch, wie man das Ergebnis nach einem Tag hat und nicht nach drei Wochen faxeln und her schicken. Das hat sich ja mittlerweile so ein bisschen herausgestellt, wo die Lücken sind. Der Helmholtzmann hier. Ja, ich wollte nur sagen, ich habe gerade herausgefunden, dass in Berlin-Mitte, wo ich lebe, es mehr Infektionen gibt als in meinem Heimatland. Ja, siehst du? Da kommen weniger Infektionsfälle als Berlin-Mitte. Ja, Berlin-Mitte ist natürlich auch Durchzug, Einzug, Auszug. Ja, da ist viel mehr Bewegung als in Mecklenburg-Vorpommern. Komplett so, ja, gerade wenn da keine Touristen sind. Gut, der Helmholtzmann, der ist... Macht Mitte dicht. Macht Mitte dicht. Thilo Jung darf nicht mehr aus Mitte raus. Er ist jedenfalls klar entschieden, ja, und er sagt es auch ganz, ganz deutlich hier. Wäre es auch möglich gewesen, zu sagen, wir rotten dieses Virus quasi aus, indem wir jetzt die Leute noch zwei Monate zu Hause halten oder etwas Ähnliches? Ja, die Regierung scheint an der Stelle jetzt die Auffassung zu vertreten, dass wir jetzt versuchen zu koexistieren und dass wir durchhalten, bis wir einen Impfstoff haben zum Beispiel oder ein Medikament. Das ist eine Philosophie, die uns wahrscheinlich lange bremsen wird und eigentlich unter wirtschaftlichen Aspekten finde ich es falsch, weil wir dadurch über lange Zeit mit einer Handbremse weiterfahren werden. Ich hätte, glaube ich, es bevorzugt, wenn wir versucht hätten, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln eine wirkliche totale Bremse zu ziehen, damit wir in einer absehbaren Zeit zu einer großen Normalität zurückkehren können. Das ist im Moment jetzt, wenn wir versuchen, die Reproduktionszahl um eins zu halten, wahrscheinlich nicht möglich, sondern wird sehr lange dauern. Das ist das, worauf sich Lauterbach beruft. Ja, aber da zu der Sicht kann man nur kommen, wenn man sich sein Leben lang mit Viren und Epidemien beschäftigt und da muss man ganz bewusst alles andere komplett aus dem Blick nehmen und es fällt nicht leicht, ehrlich gesagt. Es ist nicht Corona über alles. Schon mal allein nicht, wenn man nur die Gesundheitszustände der Deutschen sich anschaut. Naja, aber der Punkt ist ja, klar ist Corona nicht über alles, aber wenn wir jetzt nicht durchhalten, sondern zu früh lockern, kann das später viel gravierende Konsequenzen haben, als wenn wir es jetzt noch mal vier Wochen durchhalten würden. Das könnte jetzt der springende Punkt sein. Könnte. Genau, könnte. Wir wissen es halt nicht. Und ich habe dann lieber die Variante Better safe than sorry. Also lieber vorsichtiger sein als unvorsichtig und das macht mir gerade Sorgen. Naja, ich glaube, die Koexistenz mit Corona wird uns besser gelingen, als wir glauben. Ich bin dann nicht ganz so entschieden wie die Epidemiologen, denn die Nebenfolgen, Leute, es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Söder stellt fest, warte mal, die Virologen geben uns immer Updates. Sollten wir Politiker da ein bisschen mitziehen? Virologen entwickeln sich täglich weiter in ihren Meinungen und so muss die Politik auch ein tägliches Update machen. So, wie hört sich denn so ein tägliches Update an? Science! Was will uns denn ein Politiker zum Thema sagen? Außer, dass Merkel noch mal ihr R erklärt und wie das sich so verhält. Er rechtfertigt quasi seinen Meinungsumschwung, was er vor zwei Wochen gesagt hat. Das gilt jetzt nicht mehr, weil er sich eine andere Meinung gebildet hat. Ja, kann er ja auch. Finde ich ja gar nicht so schlimm, wenn man da mitlernt. Denn, wie gesagt, die Virologen erzählen uns ja wirklich jedes Mal was anderes. Ein bisschen was anderes zumindest. In dieser Merkel-PK, wo der Tschentscher auch mit dabei saß, in welcher Funktion, weiß ich gerade nicht. Durch Zufall muss er nicht ans Telefon, sondern Bundesratspräsident. Bundesratspräsident, okay. Ja. Er, das ist wirklich krass, ja. Der Typ ist Mediziner. Er hat in diesem Fach promoviert, auch wenn wir wissen, das macht man dort mal mehr so nebenbei und so. No offense zu allen, die das betrifft. Aber, dass du als promovierter Mediziner, der in die Politik wechselst und dann was Medizinisches erklären musst, plötzlich diese Erklärung bietest, weil du denkst, scheiße, sonst versteht mich niemand. Ja, das ist schon ein bisschen krass in Deutschland. Wir müssen die Erfolge sichern, die wir erreicht haben. Zugleich ist uns bewusst geworden, in den letzten Wochen, dass es ist wie mit dem Luftanhalten. Die ersten zehn Sekunden sind noch leicht, die nächsten zehn Sekunden werden schwieriger und nach weiteren Sekunden spürt man plötzlich, wie stark auch die Folgewirkungen sind, die wirtschaftlichen Folgewirkungen, die sozialen Folgewirkungen. Nach tausenden Stunden, Trosten, Kekulé, Strick, was wir alles gehört haben, kriegen wir das hier plötzlich als... Ja, das ist wie bei Luftanhalten. Das ist dumm. Gleichzeitig, also, wenn er die Logik zu Ende verfolgt, dann ist irgendwann der Tod da, weil man zu lange Luft angehalten hat. Ja, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Politiker tun auf der einen Seite leid, auf der anderen Seite finde ich es nicht gut. Warum ist... Ich habe nicht verstanden, warum dieser Mann in Hamburg so beliebt ist. Also, der hat ja auch richtig... Keine Ahnung. ...die Wahl gewonnen und so. Der strammt der Recher von Charisma. Du hast ja vermutlich auch nicht verstanden, warum Olaf Scholz in Hamburg so beliebt war. Die Hamburger sind besonders und... Ja, aber das ist ja... In Hamburg ist doch die Seeheimer SPD ganz groß. War das nicht so? Ja, klar. Die haben da eine gute Bastion. Die Hamburger sind... Das ist die, das ist die Bastion. Ja, wirklich. Naja, also die Hamburger SPD hat auch eine stark proletarische Tradition. Die Hamburger Arbeiter, und so lange ist das nicht her, dass die auch die SPD geprägt haben. Also, das ursprünglich... Ich wollte das gar nicht, ich wollte das jetzt gar nicht bei der Timmetik... Nein, ich glaube, das war da... Ist egal. Gucken wir lieber nach Bayern zu Söder, denn er ist stolz. Wer glaubt, dass die Sache jetzt wie bei einem Gewittersturm endet, nach dem Motto, da gab es jetzt ein Gewitter, jetzt können wir wieder neu anfangen, der vergisst, was um uns herum passiert. Also, ich möchte keine Situation wie in anderen Ländern haben. Nahezu alle Länder der Welt, die am Anfang auch zurückhaltend waren, sind am Ende dem Weg gefolgt, den wir in Deutschland, und ich darf das sagen, auch in Bayern gegangen sind. Darf er sagen, oder? Wem sind wir gefolgt, Markus? Jetzt tut er, wer der Vorreiter war. Warte mal, wem sind wir gefolgt? Na, Italien? Spanien? Ja, so ein bisschen. Stimmt. Österreich. Jedenfalls nicht Schweden. Nein, Hans, die Italiener und die Österreicher und die Spanierer sind den Bayern gefolgt, Hans. Ja, ja. Erinnerst du dich nicht mehr? Nee, tatsächlich. Nee, das stimmt nicht ganz. Söder hat ganz ausdrücklich und explizit gesagt, ich folge hier Österreichs Weg. Wir haben das damals noch besprochen, weil er diesen Föderalismus hochgehalten hat, um dann zu sagen, Österreich ist mein Vorbild. Was ja auch gut funktioniert hat. Das Nachbar-Bundesland. Übrigens, Schweden, nur mal eine kleine Zahl am Rande, wenn man die Zahl der Infizierten, der Corona-Toten, Gesamtbevölkerung von Schweden umrechnet auf Deutschland, dann hätten wir, wenn Deutschland den schwedischen Weg gegangen wäre, jetzt aktuell nicht 4.000 Corona-indizierte Tote, sondern 12.000. Ja. Also 8.000 mehr. Ja, das ist schon nicht ohne, was sie da in Schweden veranstalten. Aber Drosten meint ja auch, die nähern sich jetzt alle so langsam an irgendwie. Die Länder. Schweden ist auch gar nicht mehr so frei, wie man da immer dachte jetzt. Hört man eigentlich, das ist eine ehrliche Frage, ich gucke keine Nachrichten, hört man auch mal von europäischen Epidemiologen? Never, never, never. Das ist eine Deutschland-Deutschland-Show. Das ist unglaublich. Ja, das stört mich so ein bisschen. Wir sind doch alle, wir sind doch ein Europa, warum hören wir nicht mal, was der Österreicher sagt oder der Schweizer oder der Franzose, der Deutsch spricht oder so. Das wäre doch mal interessant. Ja, weiß ich nicht. Also im globalen Maßstab ist Deutschland anscheinend sozusagen der Frontrunner. Die US-Amerikaner loben alle das, was die Deutschen machen. Ja, wir hören nachher noch einen Kommentar vom CDF-Chefredakteur Peter Frey genau zu deiner Frage, Thilo, und zu dieser Kritik. Es ist vielen aufgefallen, dass hier tatsächlich Deutschland-Deutschland überragend abgefeiert wird bei diesen Sachen. Es läuft so geil in Deutschland, was ja auch stimmt, muss man echt mal sagen. Aber es ist, es sei nicht so pessimistisch. Diese Zahlen sehen wirklich so gut aus beim RKI. Das ist, ich frage mich. Ich bin hier lieber pessimistisch als Optimist. Oder lieber vorsichtig als Christian Lindner. Fehlt noch ein Experte, der hier Wortspenden abgebt und das ist Jens Spahn und wir dachten alle, warte mal, das, was wir bisher gehört haben von Cengio und von Söder, das ist ja schon so ein bisschen, hier kommt nach zwei Monaten Corona, nachdem wir alle tausende Minuten Drosten, Kekulé, irgendwas Podcast gehört haben, kommt hier Jens Spahn, unser zuständiger Gesundheitsminister. Entscheidend ist ja, bei jedem Schritt, bei jeder Maßnahme, auch bei jeder Einrichtung, dass wir sicherstellen können, die Mindestabstände, die Hygieneregeln, dass wir das Infektionsrisiko so weit als möglich reduzieren können. Aha, wusste ich nicht. Spahn, danke. Thilo, ist was aufgefallen? Ja, im Hintergrund. Nicht Helge Braun, sondern das Zeichen, Löhne rauf, Konzerne raus. Ja, da macht jemand mal ein bisschen. Die Gämmere gehalten von einem Maskierten, den man deswegen nicht identifizieren kann. Das war übrigens zwei Tage, das war übrigens zwei Tage nach unserem Live-Ding und ich wurde darauf hingewiesen, dass das ein Hörer von uns sei. Ja, sehr gut. Grüße an der Stelle, das ist eine ganz großartige Aktion. Genau so geht's. Genau so geht's. Vielleicht war er derjenige, der die Frage an Jens Spahn gestellt hat, ob jetzt die Privatwirtschaft raus soll aus dem Gesundheitssystem. Das kann sein. Wo Jens gemeint hat, nein. Jedenfalls ist Thilo auch Helge Braun aufgefallen. Man fragt sich ein bisschen, was ist denn das für ein Termin? Was macht denn der Kanzleramtsminister da und dann ist auch noch der Staatssekretär, äh, der Staats-, also der, wie heißt das, Staatskanzlei-Chef aus Hessen dort und der Ministerpräsident und der Umwelt-, äh, der Gesundheitsminister aus Hessen und so. Das ist dieser Termin in Gießen, wo sie alle zusammen Fahrstuhl gefahren sind. Dass Jens Spahn diese Fahrstuhlfahrt, die ihr alle gesehen habt, die passten nämlich alle auf diesen drei Quadratmeter, also zu zwölf standen sie auf drei Quadratmeter und gesagt haben, wir fahren jetzt mal am Fahrstuhl zusammen. Ja, leider hat ein Journalist ein Foto gemacht und sie waren das Gespott der Nation. Jens Spahn muss sich selber entschuldigen. Dass Jens Spahn noch am Leben ist, liegt auch nur daran, dass er seine Maske vorher richtig aufgesetzt hat. Auch das ist im Bild festgehalten. Zum Umgang mit Corona Teil 1. Wie schützt man sich richtig? So, dann gehen wir mal auf ein, gut aus. Danke schön. Danke schön. Teil 2. Die Umsetzung. Herr Spahn, die Maske ist verkehrt rum. Wenn ich sie nicht hätte. Danke schön. Es bleibt nicht trivial. Stimmt aber nicht. Grün nach außen. Das war gemeint. Teil 3. Wie wieder raus. Auch aus dieser Situation. Guten Morgen. Guten Morgen. So, wir haben hier dokumentiert bekommen, wie Jens Spahn zum allerersten Mal so eine OP-Maske aufsetzt. Sie hat eine grüne und eine weiße Seite. Ach so, die grüne kommt nach außen und er dachte zuerst, oben ist unten und unten ist oben. Aber nein, vorne ist hinten, hinten ist vorn. Also echte Profis. Ist dir bei dem Clip etwas aufgefallen, Stefan? Ja, mir ist noch was aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das du meinst. Erstes Frame? Erstes Frame? In diesem Clip? Mhm. Nee, im ersten Frame nicht. Was ist mir da aufgefallen? Im ersten Frame hätte dir auffallen können, dass der Mensch mit dem Transparent, der eben so prominent zu sehen war, der war da auch schon im Hintergrund. Na, gucken wir doch noch mal rein hier. Ja, das stimmt. Oh ja, hier ist er. Löhne rauf, Konzerne runter. Keine Übernahmen. Ja, sehr gut. Ich will mal noch auf was anderes hinweisen. Patientenübernahmen. Was mir noch aufgefallen ist, guckt euch mal bitte Volker Bouffier an. Volker Bouffier hat eine richtig harte Maske. Also so eine richtige FFP. Facial Protection. Schon ohne Maske hat eine harte Maske, ja. Na ja, pass auf. Ich könnte mich jetzt irren. Ich könnte mich jetzt irren. Diese FFP-Dingsda-Booms-Masken sind wirklich dafür da, dass du dich nicht selbst infizierst. Also die sind nicht hier und so, ne? Nächstenliebe-Masken, sondern da geht's darum, das, was du einatmest und so weiter. Deshalb ist da ein Ventil vorne drauf. Das ist nämlich sehr feinmaschig. Das Ding ist nur, die Dinger haben auch ein Ausatemventil, denn damit das Atmen dir leichter fällt, öffnen die sich beim Ausatmen und du bläst alles raus, ja, was du ausatmest. Die schützen also nur vor Infektionen deiner selbst und nicht alle, die mit dir im Raum sind. Weil die sind ja dann, wenn man die Masken benutzt, schon infiziert. Du bist ja dann bei jemandem, der das schon hat. Also es könnte durchaus sein, dass man ihm hier einfach nicht sagen wollte, Herr Ministerpräsident, ich weiß, Sie sind Alt- und Risikogruppe und so, aber diese Maske können Sie hier leider nicht benutzen, weil Sie pusten damit uns alles ins Gesicht. Ja, dass man ihn halt durchgewunken hat mit so einer Maske und wie gesagt, Fahrschulfahrt und so. Naja, gut. Verantwortung. Da braucht man zwei Masken übereinander, nicht? Einer als Spuckschutz und einer als Atemschutz. Dann fällt er gleich tot um. Wir sollen da noch durchatmen können. Die Luft muss sich ja auch bewegen. Wer ist eigentlich in der Verantwortung? Das war ganz interessant, wie das hier so ein bisschen. Wir sind mal wieder bei Gerald Haug. Wir weisen darauf hin, wie man schrittweise die Öffnung machen kann. Der Fahrplan muss ganz klar von der Politik kommen. Mhm. Der Fahrplan muss von der Politik kommen. Es sind also nicht die Virologen oder die Epidemiologen, die einfach sagen, ey, ihr harten Lockdown, Corona über alles und so. Lieber 500 mehr Herzinfarkt-Tote zu Hause als die 300, die dann wieder exponentielles Wachstum und so weiter. auslösen können. Ja gut, das können sie sagen, nur entscheiden sie das nicht. Genau, sie können es empfehlen. Also sie können über die Folgen aufklären, aber sie dürfen es dann nicht entscheiden, weil die Politik ist legitimiert zu entscheiden. Gerhard Haug war ja ganz entschieden. Lars Feld ist es auch. Am Ende liegt es einfach an der Politik. Die Politik übernimmt das Risiko. Die Politik ist diejenige, die entscheidet. Die Virologen, die ja selber auch eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Einschätzungen haben, können ebenfalls nur beraten und können ihre Informationen weitergeben. Genauso wie das andere Wissenschaftler tun. Die Politik ist nachher diejenige, die alles in der Hand hat. Finde ich erstaunlich. Und ich finde, fällt mir gerade auf, also wir haben ja mehr Pluralität in Sachen Virologie in Deutschland aktuell als in Sachen Ökonomie der letzten 20 Jahre. Da wollen wir doch hin. Plurale Ökonomie hatten wir ja vorhin das Thema. Da wollen wir ja hin. Wie ist das jetzt, ja? Es ist vor allem eine sehr interessante Nachrichtenwoche, dass aus vielen Richtungen immer mal wieder so eingeschoben worden in dieses Gespräch. Übrigens, die Politik muss auch dann mal entscheiden. Man kann jetzt nicht einfach nur immer so Termine ankündigen. Ja, wenn es Verdoppelungszahl 10 ist, Verdoppelungstag 14, plötzlich poppt dieses R auf, dann ist es plötzlich bei 1, aber es könnte auch bei 0,7 sein. Und ja, nächste Woche gucken wir dann mal das Kabinett tagt. Nein, irgendwann muss auch mal entschieden werden. Da haben wir jetzt beide drauf hingewiesen. Lars Feld kennt noch andere, die in der Verantwortung stehen. Ist auch nicht uninteressant. Aber auch hier ist es so, am Ende muss der Unternehmer ein gewisses Risiko tragen und Vorgaben für seine Arbeitnehmer machen. Es wird in manchen Unternehmen und Betrieben leichter möglich sein, den Abstand einzuhalten zu den Kollegen und Kolleginnen. Aber in anderen Unternehmen ist es dann eben wichtig, sicherzustellen, dass die Hygienevorschriften strikt eingehalten werden. So, Unternehmen stehen in der Verantwortung. Das ist natürlich so, so wie Schulen ja auch. Irgendwann muss halt die Seife immer hin, auch wenn der Hausmeister immer Angst hat, dass die Kinder nur Quatsch mit der Seife machen. Das ist kein Grund mehr, keine Seife in der Schule zu haben. Sie muss jetzt da sein. Und auch wenn man in der Toilettenpapierrolle rumfliegt, muss trotzdem genug Toilettenpapier da sein. Man kann es den Kindern nicht mehr wegnehmen, was in sehr vielen Schulen gemacht wird, mit alle weniger zu tun haben beim Aufräumen. So, jetzt hat Lars Feld die Verantwortung an die Unternehmer weitergegeben, was richtig ist. Jetzt kommen wir mal an den Unternehmer. und wenn jetzt den Porsche-Chef Blome, der ist irgendwie neu oder so, keine Ahnung, wir haben ihn noch nie hier so gesehen, warum auch immer, er ist jetzt in der Verantwortung. Und wir wissen, Hygiene, also wenn dein Chef für deine Hygiene verantwortlich ist, dann hat er dich quasi schon, nachdem du zu Hause aufgestanden bist, aus deinem privaten Bett in deiner privaten Wohnung, in dein privates Bad gehst und was auch immer du mit deinen privaten Sachen an deinem Körper so machst, dann hat er da auch einen gewissen Einfluss drauf, würde ich mal sagen. Also wir hören mal Chef der Blome hier. Für den Wiederanlauf der Produktion durchdenken wir einen kompletten Tagesablauf. Das beginnt beim Fiebermessen zu Hause bis zur Schutzbekleidung. Dann durchdenken wir, wie die Pausenräume, die Umkleideräume organisiert werden müssen, die Arbeitsplätze an sich und dann natürlich auch die Schichtentkopplung, dass wir möglichst wenig Leute haben, die sich einander begegnen. Tja, Arbeitsrechte und Freiheitsrechte, die standen schon immer auf Kriegsfuß und die Freiheitsrechte hatten da immer wenig zu melden. Und dieses Problem wird jetzt auch nochmal auf die Spitze getrieben. Denn jetzt ist es nicht nur die Integrität deiner informationstechnischen Systeme, in die du acht Stunden am Tag reinguckst und wo jeder Keystroke auf deiner Tastatur festgehalten wird, sondern Surveillance findet jetzt in ganz neuen Kategorien stand. Angefangen bei, was hast du denn zu Hause heute gemacht, ja, beim Frühstücken? Also in deren Sicht da großes Thema. Stefan Wolf, der Arbeitgeberverband, da wir gerade beim Thema Arbeiten sind, hat hier mal so einen kleinen Spruch noch gemacht, den müssen wir kurz zwischenschieben. Also nach so einer schweren Krise, die wir gerade haben, wo wir in der Wirtschaft extrem belastet sind, glaube ich, ist das Wichtigste, dass wir im Sommer wieder hochfahren. Ich bin zuversichtlich, dass es da wieder nach oben geht. Und dann, glaube ich, ist nicht das Wichtigste, nach Mallorca zu fliegen, sondern dann ist es, glaube ich, wichtig, in den Betrieben zu sein. Na, wie wollen wir ihn verurteilen? Wollen wir ihn persönlich beleidigen? Oder ihm locker erzählen, was das Problem ist? Erstens, es wird niemand nach Mallorca fliegen im Sommer. Urlaubssperre. Ja, wirklich. Das ist so irre. Ich meine, es waren jetzt 4,2 Millionen Familien mit Schulkindern zu Hause. Ja, die haben also beides gemacht. Kinderbetreuung und gearbeitet. Das heißt, manche stellen sich um 3 Uhr den Wecker, damit sie noch 4 Stunden arbeiten können, bevor die Kinder dann aufwachen und ihre Hausaufgabenbetreuung brauchen. Und dann kommt er mit, er muss Urlaub jetzt sein oder was? Das ist wirklich das Asozialste, was ich die Nachrichtenwoche gehört habe. Ja, Herr Wolf, so geht es mal gar nicht. Für mich muss der Wolf hier nicht existieren. Der soll dahin gehen, wo er hergekommen ist von früher her. In sein Büro. Genau, geh in dein Büro, mach Homeoffice. Aber bitte nicht ins Fernsehen gehen. DGB Hoffmann, immer eine Enttäuschung. In diesem Punkt mal nicht. Auf Urlaub zu verzichten, ist überhaupt gar keine Alternative. Natürlich muss man sehen, in welchen Zeiträumen, in welcher Taktung, für welche Bereiche wir die Wirtschaft langsam, behutsam wieder anfahren. Aber dass Menschen, die jetzt ja schon erheblichen Belastungen ausgesetzt sind, dass sie dann den Urlaub nicht nehmen können, ist eine völlig falsche Maßnahme. Sehr deutlich. Mann, ey, was ist denn das? Herr Hoffmann, wenn Arbeitgeber, wenn ihren Arbeitnehmern Ferien geben müssen, also Urlaub genehmigen müssen, dann ist das eine Belastung für das Unternehmen. Warum versteht er das nicht? Ich denke, er will die Unternehmen entlasten. Dann müssen sie halt entlastet werden, dadurch, dass die Leute mehr arbeiten. Ja, jedenfalls ein recht deutliches Wort, mein DGB Hoffmann. Wir hören jetzt noch ein zweites. Und wir wissen immer, wenn der Spruch eines Gewerkschafters anfängt mit, es kann nicht sein, dass, dann wissen wir, jetzt kommt eine Minute oder weniger Gewerkschafts-Prosa, können dann alle Kama-Punkte verteilen, sagen, hast du aber wieder schön gesagt, Herr Gewerkschafter, ganz toll. Und dann kommt aber trotzdem nichts. Warum? Wir hören es trotzdem mal an, weil der Sing-Sang ist natürlich schön. Es kann nicht sein, dass Menschen in dieser schwierigen Zeit Einkommenseinbußen von 40% hinnehmen müssen. Das würde in der Konsequenz für viele Menschen bedeuten, dass sie am Ende des Monats um Sozialhilfeanträge zum Amt gehen müssen. Und Einkommensverluste, wir haben es gerade in dem Beitrag vorher gesehen, von 600 Euro, 800 Euro, können Menschen nicht verkraften. Ja, und wo ist jetzt meine Forderung? Zum Beispiel keine Dividenden auszahlen, dafür 80% Kurzarbeit und so aufstocken. Oder 100%. Er müsste 100% fordern, damit es zu 80% kommt. Ja, also die Gewerkschaften hier immer wieder auf kompletter Linie versagt, ja. Wie kann man denn in den Tagestim zugeschaltet sein und keine politische Forderung haben? Ja, keine politische Forderung oder nicht mal irgendwie, er müsste ja irgendwie mal einen Spruch haben. Also Rainer, wenn du schon, das kann nicht sein sagst, dann machst du so. Das kann nicht sein so. Mit Performance, Rainer. Wenn es nicht sein kann, dann will ich das im Detail hören. Was kann denn dann sein? Ja, so. Welche Realität wollen wir denn? Also BMW zum Beispiel, ja, zahlt Dividende, also keine Aufstockung von Kurzarbeitergeld, bis dann irgendwann mal die Arschtritte kommen. So geht das nicht. Es ist gespenstisch, wie es nicht an Geld mangelt. Das ist wirklich krass, weil alle fordern jetzt, dass sich Milliardäre irgendwie beteiligen. Und es gibt auch sehr viele Ökonomen auf der linken Seite, die sagen, dieses Geld, was sich da gerade in Billionen angehäuft hat, das soll mal lieber außerhalb der Wirtschaft bleiben, weil ansonsten wissen wir gar nicht, wie wir damit umgehen sollen, wenn wir das plötzlich hier in konkreter Anwendung haben, das Geld. Weil das ist ganz schön viel, muss man auch mal sagen. Wir werden jetzt mit Herrn Bach vom DIW, Fratschesladen, über die Vermögensabgabe sprechen. Über was sprechen? Vermögensabgabe, dein Lieblingsthema. Ja, aber in dem Falle, wie gesagt, jetzt nicht plötzlich. Da liegt so viel Geld, das, also, Hans weiß noch, was Hyperinflation ist, glaube ich. Ja, ich habe sie als Kind miterlebt. Dir wurde es doch erzählt von deiner Oma oder so. Als das Geld schwerer war als das Brot, das man gekauft hat. Gut, Lockerungen. Es findet eine Lockerung statt. Diese Diskussion wollen wir natürlich kurz aufgreifen. Denn ich wundere mich weiterhin über diesen Umstand, den wir hier noch mal uns vergegenwärtigen und den ich nicht verstehe. In Deutschland gibt es am Abend Stand 21 Uhr 131.170 bestätigte Corona-Fälle. Genesen sind über 68.000. Gestorben 3.272 Menschen. Die Zahl der Erkrankten verdoppelt sich jetzt nur noch alle 25,1 Tage. Ein deutlicher Anstieg. Alles Daten der Johns Hopkins Universität. Ja, warum Johns Hopkins Universität? Ich verstehe das nicht. Ausschließlich. Gesundheitsämter, RKI, keine Ahnung. Wir holen uns jetzt die bestätigten Zahlen von Johns Hopkins. Die greifen auf dieselben oder auf ähnliche Basisquellen zurück wie das RKI, nur sie sind schneller. Ja, aber was nützt mir dieses schneller sein? Bestätigte Fälle kriege ich auch vom RKI. Da muss ich nicht bei Johns Hopkins machen. Ja, aber du, nee, die bestätigten Fälle, die du heute beim RKI kriegst, waren die bestätigten Fälle, die du gestern bei Johns Hopkins gekriegt hast. Ja, aber die machen ja diese, wie nennen die das, Aktualitätsdings dabei, dieses, die haben irgendwie so einen Namen für diesen View, dass sie auch diesen tagesaktuellen Dings trotz Meldeverzug, also die gewichten den Meldeverzug jetzt rein und so. Die machen genau das gleiche wie die Johns Hopkins Universität. Ja, dann müssen sie ja die gleichen Zahlen haben. Haben sie ja nicht. Ja, aber ich verstehe das nicht. Ich will ja gerne die deutschen Quellen haben oder eine Erklärung, warum man hier diese amerikanischen nimmt. Das ist ein Studentenprojekt. Wir nehmen nicht einfach irgendein Studentenprojekt. Ich verstehe das, das muss mir erklärt werden. Ich kann es so nicht so einfach akzeptieren. Letzte Woche schon und diese Woche wieder nicht. Ja, aber wenn die RKI-Zahlen sozusagen mit ein, zwei Tagen Verzögerung dann die Johns Hopkins-Zahlen vom Vortag bestätigen, dann nehme ich doch lieber, und das dauerhaft über die Strecke weg, so ist als Muster, dann nehme ich lieber die frühen Zahlen, wenn ich davon ausgehen kann, dass sie korrekt sind. Wie du dich wieder einverstanden erklärst mit dieser Nachrichtenproduktion aus den Hauptstadtstudios. Entschuldigung. Ich fordere hier Kritik. Übrigens auch. Ich fordere auch Kritik an Georg Rest. Ich empfehle das zu tun, was ich auch mache. Ich gucke mir beide Zahlen täglich an. Das sind zwei Reiter, die man da nebeneinander hat und hin und her klicken kann. Hat man beide Zahlen. Ja. Gut, Georg Rest des Kommentars. Ich bin nicht einverstanden. Wow, das ging schnell. Gerade noch wetteiferten Deutschlands Regierungspolitiker um den härtestmöglichen Kurs gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Und schon geht es um weitreichende Lockerungen. als würden die Zahlen das wirklich hergeben. Die Wahrheit ist, noch immer wissen wir nicht, wie viele Menschen tatsächlich infiziert sind, wie tödlich das Virus ist und wie lange die Genesenen immun bleiben. Wissen wir das wirklich nicht? Wir wissen es nicht. Nee, wir können es nur schätzen. Aber wir sind mit der Schätzung ziemlich nah dran, oder? Da sind sich doch alle ziemlich einig. Das wissen wir auch nicht. Wir kommen mit den Studien immer mehr den Schätzungen hinterher. Es gibt ja quasi Best-Case-Szenario, Worst-Case-Szenario und die Studien helfen uns jetzt, das einzuengen. Ja, aber wenn wir aus... Aber wir wissen gar nichts. 1.500... Nee, aber Moment. Also wenn wir aus 1.500 Grippetoten, die im Krankenhaus versterben, 25.000 hochrechnen, dann sind wir sehr viel weiter mit dieser Grippezahl weg, obwohl wir die immer als, auf keine Ahnung, es sind halt 25.000 Leute gestorben in diesem Grippefrühling da. Dann würde ich sagen, sind wir bei einer Sterblichkeit von 0,5 Prozent, die jetzt aus allen Richtungen bestätigt werden und bei 43 Prozent bleiben ohne Symptome. Und ja, man ist erst mal immun nach dieser Krankheit. Das wissen wir ziemlich genau. Da muss man nicht einen Kommentar entsprechend den Tagsthemen sagen. Das wissen wir nicht und keine Wahrheit. Stefan, es stimmt nicht. Ja, was stimmt nicht? Es stimmt nicht. Zum Beispiel die Frage der Immunität. Ich habe gestern noch einen der führenden Wissenschaftler aus New York gehört. Der hat gesagt, wir auf die Frage, sind wir denn dann immun und wie weit und wie lang, hat er gesagt, wir wissen es nicht. Wir gehen davon aus, dass eine Immunität vermutlich gegeben ist bei den meisten für einen gewissen Zeitraum. Wie lang der Zeitraum ist, wissen wir nicht. Wie viele die meisten sind, wissen wir nicht. So, und selbst wenn man sagt, und wir schätzen jetzt mal, bei 80 Prozent der Menschen ist eine Immunität für ungefähr anderthalb Jahre gegeben, das ist eine Schätzung, aber es ist kein Wissen. Genauso wenig wissen wir die tatsächliche Durchseuchungsrate in Deutschland. Wir haben im Moment die eine einzige Studie aus Gangelt, die sagt, man hätte dort an diesem Hotspot eine Durchseuchungsrate von 15 Prozent. Mehr haben wir nicht. Mehr wissen wir nicht aus Deutschland. Die repräsentativen Studien, die du brauchst, um das feststellen zu können, die fangen jetzt an. Und bis dahin, ehe wir da nicht mehr, im Moment wissen wir nur, wenn man mal unterstellt, dass der Gangelter-Zwischenbericht bestätigt wird durch das Endergebnis, dann wissen wir es aus dieser einen Kleinstadt im Landkreis Heinzheim. Mehr wissen wir nicht. Deswegen sage ich ja, dieses Wissen werden wir niemals haben. Nie. Und es kommt hinzu, wir kommen näher ran. Diese Krankheit gibt es halt erst seit Dezember, deswegen wissen wir nicht, ob die Leute drei Jahre lang Immun sind, woher sollten wir es auch wissen. Ja, aber dann sag nicht, wir wissen es. Dann sag nicht, wir wissen es. Das war vorhin deine These. Also das, was er jetzt gerade gesagt hat. Das, was er jetzt gerade gesagt hat. Jetzt wissen wir über fast keine Krankheit. Masern. Menschen haben einfach wieder Masern, obwohl sie geimpft wurden. Da wissen wir einfach nicht, woran liegt denn das? Bei Grippe, ja, wir müssen halt 90 Prozent aus Modellen herausrechnen, um die Tödlichkeit, das wissen wir auch nicht. Ja, also diese Art von Wissen, die jetzt verlangt wird von Georg, um zu argumentieren, jetzt könnte man eine Öffnungsdiskussion machen, zu diesem Zustand an Wissen, kommen wir nie. Also das liegt einfach in weiter, weiter Ferne. Deswegen kann man so nicht argumentieren. Aber bei Masern und Grippe wissen wir ja, wie wir das behandeln können. Wir wissen nicht, es kommt ja jedes Jahr ein neues Virus und manchmal trifft man komplett daneben mit dem Impfstoff und plötzlich ist die ganze Welt wieder, hat die ganze Welt wieder Grippe. Ja, Lea geht zum Arzt und sagt, ich will ja in der Intensivstation arbeiten, plötzlich stellt sich raus, du bist gar nicht gegen Masern geschützt. Aber ich hatte es doch schon. Plötzlich greift, weiß man gar nicht, wusste sie gar nicht, dass sie gar nicht mehr im Bundesgegen war. Man stellt sehr viele Sachen plötzlich fest, wenn man zwar richtig hart wissen will, dass es dieses harte Wissen gar nicht gibt. Alle Kennziffern zu diesem epidemiologischen Corona-Themen sind alles sozialwissenschaftliche Hochrechnung. Es gibt da keine virologische, biologische Wissensgrundlage. 43 Prozent sind ohne Symptome. Ja, das steckt nicht in dem Virus drin. Da kann man noch so viel Laboruntersuchung machen. Das ist eine sozialwissenschaftliche Erhebung. Und da kommen wir nie zu diesem Wissen, dass wir Georg Ressler überzeugen können, jetzt können wir eine Lockerungsdiskussion machen. Nein, es geht doch bei der Frage um, wie nah kommen wir mit, Wissen ist immer relativ, ist selten absolut. Also wie nah kommen wir mit unserem relativen Wissen über ein Sachverhalt voran? Und nochmal, im Moment wissen wir, wenn es um Durchseuchungsgrad geht, da wissen wir bei Grippeviren relativ viel darüber, wie der Durchseuchungsgrad und dann auch Immunisierungsrate, wie das bei Masern, wie das bei Grippe ist, das wissen wir 3000 Mal besser, als wir es im Moment bei Corona wissen. Es geht um diese relativen Unterschiede im Wissen. Im Moment wissen wir über die Durchseuchungsrate in Deutschland nur von einer einzigen Kleinstadt. Und das reicht mir als Wissen einfach nicht aus. Die repräsentativen Untersuchungen, die tatsächlich nicht nur an Hotspots, sondern auch nationwide repräsentativ sind, die fangen jetzt erst an. Vermutlich ist unser Wissen dann in vier Wochen, wenn das ausgewertet ist, ein Stück weit besser als heute. Ich habe nochmal nachgeguckt, worauf sich die RKI und John Hopkins beziehen. Deutschlandfunk schreibt, das RKI bezieht sich auf die offiziellen Meldungen der Gesundheitsämter und der zuständigen Ministerien der Bundesländer, die von der John Hopkins Universität veröffentlichten Daten stammen nach Angaben der Forscher von der WHO sowie von nationalen Einrichtungen und auch aus Berichten lokaler Medien. Ja, und dann zu sagen, das sind bestätigte Fälle, weil Studenten in Amerika Zeitungsartikel aus Deutschland gelesen haben. Also mir reicht das nicht. Wenn wir ein RKI haben, will ich auch die Zahlen da hören. Gut, nur nochmal, was ist denn, wenn die Zahlen von John Hopkins von heute höher sind, als die vom RKI von heute, aber morgen bestätigt werden durch die Zahlen von RKI. Hans, da verstehst du auch den gewissen Humor, den sich zum Beispiel Reuters macht. Das hat ja Paul das letzte Mal erzählt. Die sitzen ja aber im Tagesspiegel nah dran an dieser eigenen Rechnung. Reuters guckt auf die Zahlen von John Hopkins und eine Stunde bevor erwartet wird, dass John Hopkins wieder in irgendeinen Sprung vermeldet, ja, 2 Millionen, 2,5 Millionen oder so weiter, meldet es Reuters schon mal, nach eigenen Berechnungen sind wir voran. Und da kann man auch immer sagen, ja gut, die sind immer eine Stunde früher, dann als John Hopkins, die genauso berechnen, was andere halt da. Also in deren Sicht ist das alles so ein bisschen gehopft, wie gesprungen. Ja, ich plädiere für beide Zahlen zur Kenntnis zu nehmen, zu gucken, wie entwickeln sie sich auf der Zeitschiene, kann man ja täglich vergleichen. Und dann finde ich beide Zahlen hilfreich. Und da wäre ja auch hilfreich, wenn wir dann europäische Zahlen hätten und Maßnahmen und Studien, wie das berechnet wird, damit wir das quasi immer abgleichen können, okay, macht das überhaupt Sinn, wenn wir unsere Rechnung in Frankreich anwenden. Nee, macht ja gar keinen Sinn. Ja, zum Beispiel. Das muss ja auf alle Länder übertragbar sein. Ja, ich hätte im Dashboard des RKIs, das ich sehr gut finde, gerne auch Elsass und so weiter. Diese Region, die jetzt so sehr im Fokus stand, auch wenn alle wissen, dass ich da wirklich nur mit meiner Privatmeinungsbrille drauf gucken will, aber ich möchte mich halt auch gern direkt mal informieren über diese Zahlenzustände. Und ich finde es auch gut, wenn ich zum Beispiel nachvollziehen kann, was Tim Brittloff da mit Pavel gemeinsam mit ihrem wöchentlichen Rechnerei-Dings da zwei Stunden durchquatschen. Ja, ich will diese rohen Zahlen auch mal sehen. Also in der Hinsicht. Naja, gut. Stell uns, gib uns doch ein oder zwei Fragen von dir mit an die Hand, wenn wir Hendrik Streeck am Sonntag bei Junge Live haben. Naja, bei ihm interessiert mich mehr, wie so sein Gebütszustand ist in der Gesamtlage. Denn wie mit ihm umgesprungen wurde, fand ich unglaublich. Das ist wirklich nicht gut. Das ist dann auch nochmal zu thematisieren, wenn sich der Dampf ein bisschen verteilt hat. Bericht zum Thema, was kann man jetzt kaufen eigentlich? Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern sollen wieder öffnen können. Die Voraussetzungen, Hygienekonzepte, Abstand halten, keine langen Warteschlangen. Autohäuser, Fahrradläden und Buchhandlungen dürfen öffnen, egal wie groß ihre Verkaufsflächen sind. Meine Mutter am Wochenende so, was soll das Scheiß? Die Autohäuser waren ja eh auf. Keiner kauft ein Auto. Was soll das? Genau, das ist das größere Problem. Weil die Mama, die Autolobby, hat für dich lobbyiert bei der Bundesregierung, um das für dich zu machen. Ja, aber wenn kein Kunde kommt, was soll ich denn da machen? Ich so, Mama, geh arbeiten. VW möchte das so. Ja, wenn man da einen bequemen Bürostuhl hat, kann man doch Netflix gucken. Keine Ahnung, was man da jetzt in solchen, aber das ist halt großer Lobbyerfolger und dann plötzlich kommt gar kein Kunde. Das ist natürlich nochmal so ein Erwachen. Karim Joska hier nochmal ganz clever über die 800 Quadratmeter. Es scheint sich um einen willkürlich gegriffenen Wert zu handeln, denn wer glaubte, dass die Fläche eines Ladens der Maßstab für die neuen Lockerungen ist, lügt sich wohl in die Tasche. Kanzlerin und Länderchefs ging es vielmehr um den Weg zum Laden. Denn würden auch die großen Kaufhäuser aufsperren, gäbe es ruckzuck volle Innenstädte. Hat sie so einen Verdacht in die Moderation eingebaut? Ich hatte gelernt, dass das sogar rechtlich so geregelt ist, dass ein kleiner Laden rechtlich so geregelt ist, dass er unter 800 Quadratmeter Fläche hat und ein großer Laden oder großflächiger Laden über 800. Ja, weil es ja trotzdem willkürlich diese Grenze übernommen. Ja, natürlich, aber es ist jetzt nicht aus irgendeiner Luft gegriffen, dass die sich da im Kanzleramt 800 Quadratmeter ausgedacht haben, sondern okay, die Grenze. Ja, was ich ein bisschen komisch finde, hier in Frankfurt sind ja sehr beliebt diese riesigen Zentren, in denen aber dann nur so ganz kleine Läden, also so Einkaufsrunddinger. Das sind schon so richtig Städte, also die sind zu groß, um ein Dach drüber zu machen, sondern das sind schon so, und da läufst du halt so einen Kilometer lang im Kreis und einladen nach dem anderen. Und die haben natürlich alle offen dann, weil die sind ja alle für sich kleiner als 38 Quadratmeter. Und das ist aber sozusagen eine Autobahn, die da hinführt und ein riesen Parkhaus und so. Also in der Hinsicht, das ist irgendwie schon ein bisschen undurchdacht, aber wer weiß, mal gucken, wie sich das so einspielt. Ich habe das jetzt nicht mitgebracht, aber ich habe gestern, ich weiß nicht, auch in den Tagesthemen oder so gesehen, wie große Kaufhäuser, die irgendwie, keine Ahnung, 5000 Quadratmeter Fläche haben, dann ihre Flächen absperren, was dann aber dazu führt, dass die Leute immer weniger Platz haben, um sich zu bewegen. Und gleichzeitig lassen sie dann trotzdem 40 Leute rein und dann sind die wieder so eng, dass das sind, ja, ja, aber ich wollte jetzt die Kinderabteilung öffnen, aber ich wollte auch das Bekleidungs- da hinten machen. Ja, aber das führt ja dazu, dass du dann wieder mehr Leute auf der Fläche hast. Es ist ein bisschen komisch. Es ist ein bisschen komisch, aber wer weiß. Armin Laschet erklärt hier mal die Herangehensweise. Wir haben vor wenigen Wochen alles geschlossen und sagen jetzt, dass alles schließen ist nicht das richtige Mittel. Wir wollen gezielter das Virus bekämpfen. Das heißt, wenn Geschäfte Abstandsregeln einhalten, auch Schutzmaßnahmen einhalten, dann soll wieder ein Stück von dieser Normalität beginnen. Es ist so ein bisschen, okay, hat er gesagt, aber es steckt doch ein gewisser Wahrheitssatz auch drin, finde ich, die Herangehensweise. Es gibt ja zwei Rechtfertigungsperspektiven, ja, entweder man argumentiert für eine Schließung oder für eine Öffnung. Und ich finde, es wird zu viel aus dieser, warum wir jetzt öffnen sollten, diskutiert und zu wenig, warum es geschlossen bleiben soll. Ja, und da ist Armin Laschet ja schon von Anfang an so ein Verfechter von Freiheitsrechten und so weiter gewesen. Klar, es wird jetzt sehr eingeengt auf Konsumfreiheit oder so. Unternehmerische Freiheit. Nee, 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 nee. Es war schon, er hat schon aufgezählt, dass es hier um Religionsfreiheit und so weiter geht. Und es ist ja auch wichtige, es sind wichtige Punkte. Ja, das sind aber Nebeneffekte, die er natürlich als CDUler sagen muss, aber ihm geht es um die unternehmerischen Freiheiten. Ja, aber es sind halt trotzdem Freiheitseinschränkungen. Auch verkürzt jetzt auf diese aktuelle Diskussion, wo kann man denn weiter was kaufen. Ich meine, mir ist es scheißegal, ja, ich war seit fünf Jahren nicht mehr in irgendeinem Laden, irgendwas kaufen. Das meine ich ganz ernst. Ich war seit fünf Jahren nicht mehr in irgendeinem Laden, irgendwas kaufen. Ich kenne nur noch Supermärkte von innen und da war ich auch schon seit Wochen nicht mehr. Würde ich dann natürlich wieder machen, ja, wenn es ein bisschen sich entspannt hat. Aber von mir aus können die Läden für immer zu bleiben. Nur, ich weiß natürlich, was da alles dran hängt, ja, deswegen und so. Aber wie auch immer. Warum, das ist jetzt witzig, ja, warum eigentlich Autohäuser und keine Kirchen, fragt sich Pater Albert. Dass in der Kirche die Bänke auch kommende Woche leer bleiben müssen, stört ihn. Verstehe es auch nicht ganz, weil Autohäuser dürfen aufmachen und Baumärkte haben ohnehin hier in Rheinland-Pfalz auf und Supermärkte auch. Hier ist eine große Fläche, mit der kann man sehr fantasievoll umgehen, was Abstandsregelungen und sowas angeht. Aber es gilt, Kirchen bleiben für die Gläubigen geschlossen. Ja, und die Antwort liefert Winfried Kretschmann. Und ich glaube, sie ist auch richtig, denn das Verhalten in der Kirche sieht man selten im Autoladen. Das haben wir nur mit allergrößten Bauchschmerzen überhaupt gemacht. Andererseits sind natürlich in Gottesdiensten durchschnittlich auch älterer Menschen, da wird gesungen, ist man auch länger zugange. Ja. Ich empfehle diese Twitter-Frage von Augstein. Was hat er geschrieben? Man darf an den Baumarkt, aber nicht in die Kirche und guckt euch die Antworten an. Sensationell. Was steht da so? Lest mal eine vor. Irgendwas. Man muss ja mal bei Twitter jetzt schon extra irgendwo aufdrücken. Jedenfalls im Autoladen weiß man ja, da geht man rein, da murmelt man so vor sich hin. Toller Spoiler, toller Spoiler, tolle Farbe, tolle Farbe. Jeder Kirche ist natürlich anders. In die Kirche gehen und sagen, singen leider verboten und bitte Abstand, eine Bank frei. Oder vielleicht will ja auch keiner mehr in die Kirche. Wenn es so freiwillig ist und die Risikogruppen sind ja jetzt alarmiert, vielleicht kommt dann auch gar keiner. Vielleicht will man diesen Schmerz, den Paters ersparen und den Pastoren. Ein paar Antworten sind, wirst du verstehen, wenn der Abfluss vom Beten nicht frei wird und es dir in der Wohnung schwappt? Oder wenn sie die Kirche zu Hause selbst gebaut haben? Wie gesagt, Baumärkte sind ja offen. Oder es gibt Tage, da ist ein Pümpel wichtiger als der Heilige Geist. Oder Gottesdienst ist eine Gruppenveranstaltung. Das Aussuch eines neuen Siphons lässt sich dagegen mit Mindestabstand etwas besser koordinieren. Aber es sind doch alles okaye Kommentare, oder? Ja, aber Augstein denkt halt immer zu kurz. Also man will jetzt kein Rohr verstopft haben. Wollte man auch schon vorher nicht. Die Handwerker waren knapp, aber man will das jetzt wirklich nicht. Ich habe da schon Verständnis dafür, dass die Leute jetzt auch gerne mal in den Baumarkt gehen wollen, um vielleicht das ein oder andere, bevor es auseinanderfällt, noch schnell mit eigener Hand und Kreativität zu flicken. Naja. Ich kann über eine Rohrverstopfung am Wochenende berichten. Bei dir? Ja, die mich in leichte Panik versetzt. Ja, siehste. Das ist gelöst mittlerweile. Ja, ja, ja. Noch am Sonntagabend. Aber es hat in der Summe fünf Stunden gedauert. Wir sehen jetzt mal... Da bist du dann schon nah dran an der Panik. Wir sehen jetzt mal ein Audio, einen Tagesthemenkommentar, der unter der Maxime läuft. Dieser Elfmeter lag so elf Zentimeter vor dem Tor, der musste einfach reingemacht werden. Abstand halten. Keine Gottesdienste. Aus Nächstenliebe. Spektakulär. Okay, gucken wir uns lieber die Profis an. Dafür brauchen wir die Kommentare. Genau, schalten wir lieber ins heutige Journal. Peter Frey kommentiert, wie schon angekündigt. Och, staatstragend. Jetzt warte mal. Und... Naja. Bier ernst und staatstragend. Ups. Nach Schulschließung sagt er. Und Kontaktverbot beginnt jetzt Corona-Phase 3. Mit neuen Unübersichtlichkeiten und regionalen Unterschieden. Unvermeidbar folgt daraus Streit über das, was der Nachbar darf und ich nicht. Haben wir keine Angst davor. Genau das macht Demokratie aus. Corona darf das freiheitliche Nervensystem unserer Republik nicht schädigen. Ja, das fand ich zum einen sehr wichtig, schon mal darauf hinzuweisen. Leute, es wird jetzt demnächst regional vielleicht ein bisschen unterschiedlich diskutiert, denn Corona ist ein Ding, das hält sich nicht an irgendwelche Gerechtigkeits- und Fairness-Kriterien, sondern beutelt manche Bayern mehr als manche Mecklenburg-Vorpommer. Und das ist auch gut für die Mecklenburg-Vorpommerinnen. Wir wünschen ihnen das nicht, das bayerische Schicksal. Und jetzt, obwohl es nicht in meinen Kommentaren hier steht, glaube ich, sagt er noch was zu Europa. Das Bundesverfassungsgericht... Nein! Wieso ist das... Also er hat nochmal gesagt, Merkels... In Merkels Sprachen, egal wo, Pressekonferenz, wie auch immer, kommt das Wort Europa nicht vor. Vielleicht taucht der Clip jetzt auf, nachdem wir das Bundesverfassungsgericht mal gucken. Das war jedenfalls ein sehr wichtiger, kurzer, kleiner Einschub hier. Fassungsgericht pocht in der Corona-Krise auf die grundgesetzlich geschützte Versammlungsfreiheit. Im Eilverfahren kippten die Richter heute das Verbot zweier Demonstrationen in Gießen. Die Behörden dort waren von einem generellen Versammlungsverbot der hessischen Corona-Verordnung ausgegangen. Es bestehe aber einen Entscheidungsspielraum, so die Karlsruher Richter. Erstmals hat das Bundesverfassungsgericht damit Freiheitsrechten Vorrang vor Corona-Beschränkungen gegeben. So, Gießen wieder, ja. Wo uns Herr Spahn gezeigt hat, dass er nicht in der Lage ist, eine Maske aufzusetzen. Da hat man jetzt ein Freiheitsrechter kämpft. Das Gericht dort muss nochmal darüber entscheiden, ob man diese Demonstration wirklich verbieten will. Ziemlich gut. Das ist die allererste Entscheidung, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, hier nochmal bitte neu überlegen. Es gibt da Spielräume. Wobei der, ja, genau. Und deswegen ist der Schlusssatz falsch. Das Gericht hat nicht erstmals Freiheitsrechte über Corona-Rechte gesetzt, sondern das Gericht hat das betont, was selbstverständlich ist. Grundrechte beschränken sich immer gegenseitig. Bei Einschränkungen müssen sie abgewogen werden. Und diese Abwägung hat hier nicht genügend stattgefunden. Also es ist nicht so, dass das Verfassungsgericht jetzt gesagt hat, hier Freiheitsrechte zählen mehr, als dass es journalistisch ist, führt das komplett in die Irre, was da behauptet wird. Sondern das Gericht hat auf das richtige und notwendige Prinzip der Abwägung hingewiesen. Die wurden gar nicht abgeschafft. Verlasst ihr euch auf den Aufwahren-Podcast. Wir erklären euch das nochmal, was hier falsch liegt. Der Berichterstattung. Also mal gucken, wie es in Gießen da weitergeht. Vielleicht wird er bald demonstriert. Naja, zum Ende noch einen kleinen Dank an Merkel. Vielen Dank, Frau Merkel. Sie sind krisenerprobt. Man kann sie wählen oder nicht. Aber ich finde, die machen das hier sehr ordentlich, ihren Job. Ja, warum auch nicht. Einfach mal Danke sagen. Die haben eine Straßenumfrage gemacht, wie geil man die Regierung findet oder was. Ja. Findest du nicht okay oder was? Ist doch voll wichtig. Okay, ein paar Sachen sind hier noch auf meiner, aber du kannst ruhig, wenn du noch was, sonst reden wir über Schule und das Gesundheitssystem nochmal, denn da scheint es ja, ach so, ein paar Auslandsnachrichten noch. Lassen Sie uns doch mal was Lustiges für zwischendurch machen. Ich weiß jetzt leider nicht, wie es in Deutschland ist. Ich gucke ja hier kein Privatfernsehen, was bedeutet, dass ich keine Werbeclips sehe. Aber in Amerika ist es so, dass jetzt viele, viele Konzerne neue Werbeclips geschaltet haben. und ihr müsst mal aufpassen, ob euch da irgendwas auffällt. Es gibt einen netten YouTuber, der das mal zusammengestellt hat, dass sich eigentlich alle Werbeclips dieser Konzerne ähneln. Uber Grubhub Publix Alle starten mit Klaviermusik Apple Kia FedEx Facebook When we first opened our doors Since 1926 Since 1978 For 60 years For 75 years For over 80 years 90 years Over 100 years Nationwide has been on your side Restaurants have always been there for you. Nissan has been with you Through Thick and Thin We will do What we've always done Take care of people We're people 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 Family 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 Families 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 Even now Especially now Especially now Right now Now more than ever More than ever Today More than ever Today More than ever Times like this At times like these During these difficult times In these troubled times Challenging times Trying times In these times of uncertainty During this time of great uncertainty During these uncertain times During these uncertain times Ja wir hatten doch mal diese Horoskopfrau da ne Die meinte Die hatte recht Die hatte recht Die war ziemlich turbulent Und danach kommt ein neues Regime Daraufhin hat uns ja einer Horoskoper aus der Zeitung Mal fotografiert Wo wirklich jedem Sternzeichen Gesagt wurde Machen sie es gemütlich Zuhause Bleiben sie zuhause Mal wieder einen schönen Fernsehabend zuhause Ich hab ein bisschen vorgespult Ich hab ein bisschen vorgespult Hier es gibt auch immer Die gleichen Messages Gut also Falls welche HörerInnen Das auch bei deutschen Werbeclips auffällt Lasst es mich doch wissen Das ist halt Wenn du verschiedene Marken hast Aber nur noch ein Unternehmen Das die Werbung macht Im Hintergrund Arbeitet Dann sieht es halt aus Keine Ahnung Das ist noch viel schrecklicher Zum Beispiel diese getragene Solo-Pianomusik Die wir da am Anfang gehört haben Das ist klassische Musik Die gerne genommen wird Wenn es um Kunstausstellungen geht Die suggeriert so etwas Wie eine sensible Ruhige Emotionale Einfühlsamkeit Da werden Wirkliche simpelste Aus der Steinzeit Der Wahrnehmungstheorie Stammende Begriffe oder Reize Werden da verwendet Das ist noch nicht mal Eine Werbeagentur Die das alles macht Sondern da sind die Werbeagenturen Die das machen Lass es 20 sein Da sind die Inhaltlich einfach Auf dem selben Stand Von vor immer Das ist schrecklich Ich glaube da gab es 1987 mal so Das eine Standardwerk Dem das beschrieben wurde Das alle gelesen haben Und jetzt macht Ich glaube Die erinnern sich Einmal an die letzte Krise 9-11 oder so Und dann haben sie wahrscheinlich Aber was haben wir damals gemacht Alles klar Okay so Hm Jetzt fehlt nur noch Enya oder wie sie hieß Kommt bestimmt noch Nein Und dann auch das Auch das Diese Ich meine Ich finde das Einen tollen Clip Den muss man finde ich Unbedingt verlinken Also was dann da Bedient wird Wo man sagt Wo Den Unternehmen Die das machen Geht es ja Um zweierlei Einerseits Präsenz zeigen Und Kundenbindung Die ihnen im realen Leben Verloren geht Wieder herzustellen Und das machen sie Erstens Dass sie sagen Wir sind schon Durch all die Zeiten Verlässlich gewesen Da referieren sie Auf ihre Firmengeschichte Und dann sagen Wir werden immer Für euch da sein Und da kommt wieder Ihr Produkt Also sie inszenieren In Zeiten Sozialer Unsicherheit Und Vereinzelung Die Menschen natürlich Empfinden In den USA Wie hier bei uns Suggerieren sie Ja wir sind Teil Der Community Ja wir haben Erfahrungen Wir sind Verlässliche Manager Von Entwicklungen Und ihr könnt Immer auf uns bauen Es gibt auch noch Eine Erklärung Dadurch dass gerade Alle die Produkte Verkaufen wollen Überhaupt gar nichts Mehr für Werbung Ausgeben Also Pepsi Cola Alle komplett raus Aus dem Markt Ist es gerade sehr billig Viel zu senden Man muss nur Den Zeitpunkt Jetzt treffen Also wird gesagt Mach mal bitte Bis morgen Diesen Clip fertig Also nimmt man sich Die typischen Datenbasen Wo die Familienbilder Nochmal dabei sind Und dann holt man sich Die Sprecher Aus der Sprecherkartei Und dann Fabriziert man das An einem Tag Und sendet es dann Also falls ihr Im deutschen Fernsehen Klaviermusik hört Den Verweis Auf die Firmengeschichte Den Verweis Dass wir gerade In schwierigen Zeiten Leben Und dass das Unternehmen Für euch da ist Lasst es mich wissen Ja Macht doch mal Ein bisschen Bildung Dann machen wir danach Umwelt Okay Schulschließung Spargelernte Das ist das Thema Was mich am meisten Interessiert Ich hoffe Es kann ein bisschen Überschwappen Zu euch Es ist natürlich Ja darum Darum machen wir Heute Abend Unser Bildungs Ah ja genau Danach kommen noch Ein paar lustige Sachen Währenddessen möchte ich Gern auf Twitter Vermelden Hier von Twitter Mein OB Setz dich ein Für eine hessenweite Maskenpflicht Bitte Volker Höre auf ihn Also Schulschließung Karli Check Oder wie sie heißt Von der wir wissen Naja so wäre die jetzt Auch nicht zu melden An der Stelle Aber sie zum Thema Schulschließung Und sie macht auch Diesen wichtigen Punkt Grundlage für Schulöffnungen Und andere Lockerungen Seien laut Leopoldina Niedrige Zahlen Bei Neuinfektionen Genug Kapazitäten In Krankenhäusern Und weiter strenge Abstands- und Hygieneregeln Für die Bundesbildungsministerin Folgt daraus Es wird glaube ich Auf eine einheitliche Auf einen einheitlichen Kriterienkatalog Zurück gehen Aber nicht zu Einheitlichen Entscheidungen Weil wir natürlich Ganz unterschiedliche Bedingungen haben Richtig Sie sagt selten Kluge Sachen Aber das war klug Ja der Kriterienkatalog Einheitlich Aber das führt dann Wirklich zu unterschiedlichen Konkreten Entscheidungen Stellt euch darauf ein Guter Hinweis von dir Pina Atalay fragt Wen sonst als diesen Herrn Haug Den wir jetzt Kennengelernt haben Letzte Woche Ja wie ist das jetzt In der gleichen Sendung Oder war er wieder da Der war überall da Weil er ist ja der Chef Von der Leopoldina Es interessiert auch Die Leute Aber er war doch vorhin Schon bei den Tagesthemen Bei einem anderen Thema Ja ja Also er wurde im Heutischenall so Im Tagesthemen zugeschaltet Im Heutischenall nochmal Zugeschaltet Dann waren da nochmal O-Ton-Spender und so Also er war quasi omnipräsent Er hat so ein bisschen Den Jens Spahn gemacht Letzte Woche Mal gucken wie lange Das anhält Also hier Pina Atalay fragt Haug zum Thema Ist es nicht unfair Wenn nicht alle gleichmäßig In die Schule müssen Sie wollen ja auch zuerst Die Grundschulen öffnen Jetzt mal jenseits der Frage Wie diszipliniert Acht- bis neunjährige Im Gegensatz zu älteren Schülern sind Sprengt das nicht Das gerade so wichtige Solidaritätsempfinden Wenn die einen Wieder Kinder zur Schule Schicken können Andere nicht Oder wenn es eine Geschäft wieder aufmachen Darf Das andere nicht Seine Antwort war Nichts sagen Deswegen lassen wir die aus Ja Lars Feld Zum Thema Wer muss in die Schule Dass wir im Übergang Von der Grundschule Auf weiterführende Schulen Unterricht vorsehen können Und es sind weitere Voraussetzungen notwendig Man kann die Kinder Nicht einfach durcheinander Laufen lassen Sondern das muss auch In gewisser Weise Geordnet erfolgen Genau Hört man jetzt mal Das Lomga Auf den Schulhöfen Und so weiter Aber Sie empfehlen das Zum Beispiel auch für Kinder Die in der Grundschule sind Und dann auf die Weiterführenden Schulen kommen Da reden wir von Neun, Zehnjährigen Die sollen dann jeden Tag Sechs, fünf, sechs Stunden Mundschutz tragen Die sollen Hygieneregeln einhalten Sich auf Heruntergekommenen Schultoiletten Also gründlichst Die Hände waschen Die sollen ihre Lehrer Nicht anfassen Die sollen zwei Meter Voneinander Abstand halten Ist das realistisch? Warum spricht sie überhaupt Mit dem Ökonom darüber? Wir müssen Ja weil es halt Gerade Thema war Und sie wollte nochmal Diesen Punkt machen Dass sie das für unrealistisch hält Das Menschenbild Das sie da offenbart Zehnjährigen gegenüber Finde ich allerdings Nicht gut Ehrlich gesagt Also es geht mir ein bisschen Zu weit Mit ihrem Das schaffen die alle nicht Die können sich doch nicht Die Hände waschen Sind sie bescheuert Unsere Eltern sind doch alle Bescheuert Die haben noch nie ihren Kindern gezeigt Wie man ordentlich Hände wäscht Also in deren Sicht Hier schlagen ehrlich gesagt Zwei Herzen in meiner Brust Denn zum einen Denke ich mir Als Vater eines Viertklässlichen Kindes Ja die sollte mal schnell Wieder in die Schule gehen Damit das mit dem Übergang Gut klappt Und jetzt irgendwie Keine Schule Und dann plötzlich Geht die fünfte Klasse Irgendwo anders los Und die Klassen sind neu Das ist kein Zustand Auf der anderen Seite Finde ich auch Diese Konzentration Von Lars Feld auf Die Schule hat nur Diese eine Funktion Und das ist Arbeitskräfte generieren Das wir brauchen Die gute Übergänge Und gute Abschlussnoten Weshalb man nur Diese letzten Klassen Ja ich meine Es ist schon eine Funktion In der Schule Aber es ist halt nicht Die einzige Und wenn man das hier So verkürzt auf Ja wir lassen jetzt mal Nur die die wir Später brauchen Also die die jetzt Ein Abschlusszeugnis brauchen Die müssen jetzt schnell In die Schule gehen Deren Sicht Ich bin trotzdem dafür Dass man die vierten Klässler Jetzt aus Auf freiwilliger Basis Ja wir haben auch hier Kinder von denen wir wissen Die Brüder haben Asthma Und so weiter Ja ob du dann Dein zehnjähriges Kind In die Schule schickst Wenn du weißt Zu Hause ist dann Die Lage ein bisschen anders Ist halt wirklich problematisch Auf der anderen Seite Man kann jetzt nur noch Blöde Entscheidungen treffen Aber man muss jetzt auch Mal eine Entscheidung treffen Und nach fünf Wochen Die Kinder zu Hause Und wirklich wenig Kontakt Zur gleiche Art Rücken Das tut den Kindern Auch nicht gut In deren Sicht Keine Ahnung Ja es ist kompliziert Skypen Skypen deine Kinder Ja klar die ganze Zeit FaceTime Ich lasse ich nur FaceTime Weil ich weiß Da ist es relativ sicher Und es klingt so gut Wirklich Wenn ihr euch immer noch Mit Whatsapp Scheiß Videokonferenz rumquillt Oder so weiter Nutzt mal FaceTime Das ist wirklich spektakulär Was Apple da geschaffen hat Aber FaceTime Die jetzt noch mehr Als vor fünf Wochen Oder hat sich das Einrangiert Ist das weniger geworden Konstant würde ich sagen Gleich Manchmal gibt es auch Wirklich die Unlust Ne ne Keinen Bock jetzt Und so Aber FaceTime ist schon Da muss man wirklich Apple nochmal Es ist wirklich erstaunlich Apple hat damals Angefangen das iPhone Ich habe dann mit der Joanna Zimmer Dieser Sängerin Für die FAZ Mal so ein Interview gemacht Da ist mir das auch mal Klar geworden Weil die ist ja blind Ja und das iPhone War die beste Erfindung ever Für blinde Menschen Weil die sind da Gerade an Selbstständigkeit erreicht Das Handy spricht mit dir Du kannst es sprechen Bedienen Und so weiter und so fort Ja Ist wirklich krass Und jetzt dieses FaceTime In dieser Corona Zeit Das ist wirklich sensationell Also da Da ist Kommt keiner an dran Ja Dieses ganze Google Meet Irgendwas und so Das kannst du alles In die Tonne kloppen Skype Ja Whatsapp Video Anruf Was für ein Schei ist Muss man echt mal sagen FaceTime Sensationell Wir werden natürlich Nicht von Apple dafür bezahlt Ja Sondern das ist jetzt Erfahrungswert Tim Cook hat keine Milliarde Für uns breit gedreht Naja Ihr räuspert euch verdächtig Um mich hier in die falsche Ecke Zu drängen Aber es ist tatsächlich Einfach Ich bin überzeugt Dass FaceTime Eine geile Sache ist Gut Kara Miosga Erklärt uns irgendwas mit R Und stellt die Frage zur Schule Wir müssen erreichen Dass im Durchschnitt Nur noch ein Mensch Einen anderen ansteckt Und nach den heutigen Zahlen Berechnet das Robert-Koch-Institut Diesen Faktor bei 1,2 Wir sind also Auf einem ganz guten Weg Und dürfen darauf hoffen Dass Länderchefs Und Kanzlerin morgen Einige Türen wieder öffnen werden Vielleicht sogar die zu den Schulen Dürfen wir darauf hoffen Das ist ja Ja Also ich finde es spektakulär Den Deutschlands Durchschnittswert Eher zur Rate zu ziehen Ob man jetzt Schulen aufmacht Also klar kann man das so machen Hat man ja schon die letzten 5 Wochen So gemacht Diese Argumentation Aber wenn ich nur eine Minute Darüber nachdenke Ich verstehe das nicht Wie das so geschehen kann Aber gut Ich habe mich genug darüber beklagt Kleiner gelehrten Streit Zwischen dem Präsidenten Des Lehrerverbands Und dem Vorsitzenden Der Ältervertreterin Haha Hamburg Ich glaube Es macht Sinn Das ist der Lehrer An jeder Schule An jeder Schulart Zu überlegen Mit welchen Schülergruppen Kann man wieder starten Das wird dann an den Grundschulen Vielleicht die Erstklässler sein Oder die Viertklässler Die sich auf den Übertritt vorbereiten Kinder zwischen 6 und 10 Jahren Als die vielleicht Ersten Die zurück in den Schulalltag Starten könnten Sind sie dafür die Richtigen Verstehen sie was Corona bedeutet Und wie genau man sich davor schützt Ich halte das für sehr schwierig Ich glaube Grundschüler Sind sehr impulsiv Ich tue vielleicht dem einen oder anderen Unrecht Aber ich glaube Rangelnd zusammen spielen Das ist doch Das was die Grundschüler gewohnt sind Und ich glaube Das werden sie nicht mal eben so Aufgeben können Also die Lehrervertreter strikt dagegen Die Lehrerpräsidenz wird schon gehen Lernfrage Hier in Berlin ist es so Da ist ja der Wechsel nach Klasse 6 Und da gibt es Eltern Die sagen es ist Schwachsinn Mit der Begründung Das sind jetzt Was ist Schwachsinn? Ja Die sagen es sei Schwachsinn Sechstklässler jetzt zur Schule zu schicken Mit der Begründung Das sei eben wichtig für den Übergang Die Eltern weisen darauf hin Und sagen Die Entscheidung Welches die weiterführende Schule ist Die sind alle vor vier Wochen getroffen worden Da ist Die Kids Die jetzt zur Schule gehen Als Sechstklässler Die gehen zur Schule Und machen Ausflüge Wie das schon immer früher gewesen war Also die Frage ist Ob das Argument Wir schicken sie jetzt hin Das wir eben auch gehört haben Weil das eben Übergangszeiten In die nächste Schule sind Ob das sachlich überhaupt trägt Ja Also die Wie ist das in Hessen? Die Vorbereitung zur Schulwechselwahl Es ist ja hier Wie wir gelernt haben Nur die Eltern entscheiden Du meldest dein Kind natürlich an Bei der Schule wo du hin willst Und gibst dann Zweitwünsche bekannt Ja Das Ding ist Klar haben sich die Schulen jetzt auch schon entschieden Allerdings ging die Eltern das erst im Juni mitgeteilt Das ist sowieso eine mega Unsicherheit Kriege ich überhaupt meinen Erstwunsch? Komme ich dann wenigstens auf den Zweitwunsch? Oder werde ich Ja Wie die fünf Prozent Die leider Pech haben Zugeteilt? Das weiß man ja nicht Ja So dass eh alle gerade unter Spannung stehen Weil sie erst im Juni erfahren Wie es überhaupt weitergeht Mir allerdings geht es jetzt erstmal Nur aus Sicht der Schüler Die sitzen jetzt zu Hause Seit fünf Wochen Das sind keine Sommerferien oder so Sondern niemand hat für die Zeit Es hat nichts offen Die dürfen nirgendwo hin Die dürfen auch niemanden sehen Die sitzen ganz für sich in ihren Zimmern Wenn sie Glück haben Haben sie ein eigenes Zimmer Sonst teilen sie sich das noch Mit ihren jüngeren oder älteren Geschwistern Und dann ist einfach Krieg Ja Dann ist nach fünf Wochen grundsätzlich Krieg Da muss man jetzt nicht irgendwie Oh da habe ich aber keine tolle Familie oder so abbekommen Ne Also wenn Kinder Sich ein Kinderzimmer teilen Und fünf Wochen Mit sagen wir mal Zwei Jahre Unterschied Aber beide im Grundschulalter zu Hause hängen Ja Ist bei uns zum Glück nicht so Ein getrennte Kinderzimmer Können sich deswegen zurückzuholen Aber da ist dann einfach Das ist einfach keine Situation Deswegen bin ich total dafür Dass man die Schule Unabhängig des Unterrichts und so weiter Als Begegnungsstelle Und Städte Für die Freiwilligen Wieder öffnet Wenn das lokale Gesundheitsamt sagt Wir haben die Lage unter Kontrolle Wir können zur Not in einer Woche Diese eine Schule auch wieder sperren Und alle angeschlossenen Elternhäuser In Quarantäne schicken Wie sie jetzt sowieso Ja im Lockdown sind Also einfach zu so regional unterschiedlichen Lockdowns Einfach anordnen Ja und da bin ich einfach dafür Dass man die Schule jetzt mal wieder Als Nicht nur Wie Lars Feld Das reduziert Auf Abschluss und so weiter Sondern dass man einfach sagt Es muss jetzt wieder ein bisschen Schule sein Und dann kann man in die Ferien gehen Und dann beginnt das neue Schuljahr Und dann ist sowieso alles neu Für diese Viertklässler Weil dann sind sie einfach In neuen Schulen Mit neuen Leuten und so weiter Ja In der Hoffnung Dass das natürlich klappt Also dieses Argument Schule öffnen Als Begegnungsort Um sozusagen Die Schülerquarantäne zu beenden Das ist gut nachvollziehbar Hast du auch die Argumente gebracht Die Frage ist nur Ob man sagen kann Und gerade die Schüler In den Übergangsklassen Müssen jetzt deswegen hin Weil es Übergangsklassen sind Also die sachliche Substanz Der Begründung Nur um die ging es mir Die würde ich anzweifeln Und aus dem was du gesagt hast Dass die eigentlichen Entscheidungen Wohin das Kind Wunschweise gehen soll Die sind längst vorher getroffen worden Ja Ein bisschen ähnlich Wie bei den Wie bei Abitur Wo wenn jetzt Abiturienten hin sollen Viele von denen hätten jetzt Hatten um diese Zeit In vergangenen Jahren Auch Leerlauf Zwischen den Klausuren Was sollen die dann In den Schulen Jaja Also mir geht es wirklich Nur um die Grundschulen In vierten Klassen Ja die sachlichen Sachen Sind alle klar Wir können den Kindern Einfach verordnen Auf welche Schule sie dann Im August gehen Nur so eine emotionale Begleitung Inklusive Abschied Aus der Schule Den Lehrer nochmal sehen Und so weiter Ich glaube die Gefahr Ist wirklich relativ gering Und die Gesundheitsämter Können das unter Kontrolle haben Das gilt nicht für alle Landkreise In Bayern In Mecklenburg-Vorpommern allerdings Da gibt es 350 Schulen Wahrscheinlich 150 200 Grundschulen Und sieben Corona Fälle Bei den Gesundheitsämter Genau wissen wer das ist Das muss mir nochmal erklärt werden Warum es dann nicht möglich ist Ja die Viertklässler jetzt einfach Wieder in die Schule zu schicken Ich habe jedenfalls keine Erklärung dazu gesehen Ich sehe immer nur Erklärung mit Das haben wir die letzten fünf Wochen Auch so gemacht Das wäre ja krass Wenn wir da jetzt abweichen Ja und dann sage ich einfach Ne das ist nicht so krass Wie man glaubt Das Problem Das Hauptproblem Sind dort die LehrerInnen Also erstens das Alter In Meckpom Wie du ja gerade sagst Die sind die Risikogruppe Und zweitens haben Lehrer Kinder Die gleichzeitig auch betreut werden müssten Das ist auch noch nicht geklärt Also es sind ja nicht nur die SchülerInnen Auf die es ankommt Ja aber auf freiwilliger Basis Es sind nicht alle Lehrer In den Risikogruppen Sind auch einfach sehr viele junge Frauen dabei Also mir fehlt die Erklärung noch Wie gesagt Ich bin gespannt auf die Kommentare dazu Aber dieses Ja wir haben jetzt sehr gut pauschal Es hieß Hammer und dann Dance Ja und diese Hammer Phase Die kann dann auch mal ein Ende finden Es geht dann Man muss dann auch mal diesen Dance sich zutrauen Man kann ja nicht weiter Ja also 60 Millionen Leute Lesen diesen Text zum Hammer und Dance Und dann rasten in Deutschland alle aus Weil der Hammer nicht zu toll genug zugeschlagen hat Obwohl wir wirklich viele Landkreise haben Die jetzt seit Wochen null neue Infizierte vermelden Also in der Hinsicht Da kann man schon jetzt mal ein bisschen auch Den Kopf weiten und darüber nachdenken Söder jedenfalls Und das ist eben Bayern spezifisch Ja ist da entschieden Zur Öffnung der Schulen Haben sie sich bislang zurückhaltend geäußert Sollen Grundschüler schon bald wieder zur Schule gehen Wie ist das Wissenschaftsgremium der Leopoldina empfiehlt Oder gerade die Jüngeren nicht Wie das Robert-Koch-Institut heute meint Ich neige da eher zum Robert-Koch-Institut Denn gerade die Grundschulen Sind diejenigen die wir als letztes öffnen sollten Bei den Abschlussprüfungen glaube ich Kann man großzügiger sein Denn die Schülerinnen und Schüler brauchen ja einen Abschluss Auch für den weiteren Berufsweg Da lässt sich auch Schutzmaßnahmen deutlich besser organisieren Und wir sollten da auf den Rat eigentlich der Pädagogen hören Die Lehrerverbände in Deutschland warnen ja auch davor Mit den Grundschulen zu früh zu beginnen Und ich neige dazu Diesen Experten mehr zu folgen Ja Also er will oben anfangen Mit den Älteren Vor allem wenn Abi ansteht Allerdings hat er noch ein bisschen Zeit Bis zum Abi Bayern hängt ja ein paar Wochen hinterher Was sagen Er hat ruhig reden Es gibt Orte wo es drängt Sehr gutes Gespräch übrigens von Thomas Mit Jenny Bei Jenny im Podcast dazu Söder erzählt ja nochmal Dass er auch Rückmeldung bekommt Deswegen glaube ich ist ein maßvoller und besonnener Weg der Richtige Und die Grundschulen und die Kitas sind da eher der letzte Schritt Ehrlicherweise bekomme ich auch wahnsinnig viel Post von Eltern Die genau das sich wünschen und empfehlen und sagen Bitte Zurückhaltung bei den Schulen Deswegen ja freiwillig Aber eben freiwillig Also dann noch tatsächlich ermöglichen Naja Söder nochmal zu diesem wichtigen Punkt Wer entscheidet eigentlich über die Schulöffnungen Weil in der Schlussempfehlung waren ja zum Beispiel auch glaube ich gar keine Virologen mehr dabei In der Empfehlung der Schulen Ich glaube wir müssen alles nebeneinander legen Wir dürfen auch nicht versuchen Wissenschaftliche Gutachten Politisch umzudeuten Sie so zu interpretieren Wie es dem jeweiligen Gusto In der jeweiligen Strategie entspricht So ein bisschen ganz ehrlich miteinander umgeben Ich dachte er sagt hier nochmal Okay dann müssen wir mal den nächsten Clip spontan testen Ob er hier nochmal diesen Punkt macht Kinder Nein hat er nicht Er hat nochmal gesagt Wieso fehlen wir heute Clips Das ist ja komisch Dass ihnen sehr viele Eltern Oder hat er das gerade gesagt Dass ihnen sehr viele Eltern sich bei ihm melden und sagen Nicht zu schnell Also nicht zu schnell Ja nicht zu schnell Da würde ich sagen ja Auf diese Eltern muss man dann unbedingt Rücksicht nehmen Und Im Clip davor Hm? Im Clip davor hat er das schon gesagt Wie man dann diesen Eltern zu sicher Dass die Kinder keine Nachteile davon haben Dass sie nicht in die Schule gehen Um in Asthma Bruder oder so Asthma belasteten Betroffenen Schüler Zu schonen und zu schützen Das ist natürlich Ja Es wird auch in Deutschland intergenerational gelebt Das ist natürlich in Italien Ein krass Megaproblem Deutschland gibt es das aber auch Dass die Oma mit ihren 80 Jahren Einfach mit im Haus lebt und so Also in deren Sicht Aber wie gesagt Man kann den Dance jetzt ruhig mal anfangen Und dann einfach gucken was passiert Es ist jedenfalls keine Lösung Die Kinder weiter zu Hause zu lassen Das ist wirklich keine Lösung Das darf man nicht einfach zu Weil es läuft ja gerade so gut und so Ja Kinder weiter zu Hause lassen Ist jedenfalls nicht eine Lösung Die man einfach so machen könnte Weil man es die 5 Wochen ja auch gemacht hat Armin Laschet Hör dir mal Anke Langner an nachher Ich glaube Sie hat Vorstellungen Die werden dich überraschen Vielleicht auch erfreuen Zum Thema was? Ja Zum Thema Wie ist das mit der Schulpflicht Und der Realisierung Wie realisiert man Lernen unter diesen neuen Bedingungen Zu Hause? Eben nicht Achso Sondern Also wenn ich zu Hause dann in der Schule oder was? Sie hat aber andere Vorstellungen davon Wie Schule auch sein könnte Oder zu sein hat Hör dir das mal an Ja Also Es wird viele Veränderungen geben Nur 10 Kinder in einem Klassenraum Und so weiter Das ist alles schon klar Ja Ob man jetzt Freiluftschule macht Weil Drosten sagt Das wäre doch auch ganz schön Oder Kikoli Das kann man ja auch draußen machen Wo der Wind ein bisschen weht Bin ich mal skeptisch Naja Armin Laschet Macht jedenfalls hier Ja Es wird sehr auf jeden rumgekloppt Finde ich natürlich auch toll Haben alle auf Twitter Spaß und so Aber er stellt es hier ordentlich dar Finde ich Jede Woche mangelnder Schulbesuch Eine mangelnde Chance in ihrem Leben Wir nehmen das in Kauf Weil wir sagen Das Gesundheitsargument ist im Moment stärker Aber so zu tun Als wenn alles schließen Ohne Konsequenzen für die Menschen wäre Auch gesundheitliche Konsequenzen Das müssen wir uns klar machen Es ist und bleibt eine Abwägung Ein ethisches Dilemma Tja genau so ist es Es ist nun mal ein Dilemma Mache ich das Lomka Wobei es eine klassische Strohmann-Argumentation war Wer hätte denn je behauptet Dass alles schließen ohne Folgen bleibt Oh also wenn ich auf Twitter lese Wie krass radikal die Leute einfach sagen Es hat doch jetzt geil funktioniert Wir können das nochmal fünf Wochen machen Und ehrlich gesagt Als die Leopoldina kam mit Dieses Schuljahr keine Kita mehr Da sind sehr viele Leute zu Hause Einfach wirklich zusammengebrochen Haben Panikanfälle gekriegt Weil es sind keine Zustände Die Deutschland da gerade mitmacht Aber es wäre die sicherste Variante Für wen? Für was? Das stimmt überhaupt nicht Dass das die sicherste Variante wäre Für die Kinder eben nicht Das wird völlig ausgeblendet Das ist nicht die sicherste Variante Für die Kinder Und die müssen auch mal ins Bild reinrücken Es ist ja ein ethisches Dilemma Es gibt nicht nur Corona-Bedrohte Sondern es gibt auch wirklich Kinder Die in konkreten schwierigen Lagen in Deutschland sind Es ist ein Dilemma Laschet sagt es genau richtig Die sicherste Lage Das kann man so überhaupt nicht sagen Und dass er aber eben auch mit einem bestimmten Bias rangeht Das muss man dann auch immer sagen Das ist Ich bin sehr für diese Abwägung und Dilemma-Diskussion Und deswegen verbieten sich einfache Lösungen Deswegen ist auch das Was wir so als Lockdown bezeichnen Das muss im Grunde in seiner Berechtigung Oder Berechtigtheit oder eben nicht Muss das permanent neu abgedatet und diskutiert werden Deswegen finde ich den Mechanismus Den da Bundesregierungen und Landesregierungen sich gegeben haben Den Zeitmechanismus zu sagen Wir versuchen A Gemeinsam zu entscheiden Im Sinne von gemeinsamen Kriterien Und B Es muss immer wieder neu geprüft werden Deswegen setzen wir uns da alle zwei Wochen neu zusammen Finde ich völlig richtig im Prinzip Wie will man es anders machen Mache ja das locker Und worüber wir jetzt seit zwei Stunden reden Ist ja auch repräsentativ für die Diskussion Wahrscheinlich auch auf dieser Ebene Stefan hat eine legitime Haltung Zu sagen Warum nicht so Und ich meine Ich habe auch eine legitime Haltung Lieber vorsichtiger Und lieber nochmal vier Wochen extra Ja aber du glaubst Alle sind in Sicherheit Wenn sie nicht in die Schule gehen Und das stimmt nicht Das habe ich gar nicht gesagt Doch du hast gesagt Das ist die sicherste Variante Die sichere Variante Und ich sage Ne das ist nicht sicherer Die Bedrohung durch Corona Ist sehr viel geringer Als Bedrohung Die Kinder gerade so erleben Also da kann man einfach nicht sagen Das ist die sichere Variante Ich weiß auch Wer hingegen genau davor Angst hatte Dürfte erleichtert sein Das Meinungsbild ist da ja durchaus Nicht einheitlich Auch nicht unter Politikern Ja sehr viele haben sehr viel Angst Und die sind jetzt sehr erleichtert Und sehr viele finden es nicht gut Und die sind jetzt sehr enttäuscht Und diese Enttäuschung Und diese Angst Die werden weiter wachsen Und da wird es einen immer Größeren Spalt einfach dazwischen geben Und den muss man erstmal wieder einfangen Das wird nicht so einfach wie gedacht Dietmar Bartsch hat hier mal einen Vorschlag Grundschulen bleiben vorerst geschlossen Auch Kindertagesstätten Die Opposition sieht da einen Schwachpunkt Ich hätte mir gerade hier Ein anderes Engagement gewünscht Denn es ist für viele Ich sage das nochmal gerade Für ärmere Kinder Entsteht ein riesiges Problem Kein kostenloses Schulessen Hier brauchen wir mehr Unterstützung Hier ist nicht nur ein Rettungsschirm Für die Wirtschaft Für Kurzarbeiter Sondern hier ist insgesamt Auch für Familien Ein Rettungsschirm notwendig Ja wo ist mein Rettungsschirm Für die Familie Und ich kann auch zum Glück sagen Ich brauche ihn persönlich nicht Aber ich sehe sehr viele Gerade in diesen Großstädten Wie Hamburg Frankfurt Berlin Und so weiter Das ist wirklich nur eine Hauswand Von eurem Spaziergang entfernt Dass sich da die großen Großen Dramen abspielen Also das haben wir ja geschafft Bei Jung und Leif Immer wieder aufzuzeigen Das liegt nicht An der Bundesregierung Das liegt auch nicht An dem Koalitionspartner SPD Die das sogar wollen Die auch das Elterngeld Erhöhen wollen Gerade zu diesen Zeiten Die Linken und Grünen Fordern das ja auch Es liegt einzig und allein An der Unionsfraktion Warum das nicht getan wird Die blockieren das Und wenn du mit den PolitikerInnen Mit denen wir jetzt auch Öffentlich sprechen Im Hintergrund sprichst Dann sagen sie dir das deutlich Die Fragen Die du gerade aufgeworfen hast Und die Barsche aufwirfst Das blockiert die Union Naja, aber es geht halt Nicht nur um Geld Klar kann man nicht Aber schon auch wesentlich Nee, schon auch wesentlich Also der Vorschlag Den Giffey gestern gemacht hat Was immer man von ihr hält Nämlich zu sagen Das was wir im Moment haben In den Kitas Notfallbetreuung für Kinder Von sogenannten systemrelevanten Berufen Das auszuweiten und sagen Nein, wir brauchen Kitas, die auf jeden Fall Offen sind Für Kinder aus Finanziell schwachen Familien Wo gerade sozusagen Der soziale Brennstoff Sprengstoff, den du eben auch Angesprochen hast Wo der sich stapelt Dafür brauchen wir Egal ob man jetzt Unabhängig von der Frage Kita sofort wieder aufmachen Oder nicht Für diese Fälle Also sozusagen Sozial definiert Muss Kinderbetreuung Wieder organisiert Zur Verfügung stehen Da bin ich mal gespannt Inwiefern sie sich Mit der Position Die wenigstens Vom Ansatz her Ein Stück weit dem entspricht Was Bartsch da gesagt hat Ob das Im Kabinett Durchkommt oder nicht Also hier in Hessen Wird jetzt ernsthaft Darüber diskutiert Sobald wie möglich Für alle Alleinerziehenden Die Kitas wieder zu öffnen Und genau in die Richtung Muss es gehen Da kann dann immer noch Das regional zuständige Also wirklich konkret Zuständige Gesundheitsamt Veto einlegen Aber die Ausgangslage Muss eine andere sein Das kann so nicht Weiter gehen Das ist kein Wirklich kein Zustand Weil man muss auch Also mein letzter Satz dazu Sorry Man muss dann auch Bereit sein zu sagen Und wenn sich nach Ein oder zwei Wochen Oder drei Wochen Rausstellt Absolut Du hast da Auf einmal einen kleinen Mini-Infektionsherd Da muss der Laden Eben da auch wieder Dicht gemacht werden Ganz genau Und davor Und davor haben glaube ich Viele Politiker Angst Dass sie sagen Jetzt nach dem Lockdown Machen wir die Öffnung Und nach zwei Oder vier Wochen Sollen wir den Leuten sagen April, April Alles wieder rückgängig Das ist für viele Noch mehr worst case Als wenn man sagt Wir ziehen das jetzt Noch zwei Wochen durch Wenn meine Kita Einen Corona-Fall hätte Würde ich natürlich Freiwillig sagen Klar gerne Lockdown Zwei Wochen Wir sehen uns dann wieder Aber wenn es keinen gibt Muss man es so lange Offen lassen wie geht Gut Wollen wir mal aufs Feld Also nicht zu Lastfeld Sondern aufs Feld Wir haben ja Wir haben ja einen Gast Wir haben gestern schon Vorab ein Gespräch geführt Weil Herr Ostendorf Heute nicht konnte Er lässt sich entschuldigen Grüß dich Stefan Da haben wir schon 45 Minuten Das ist der agrarpolitische Sprecher Der grünen Bundestagsfraktion Und der einzige Biolandwirt Im Bundestag Und mit dem haben wir nicht nur Über die Dürre Den vielleicht nächsten Dürresommer In diesem Jahr gesprochen Sondern auch über die Spargelern Und damit steigen wir jetzt mal ein Ich habe mir gedacht Darüber müssen wir mal reden Und bevor wir dann mit dem Experten Reden Der sich da auskennt Gucken wir mal Wie die Regionalmagazine Und die Überregionalmagazine Der ARD Darüber berichtet haben Weil Vielleicht Hans Witte auffallen Was sie alles so weglassen Beziehungsweise Was gar kein Thema Für Ja diese Berichte ist Nämlich die Arbeitsbedingungen Der Menschen Die wir extra einfliegen lassen Bevor wir aber mit dem Spargel Anfangen Ich weiß ja nicht Ich habe ja immer Immer wieder hier betont Ich bin kein Spargel Fan Ich hasse Spargel Es gibt zwei Lebensmittel Die ich hasse Oliven Kennt ihr irgendeinen Der Spargel gerne isst Ich kenne niemanden Ich Alle anderen Menschen Alle anderen Menschen Die ich kenne Essen lieber Was Spargel ist köstlich Hans Hast du deine Meinung Jetzt geändert Aber für dieses Jahr Machst du Spargelboykott Nein ich mache keinen Spargel Hast du selbst gestochen Ich mache keinen Ja selbst Selbst gestochen Nein ich Reduziere Spargel Aber Kompletten Boykott Bringen wir nicht Übers Herz Du reduzierst Spargel Du legst ja nur noch Eins auf den Teller Oder was So Ich würde mal vermuten Dass er in dieser Saison Halb so viel Spargel ist Wie sonst Wir machen jetzt mal den Test Das ist ganz gut Dass Hans Spargel mag Weil Du kannst die Frage Ja nicht beantworten Und Hans kann ja mal kurz Den Unterschied Zwischen weißem Und grünem Spargel Erklären Soll ich das vorab machen Ja selbstverständlich Grüner Spargel Ist deswegen grün Weil er Chlorophyll gebildet hat Das entsteht Unter Sonnenlicht Das heißt Der grüne Spargel Wächst Oberhalb der Erdoberfläche Deswegen wird er grün Der weiße Spargel Wird gestochen Während die Stangen Sich unter der Sozusagen Hessen hat berichtet Mann Übertreibs mal wieder Hans Weil jetzt habe ich Eine Minute Beitrag Von den Rathebern Vom hessischen Rundfunk Dann sag mir nicht Dass ich was sagen soll Du hättest einfach nur sagen können Grüner Spargel wächst oben Weißer unten Das hätte mir schon gereicht Aber jetzt nochmal Warum ist der eine Spargel Eigentlich weiß Und der andere grün Das kann ich nie sagen Wahrscheinlich hat er Weniger Farbelemente Oder keine Ahnung Ja weil der weiße Unter der Erde wächst Der grüne über der Erde Keine Ahnung Der ist nochmal dreif Ob das stimmt Wir sind bei Spargelbauer Manuel Klemme Aus der Nähe von Kassel Auf seiner Plantage Wachsen beide Sorten Der weiße Spargel Wächst unterirdisch Bis zu seiner Ernte Hat er keine Sonne gesehen Klar Das macht blass Der grüne Spargel Wächst oberirdisch Bekommt also viel Sonne ab Durch die Photosynthese Wird er grün Und dass er oberirdisch wächst Hat noch einen Vorteil Er lässt sich leichter ernten Als der weiße Beide Sorten Haben auch viele Lebenswichtige Mineralstoffe Wie Kalzium und Kalium Gut für Muskeln und Knochen Was die Vitamine angeht Liegt allerdings Der grüne Spargel Klar vorn Er hat mehr Pro-Vitamin A und C Und sogar dreimal so viel Vitamin B Wie sein weißer Konkurrent Lüge Da sind Kinder sehr ehrlich Wenn du den Brokkoli auf den Teller legst Dann willst du Brokkoli Ich esse kein Gift Gut Weil Hans ja eh schon alles weiß Das nervt mich jetzt Stefan was glaubst du Welcher Der weiße oder der grüne Spargel Welcher muss geschält werden Ich denke mich richtig doof Pass auf Ich glaube gar keiner muss geschält werden Den isst man wie ein Apfel Oder Hans Kann dein Klipp jetzt noch was auflösen Was noch nicht gesagt wurde Ja Bei weißem Spargel gilt Er muss sorgfältig geschält werden Damit er nicht faserig schmeckt Und was ist mit dem grünen? Muss er auch geschält werden? Nein Sag ich jetzt mal so Den muss man nur unten abschneiden Und unten das letzte Drittel ein bisschen schälen Alles andere kann man so essen Den nehme ich nicht Er muss nicht geschält werden Nur bei dicken Stängeln Empfiehlt es sich Das untere Drittel zu schälen Aber auch der weiße Spargel Hat Vorteile Weißer Spargel Wenn er sehr frisch ist In den Kühlschrank gelegt Vielleicht feucht das Tuch drum Kann man den ohne Probleme Mehrere Tage aufheben Gut Das waren die Grundlagen Zum Thema Spargel Die vielleicht Ich sag mal Die Hälfte unserer HörerInnen Auch nicht essen und kennen Also ich Meine Mutter meinte ja Was will man mit diesem Gemüse? Ich habe meine Mutter gefragt Warum ich keinen Spargel esse Und sie meinte so Ich habe als Kind zu viel Spargel gegessen Und irgendwann war es mir über Warum bist du kein Spargel, Stefan? Keine Ahnung Ich finde Spargel ist einfach Das kommt überhaupt nicht in Betracht Ich finde es eklig Es schmeckt nicht Es ist eklig Ich gehe aber sehr nach Optik Also ich gehe ins Restaurant Da gucke ich schon mal so rechts, links Welchen Teller will ich Und dann sage ich ihnen, was ich will Und wenn ich so einen Spargelteller sehe Dann sage ich dann nicht Das will ich essen Also das ist doch irgendwie Naja Auf jeden Fall Friedrich Ostendorf erklärt ja nachher auch nochmal Das ist ein Luxusartikel Der auf unseren Feldern wächst Es ist kein Es sind keine Kartoffeln Es ist kein Weizen Es ist kein Mais Es ist ein Luxusartikel Und wir beschäftigen uns jetzt mal mit der Ausbeutung Ausländische Arbeitskräfte Auf den deutschen Feldern Um dieses Luxusgut zu ernten Und ich habe wie gesagt ARD-Programme hoch und runter geguckt Insgesamt 22 Um zu sehen Wie über die Spargelente berichtet wird Was weggelassen wird 14 Minuten Spargel gucken willst Aber es sind insgesamt nur 6 Clips, Stefan Weil ich das zusammengeschnitten habe Für dich Also meine ganzen Nachrichten Waren vorher nicht so lang wie das Was du jetzt am Stück zum Thema Spargel machst Aber ich wette mit dir Stefan und dir Dass wir das in einer Sechstel der Zeit schaffen Ich hoffe Spargel, Spargel, Spargel Wir fangen mal Ich habe es nämlich sortiert Wir fangen mit den Spargelbauern Und Bäuerinnen an Die über Dinge sprechen Und sie fangen mal Darüber an zu sprechen Und ihr könnt ja die Unterschiede feststellen Wie es denn ist Warum sie osteuropäische Helferlein brauchen Wir werden so mit dem Personal Werden wir unsere Ernte nicht komplett einfahren können Und wir werden auch ein Problem haben Die nächste Ernte auszupflanzen Wenn sie ein ganzes Jahr ihr Herzblut dranhängen Und die Erdbeeren und Spargel hegen Und pflegen, dass es was wird Und dann sieht die Ernte Der Spargel sprießt ja jetzt Dann haben sie keinen, der die sticht Da könntest du das Kreine kriegen Auf deutsch gesagt Und Gott sei Dank haben wir jetzt die Regelung Die haben wir jetzt bekommen Das Kreunen kriegen? Was ist das? Du bist der Hesse Kreinen Das Kreinen Weinen Man könnte zu heulen anfangen Kreinen heißt weinen? Ja, Kreinen Kreinen doch nicht so Ist eigentlich eine Ich habe nie gehört Etwas Süddeutsch Ja, ich sag ja Guck mal Google mal Kreinen Ja, ich glaubste ja Du hast ja immer recht bisher gehabt heute Wir hören weiter Ich fordere halt schon Dass die Grenzen etwas gelockert werden Dass wir Leute wieder bekommen Zumindest unsere Unsere alte Besetzung Die wo wir seit Jahren haben Die wo quasi bei uns Wie ein Familienmitglied sind Nur sechs Polen Arbeiten zur Zeit Auf dem Spargelhof In Diele Wir haben schon vor vier Wochen Zirka Die ersten Leute aus Polen Reinkommen lassen Da ich mir vorstellen konnte Dass irgendwas passiert Mit den Grenzen Dass die wahrscheinlich zugemacht werden Dann hab ich gesagt Lasst die ruhig herkommen Bisschen Arbeit Hab ich wohl Und jetzt sind sie Gott sei Dank hier Mein Vorteil zum Glück Es ist ein wahnsinniger Kraftakt Jetzt gerade war das formulartechnisch Gar nicht so schlimm Diese 40.000 Die jetzt im Mai einreisen dürfen Allerdings haben sich natürlich jetzt Auch sehr viele Landwirte Auf die Flugzeuge gestürzt Also 40.000 Leute herfliegen Ist ja auch eine Logistik Und man fragt was an Man kriegt ein Angebot Schickt das zwei Minuten später Unterschrieben per Mail zurück Und dann wartet man erst mal einen Tag Ob man denn jetzt den Flug bekommt Im Portal muss man aber 48 Stunden vorher Die Leute angemeldet haben Mit Flugnummer Alles was Corona betrifft Ist jetzt zusätzlich dazugekommen Das heißt Die Leute aufklären Neues Infomaterial sichten Wie ist die momentane Lage Schilder anbringen Handdesinkfunktion Es geht immer weiter So sieht's aus Sehr stressig Anstrengend Auf Dauer vor allen Dingen Für diese Rumänen ist alles gut gegangen Sie sind gesund Dürfen weiterreisen Spargelbauer Tino Reichelt Steht schon eine Weile hier Er ist extra aus Mecklenburg Vorpommern gekommen Wir erwarten 13 rumänische Erntehelfer Die wir hier heute abholen dürfen Nach langer Zeit Und deswegen sind wir hier Mit einem großen Reisebus Ohne die Rumänen, Bulgaren oder Polen So die Befürchtung der Bauern Sei die Ernte nicht zu schaffen Auch Spargelbauer Tino Reichelt Baut darauf Sonst würde es sehr schwer Es haben sich auch viele Deutsche beworben Studenten und so weiter Hätte bestimmt auch irgendwie funktioniert Aber mit einem riesen Mehraufwand Weil die natürlich nicht Ich sag mal sechs oder sieben Tage Den ganzen Tag können Ähm ja Wäre viel logistisch Viel aufwendiger gewesen Als mit den rumänischen Erntehelfern Ich stelle jetzt mal eine Frage Die ich jetzt nicht beantworte Weil Stefan natürlich das Gespräch Nachher hören soll Mit den anderen HörerInnen Stefan Wer zahlt die Flüge Also wenn du mich so fragst Wer diese Flüge bezahlt Dann würde ich sagen Nicht Oma Erna Die am Ende den Spargel Für 13,50 Euro Auf dem Teller hat Und auch nicht das Ernteunternehmen Sondern das ist Wirtschaftsbeihilfe Durch die Landesregierungen Oh Gott keine Ahnung Lass dich überraschen Du wirst geschockt sein Ich war auch geschockt Ich hab's nämlich nicht gewusst Ähm Jetzt Hören wir mal Was es denn für Regeln gibt Ein Bauer erklärt mal Wie er seine rumänischen ErntehelferInnen Untergebracht hat Am Ostermontag kamen dann auch 80 rumänische Mitarbeiter Von Rolf Meinhardt In Frankfurt-Hahn an Für sie gelten nun Strenge Gesundheits- und Hygieneregeln Zum Beispiel für deren Unterbringung Dafür hat Meinhardt Extra Container organisiert Dann haben wir ruckzuck Eine Aufstellungsgenehmigung bekommen Weil das ja normal Hier gar nicht zulässig ist Und haben hier eine Einheit gebaut Für 20 Mann Die also hier wohnen Und dann aufs Feld fahren können Die eingeflogenen Erntehelfer Hat er in 4 Gruppen aufgeteilt Immer 20 Personen sind zusammen Dürfen 14 Tage lang Mit keinem der anderen Mitarbeiter In Kontakt treten Und ausschließlich Die ausgewiesenen Bereiche Des Hofes betreten Auch das Einkaufen Übernimmt die Familie Meinhardt Und es gibt spezielle Arbeitszeiten So soll sichergestellt werden Dass sich die einzelnen Gruppen Nicht begegnen Ein absoluter Horror wäre Wenn mir ein Virusfall Auf dem Hof hätte Weil ich weiß dann nicht Wie wir uns da überhaupt Zu verhalten haben Wird der ganze Hof dann zugemacht Oder so Und das wäre für uns dann Ruin eigentlich Das habe ich jedem Ganz explizit gesagt Jedem in die Auge geguckt Auf 2 Meter Abstand natürlich Und die Haube, die ich bis jetzt Da muss ich sagen Toi, toi, toi Gut dran gehalten Du hast ja gerade gesehen Nicht, dass das die Deutschen Die Deutschen machen sollten 30 Euro zahlen Du hast ja recht Das ist ja Es ist ja fucking körperliche Arbeit Es ist eine der schlimmsten körperlichen Arbeiten Die du auf einem deutschen Feld Oder auf irgendeinem Feld Ableisten kannst Und dann wird zum Mindestlohn vergütet Und der Mindestlohn kommt ja am Ende Noch nicht mal an bei den Leuten Also bei den rumänischen Erdhelfern Ich bin nicht dafür Dass Hans demnächst 70 Euro für seinen Spargelteller zahlen muss Weil das wäre die Folge Ja, da will ich Hans vorschützen Ich will, dass das automatisiert geschieht Dann würde mein Spargelkonsum auch zurückgehen Ich erlaube mir nur den kleinen sachlichen Hinweis Wenn es sich um Spargelflücken handeln würde Stefan Hätten wir die automatisieren Ich weiß, der muss abgestochen werden Aber das kann man auch automatisieren Also da meinte Ostendorf Das sei aktuell noch nicht möglich Aber ich stecke auch nicht Ach, was man so alles sagt Was aktuell nicht möglich sei Und nächste Woche rennen wir alle mit Maske rum Also Spargel abzustechen in so einem Feld Das wirklich Ich bin mir sicher Da werden wir irgendwann zu hinkommen Aber aktuell ist es einfach noch zu billig Genau, es ist zu billig Ausländische Arbeitskräfte herzuholen Das ist das Argument von Arbeitsfrei Konstanze Kurz, Frank Rieger Wenn die Arbeit weiter so billig bleibt Es gibt sehr viele, die einfach sagen Mindestlohn muss ab sofort hoch Und wer sagt es vor allem Die, die die Automaten herstellen Die das alles automatisieren Das ist also das humane Argument zum Thema Da sollte man Mindestlohn Das muss man hinterfragen Weil die Arbeit soll Nicht mehr menschlich sein Wenn man jetzt sagt Okay, wir wollen mal einen tollen Mindestlohn Von 45 Euro fürs Spargel stechen Ein Jahr, maximal zwei Danach ist das Ding Geschichte Dann kriegt da gar keiner mehr Lohn für Und wir haben trotzdem Spargel Und das ist das eigentliche Ziel Ich hab mit Spargel nichts zu tun Ich hab ein paar Stefans dabei Die wir gleich hören Wir gucken mal ganz kurz Wie die Unterbringungsbedingungen sind Für die Menschen, die eingeflogen wurden Ich denke für uns ist es nicht schwer Die Regeln einzuhalten Weil jeder versteht Das Virus ist kein Spaß Und keiner möchte krank werden Distanz Auch beim Mittagessen Getrennt nach Gruppen Holen sich die Helfer ihr Essen ab Gegessen wird dann in der Unterkunft Zwei Helfer teilen sich ein Zimmer Sie sind angehalten Den Hof nicht zu verlassen Im extra eingerichteten Shop können sie Lebensmittel Und Hygieneartikel kaufen Auf dem Feld verdienen sie den Mindestlohn Und einen Bonus von 500 bis 2000 Euro pro Saison In diesem Jahr vielleicht sogar mehr Wenn wir gut durch die Saison kommen Dann werden die garantiert was oben rauf kriegen Wir müssen aber erstmal sehen Dass wir den Betrieb irgendwie am Laufen gehalten kriegen Und die Saison auch überleben als Betrieb Wie so ein König steht da auf seinem Feld Und verteilt die Gnade Okay Leute Also wenn noch was übrig bleibt Können auch die, die das geerntet haben Ein bisschen mehr bekommen Genau Wie gütig Das ist wirklich krass Man lernt diese schockierenden Zustände Und dann fragt man sich Das wird aber tatsächlich so organisiert Also irgendwer nimmt ihren Empfang Und sagt denen Das ist deine Pritsche Das ist dein Feldweg Den du lang gehen musst Um das zu stechen Du kennst den Weg ja schon Das sind doch über, die sind doch über Jahre Schon krass, was man so lernt In diesen schwierigen Zeiten Auf jeden Fall habt ihr gerade Ein Mann gehört Da fünf Sekunden was gesagt hat Dass alles nicht so schlimm ist Und jetzt hört ihr die andere Einzige ausländische Stimme Von diesen Feldern Die ich in 22 Regionalmagazinen gefunden habe Christina Tatarici Kommt seit 15 Jahren Auf den Hof von Susanne Denzer Und ist heilfroh Dass sie auch jetzt hier sein kann Trotz Corona-Krise Zu Hause jetzt ist keine Arbeit Und Und deshalb sind Sie froh, dass es geklappt hat Ja, 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 ja Das waren die einzigen O-Töne von den Arbeitnehmern aus dem Ausland Die zu zehntausendfach auf den Feldern sind Im Vergleich zu Deutschen Die Deutschen wurden massenhaft interviewt Und wie schlimm diese Arbeit ist Aber es wurde keine O-Töne von diesen Menschen eingeholt Wir wissen aber, dass der O-Ton, den wir gerade gehört haben Sehr repräsentativ ist Ja, klar Aber trotzdem kann man dieselbe Frau ja fragen Wie schwer die Arbeit ist Erklär uns das mal Die Arbeit ist schwer Aber sie macht sie auch gerne Weil sie hier viel verdient in Deutschland Ja, aber trotzdem kann sie ja erklären Warum zum Beispiel Man könnte ja fragen Warum halten deutsche Ätherhelfer das nicht durch Und ihr schon So was kann man ja alles mal fragen Offene Fragen Ihre Alternative ist Zu Hause zu sitzen Kein Geld zu verdienen Und einfach in so einem Frühling zu verschwenden Muss man halt leider auch sagen Das ist jetzt nicht im Sinne von Wir dürfen die nicht mehr einfliegen und so weiter Also sehr viele Polinnen Die sich ansonsten an deutschen alten Rentnern Einen guten Sommerurlaub verdienen Indem sie die drei Monate lang pflegen und so weiter Die können jetzt auch gerade das nicht machen Und das hat so Verschleppungswirkungen Über die deutsche Grenze hinaus Ich habe ja nichts dagegen Dass die herkommen und hier arbeiten Die sollen nur anständig bezahlt werden Und nicht ausgebeutet werden Sagt das Hans Was kostet ein Teller Spargel? Moment Gibt es Spargel für ungefähr Um die 10 Euro das Kilo 14 Euro in Meckbom Tja, und würdest du auch 30 zahlen? Ja, wir haben Wir reden nachher mit Ostendorfer Was ein Bauer dazu sagt Also jetzt gucken wir mal Was die Bauern Wir sind immer noch bei den Bauern Über die deutschen Helfer sagen Halt mal zu Ja, die sehen das schon als schöne Tätigkeit am Feld Bei Sonne Spargel zu ernten Aber ob die das Durchhaltevermögen auf die nächste Zeit Auf den sechs bis acht Wochen Spargelern, das ist fraglich Spargelstechen ist nicht gerade die einfachste Arbeit Die mir zu vergeben haben in der Landwirtschaft Aber toi 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 Und wir sind echt begeistert davon Wie viele Durchhalte und den Ehrgeiz entwickeln Spargel zu stechen Dem perfekten Spargel zu stechen Selbst Bauarbeiter hatte ich Die sind immer wieder weggelaufen Weil sie einfach gesagt haben Das ist Arbeit, das können sie nicht Das tut denen dann weh Und wenn die dann Sagen wir mal Wir bezahlen 10 Euro die Stunde Wenn es noch ein bisschen Prämie gibt Gibt es 12, 13 Euro Aber für das Geld arbeiten die einfach nicht Ich habe zwei selbstständige Friseuse Zum Beispiel in meinem Team drin Die jetzt einfach auch nicht wissen Wie sie ihre Miete bezahlen sollen Und dadurch haben wir gesagt Man möchte das so als kunderbunte Truppe Im Einklang haben Wenn das irgendwie geht Und morgen wird eine Gruppe Deutscher erwartet Zum sogenannten Casting quasi Denn die Deutschen sollen zeigen Inwieweit sie denn Spargel stechen können Es haben sich insgesamt 35 Leute gemeldet Und da ist natürlich die Frage Was man da noch so beachten muss Und wie man da vor allen Dingen Auch vorbereitet sein muss Und diese Frage würde ich gerne an Herrn Imholze Wind Was sagen Sie denn dazu Was muss man mitbringen Um wirklich ein guter Spargelernter zu sein Gutes Schuhwerk in allererster Linie Und ja, man darf nicht so wetterfühlig sein Weil wir sind hier bei Wind und Wetter draußen Jeden Tag Egal ob es heiß ist oder kalt ist Ob die Sonne scheint oder es regnet Soweit es möglich ist Müssen wir jeden Tag raus Und jeden Tag unsere Ernte reinbringen Also man sollte körperlich belastbar sein Und ja, ich sage mal Das richtige Equipment geht los Mit einem richtigen Schuhwerk Selten berufsgesehen Die so hyperidealisiert werden Weil man so sehr am Status Quo klammert Oh nee, jemanden neu einarbeiten Drei Euro mehr zahlen Aber Hans Wir müssen noch eine Stilkritik Du als Fernsehfachmann Dieses Handeln des Mikrofons Der ist von demjenigen, der die Frage stellt Über diesen langen Arm und so Oft Alles falsch gemacht Was man falsch machen kann Ich kann mir den Tonmann im Studio vorstellen Der sich an den Kopf Was macht sie denn Wie hält sie denn das Mikro Und dann muss er es nachsteuern Und dann ist es übersteuert Gut Worüber ging es in den Berichten Natürlich wie sich Deutsche anstellen Auf dem Feld Und wir hören jetzt mal Was für Deutsche sich dort Betätigen Und wie sie das so finden Die Studenten der Kunst- und Politikwissenschaften Der Philosophie und der Ökonomie Schlucken jede Menge Staub und Dreck Sie wühlen in der Erde Und die Sonne Verbrennt ihnen beim Spargelstechen die Haut Benedikt Grünberg ist seit zwei Tagen Auf den Feldern Hier bei Vetschau Ich studiere Umwelt- und Ressourcenmanagement Im Master Und ja, das Schwierige am Spargelstechen ist Ja gut, manchmal Biegt er sich irgendwie unter der Erde Und dann sticht man unendlich lange rum Und trifft ihn einfach nicht Ich verstehe es manchmal gar nicht, warum Aber ja Und ja, das viele Folie hoch und wieder runter Das ist das Nervige Also wenn man einfach durchgehend Spargelstechen könnte Wäre das ein bisschen einfacher, glaube ich Für die Kunst des Spargelstechens Dürfen sich Anfänger zwei bis drei Tage Zeit nehmen Sagen die Profis Henning Halbwassen ist erst seit einer halben Stunde auf dem Feld Dafür klappt es schon ganz gut Normalerweise studiere ich in Osnabrück Betriebswirtschaft Aber das gestaltet sich jetzt ja gerade auch schwierig Mit den Vorlesungen, weil die alle online geschaltet werden Ja und deswegen helfe ich hier so ein bisschen aus 9,30 Euro bekommt er die Stunde Sehr unbekannt, die Anstrengung auf jeden Fall Aber schön, wenn man so einen Kasten abgeben kann Und nie so einen kleinen Und von Tag zu Tag wird es besser, das Gefühl Hat man Schmerzen, Muskeln? Ja, der Rücken, die Hand vom Messer Die andere Hand vom Buddeln Eigentlich fast alles Und wenn man so lang ist wie ich, dann auch die Beine Weil man sich so beugen muss Der Messebauer ist arbeitslos Vor vier Wochen hat er seinen Job verloren Nun will er in der Landwirtschaft Geld verdienen Heute arbeitet er zur Probe Ziemlich anstrengend Ja Ich mache das jetzt eine Stunde Das geht ins Kreuz Mal schauen, ob ich es schaffe Ja, es ist doch nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt habe Man muss einfach schauen, wie er sich entwickelt Wie sich dann das mit dem Kreuz verhält Das ist das Wichtigste eigentlich bei der Speichelstecken Weil das ist sehr viel Kreuzarbeit Schuften für rund 9 Euro die Stunde Plus Prämie, wenn sie viel weißes Gold aus der Erde holen Ich esse den Spargel oder sehe den Spargel jetzt mit ganz anderen Augen Das kann ich Ihnen sagen Ja doch, also auf jeden Fall weiß man glaube ich jetzt das Studium Und das, was man da tut, viel mehr zu schätzen Marcel Jeschke ist eigentlich Koch Aktuell in Kurzarbeit Ich dachte, ja, Fitnesscenter hat zu Man ist jung und fit Ja, warum bezahlt das Fitnesscenter? Also warum nicht aufs Spargel vergehen und den Leuten helfen? Und vor allen Dingen weiß ich danach auch Den Spargel mehr zu schätzen Weil das ist, also ich bin gestern angefangen Und heute merke ich den Muskelkater Aber so langsam, wenn man wieder arbeitet, geht er weg Also das ist eigentlich, warum ich hier bin Warum bist du heute hier dabei und stichst mit Spargel? Ich bin in Kurzarbeit Ja, und dann habe ich gedacht, ich möchte die Zeit sinnvoll nutzen Und halt auch helfen Ich wollte kurz darauf hinweisen, dass sie mit Nachnamen Stecher heißt Frau Spargel-Stecher Ich bin ein Student, ich habe vorher als Trainer gearbeitet Da alle Sporthallen gerade zu sind Habe ich gedacht, ich brauche ein bisschen Beschäftigung und irgendwas Neues zu tun Und da hat sich das halt einfach angeboten Das ist draußen an der frischen Luft Man kriegt ein bisschen Sonne ab Man kann durchatmen und man tut gleichzeitig noch was Gutes, was gemacht werden muss Haben Sie gerade Probleme zu arbeiten in Ihrem eigentlichen Job? Ja, ich bin in der Gastronomie Ach ja, okay Ich bin eigentlich Sommelier und Oberkellner Und da ist keine Verwendung für mich zurzeit Also Feldarbeit, auch wenn es körperlich anstrengend wird In meiner Größe, in meinem Alter ist das eine Schinderei Oder wird es zu einer Schinderei? Aber das finde ich in Ordnung Und wie geht es den anderen Helfern so? Ja, es ist anstrengend, auf jeden Fall Warum haben Sie sich gemeldet? Einmal, weil wir es mitbekommen haben, dass die Leute gebraucht werden Und natürlich auch wegen des Geldes Wir sind Studenten und da fallen jetzt viele Möglichkeiten weg, Geld zu verdienen Die Deutschen können auch hart arbeiten Das wird ja manchmal ein bisschen so dargestellt Als ob die Deutschen das lange nicht mehr gemacht haben Und nicht mehr wissen, wie es geht Die Studenten bringen durchschnittlich nur ein Drittel der Leistung üblicher Erntehelfer Und doch sind die Landwirte froh, dass auch sie ihren Beitrag leisten Um die Corona-Krise zu überwinden Zehn Euro die Stunde gibt es Ein bisschen mehr als die 9,35 Euro Mindestlohn Die die rumänischen Saisonkräfte bekommen Die diese Arbeit sonst erledigen Vor allem zum Schluss nochmal wichtig Dass die ungelernten Arbeitskräfte Die nur ein Drittel der Leistung bringen Mehr Geld verdienen als die ausländischen Arbeitskräfte Denen noch eine Menge Geld abgezogen wird Aber dazu dann im Gespräch mit Friedrich Ostendorf mehr Unterbringung, Stefan, Flug Müssen sie alles selbst bezahlen Was passieren kann, wenn sich Magazine denken Ey, wir müssen da mal einen Selbstversuch machen Und der Selbstversuch scheitert Das sehen wir am Beispiel der hessenschau Oder der hessischen Rundfunk Warum haben Sie sich gemeldet hier? Ja, weil jetzt helfen wir Ja, ich bin schon pensioniert Mir geht es uns gut Und hier ist Not Es geht direkt los Raus aufs Feld und den Spargel abdecken Ich mache so eine Arbeit zum ersten Mal Und bin gespannt, wie ich mich so schlage Okay, das war jetzt noch nicht so anstrengend Wir haben jetzt den Spargel erstmal nur abgedeckt Von der Folie Und ja, ans Stechen geht es glaube ich gleich erst Aber aus dem Probestechen wird heute nichts Ich würde sagen, wir machen jetzt einmal die Folie wieder zu Geht nicht anders, unter der Folie wird es warm Ich hatte halt gehofft, dass wir schon den einen oder anderen Spargel stechen können Ist halt jetzt leider nicht der Fall Also, kein Spargel Ich lerne heute also leider nicht, wie man Spargel sticht Aber wir machen stattdessen jetzt so ein paar andere Arbeiten Um zu checken, wie kräftig wir sind Wie so das Durchhaltevermögen in der Truppe ist Und werden gleich so ein bisschen bei den Erdbeeren hacken Es ist auf jeden Fall eine anstrengende Arbeit hier auf dem Feld Auch wenn es jetzt nicht mal das richtige Spargelstechen war Ich habe auf jeden Fall krassen Respekt vor den Leuten, die diesen Job hier machen Für mich persönlich glaube ich, wäre es eher nichts Ich komme dann vielleicht lieber zum Erdbeerpflücken wieder vorbei Ist jetzt keine Überraschung, dass eine TV-Reporterin sagt, dass das nicht ihr Job ist Gleichzeitig, Hans, warum sagt Lisa nicht zu ihrer Redaktion Heute ist doch kein Spargelstechen, können wir das auf morgen verschieben? Weil sie das erst beim Dreh erfahren hat Ja, dann kann man das ja verschieben Weil es schon abends geplant war Weil es abends geplant war Weil wenn du sagst, dann schicken wir morgen nochmal ein Team hin Doppelte Produktionskosten Gibt es verschiedene Gründe Aber auch sowas kann man anders lösen Also ich habe auf die Uhr geguckt Stefan, wir haben das letzten 20 Minuten geschafft Sehr gut Und wir sind fast durch Letzter Clip Es ist ja nicht nur so, dass der Spargel wahrscheinlich nicht komplett vom Feld geerntet werden kann Weil zu wenig Leute da sind Sondern auch, dass er gar nicht geerntet werden muss Ein Dilemma, das jetzt teilweise von neuen Helfern aufgefangen wird Aber leider ist das nicht das einzige Problem der Spargelbauern Die Qualität und die Menge des Gemüses sei in diesem Jahr zwar super Aber die Großabnehmer, also Restaurants, haben fast alle geschlossen Wir werden auch nur so viel Spargel ernten, wie wir auch nur verkaufen können Wenn jetzt die Gastronomie nachher fehlt Und auch wirklich bis Ende der Spargelsaison Also 24.06 Dann werden wir ein paar Flecken vorher schon aus der Ernte rausnehmen Und dann einfach wachsen lassen Einfach wachsen lassen Eine Maßnahme, über die jetzt viele Spargelbauer nachdenken Das Problem kann natürlich auch sein Wenn ich jetzt oder viele Leute auf Kurzarbeit sind Denen fehlt das Geld, um sich auch irgendwo Spargel leisten zu können nachher Wir wissen nicht, wo es hinführt Ja Und ich meine, wir wissen wirklich nicht, wo es hinführt Ihr habt die Ölpreisentwicklung gestern gesehen Ja Krass, krass, krass Was heißt das für Saudi-Arabien, für Russland, für Venezuela, für Amerika Das kann man sich echt noch nicht vorstellen Ja Auf jeden Fall, bevor wir zum Gespräch mit Friedrich gehen Eine lustige Sache noch aus Stefans Wahlheimat Der absurdeste Clip zum Thema Spargelernte Der ist mir erst gestern Abend noch aufgefallen Ich meine, es gab irgendein Football-Team in Hessen Das gesagt hat, ey, wir können jetzt nicht trainieren Wir gehen aufs Feld Und was sagen sich Menschen wie Hans Jessen Die bei der Hessenschau arbeiten Das müssen wir bebildern, Stefan Das müssen wir bebildern Wenn ein Football-Team aufs Spargelfeld geht Wie kann man das bebildern? Was kann man den Leuten sagen? Helm mitbringen Bingo In harten Zeiten sind die harten Jungs gefragt Für die Football-Spieler der Wetterau-Bulls gilt in der Corona-Zwangspause Keine Zeit verplempern Ausbuddeln ist angesagt Die Spargelfelder von Wölfersheim in der Wetterau Als zu Beginn der Erntezeit ein Arbeitskräftemangel drohte, waren die Bulls sofort da Wir hatten jetzt vor drei Wochen unser Abitur Und danach war natürlich mit Feiern und Verreisen nix Und da wollten wir produktiv sein Und da kam es gelegen, dass zeitgleich die Vereinsführung das mit dem Spargelhof hier organisiert hat Tolles Projekt Und jetzt sind wir hier jeden Tag auf dem Spargelacker und ackern hier Ja, sehr gut Du denkst jetzt, oh, für den O-Ton haben sie mal ihr Trikot angezogen Das werden sie ja nicht die ganze Zeit machen, wenn sie dann tatsächlich arbeiten Äh, denkste Und wir haben jetzt mal eine Expertin, die Bäuerin, die sagt Spargelstechen ist eigentlich genau dasselbe, Stefan Wie Football spielen Die amtierenden U19-Champions der Landesliga Mitte sind mittlerweile Ernteexperten Kein Wunder, Spargelstechen und Football spielen ist fast das Gleiche Beim Football ist es ja so, sie brauchen nicht nur Kraft Sie brauchen ja auch Köpfchen und brauchen Gefühl Und alles das brauchen sie auch hier beim Spargel Also ein Spargel, sie brauchen die Kraft, um die Folie hochzuheben Um den Korb zu tragen Sie brauchen das Köpfchen, um zu wissen, wie sie den jetzt stechen Und sie brauchen das Gefühl, damit sie den Spargel nicht kaputt machen Ist eigentlich auch alles dasselbe Hans, bitte gib eine Wertung ab 1 bis 10 Ja, warte Hans, ich hab mal so, falls ihr nur durchhalten wollt, 40 Sekunden extra Die haben das wirklich durchgezogen Normalerweise sind wir als Footballer schon gewisse körperliche Strapazen gewohnt Aber vor allem beim Spargelstechen der Rücken wird total beansprucht Die Schultern vom Hochheben Also am Abend weiß man schon, was man gemacht hat Also wenn ich hier die Leute sehe, auch die Hilfsarbeiter, die hier die ganze Zeit hoch und runter rennen Also die waren ja wirklich konditionell auf einem ganz anderen Level Das war schon ziemlich erstaunlich Man schätzt es viel mehr wert Weil man weiß, wo es herkommt Wie es angebaut wird, was das für eine Arbeit ist, das aus der Erde zu holen Ob und wann die Football-Saison weitergeht, weiß momentan keiner Eines steht dagegen fest Die Spargel-Ernte in Wölfersheim ist gesichert Dank der Bulls aus der Wetterau Du kommst um dein Ranking nicht drum rum Ja Okay, wir machen 0 bis 10, nicht 1 bis 10 Hättest du so einen Beitrag gemacht, Hans Hättest du, wenn du da Buten und Binnen verantwortlicher wärst Hättest du gesagt, jo, wir haben ein Bremer Football-Team, das Spargel sticht Wie hättest du ihn abgenommen? Ja Also ich hätte ihn weder in Auftrag gegeben als CVD Ich hätte als Reporter sozusagen, wäre nah an der Arbeitsverweigerung dran gewesen Hättest du gesagt, mach ich nicht Und als abnehmender Redakteur hätte ich dann gesagt, das Stück nehme ich nicht ab Also es passiert schon mal, dass man Risiko eingeht und sagt, naja, vielleicht wird das was Vielleicht trägt die Idee Aber wenn man dann am Ende merkt, nee, es trägt eben eigentlich nicht Dann ist das auch eine Schutzverantwortung von Redakteuren gegenüber Reportern zu sagen Sorry, war ein Versuch, ist schiefgegangen, können wir nicht machen Und dazu kommt noch die Schutzverantwortung diesen Protagonisten gegenüber Die werden ja lächerlich gemacht Die werden nicht lächerlich gemacht, das glaube ich nicht Sondern die werden es überwiegend toll finden Und die werden in ihrem sozialen Umfeld hören, ey, geile Sachen, was ihr da macht Die leiden, es ist ja kein bewusstes lächerlich machen Nein, was hier passiert ist, ist das Muster Wir haben eine Idee als Journalisten Und die Idee sieht so aus Was kennen wir denn so alles vom Football an Outfit, an Bewegung und so weiter Und das stülpen wir jetzt als Korsett über die Spargelsituation drüber Und das ist eine Zwangsmaßnahme und sie funktioniert nicht wirklich Ich finde, sie funktioniert nicht Und weil man ihr anmerkt, dass sie nicht funktioniert Und das hätte man, glaube ich, schon vorher wissen können Manchmal hast du geniale Player, also als Einzelne Oder auch als Teams, wo man sagen kann Ja, vielleicht wuppen das tatsächlich Also man kann auch so ein Risiko eingehen Sagen wir mal gucken, ob es funktioniert Aber wenn es nicht funktioniert Und ich finde, hier hat es nicht funktioniert Dann soll man es lassen Der Rahmen, für den ich das akzeptiert hätte, wäre Erstmal kein Corona, also kein Notstand auf dem Feld Zweitens, es wäre eine Wette gewesen Drittens, die Sieger stechen den Spargel Für das Dorf der Verlierer Ja, genau Gut, wäre ein anderes Setting gewesen In dem Rahmen hätte man Ja, dann vielleicht Dann hätte man eine 9 gegeben Also Eine 9 auch nicht Dann hätte ich vielleicht eine 6 gegeben Bevor wir mit Friedrich unter anderem über die Spargelände reden Ein anderes Thema Was wir mit Ihnen besprechen und was hier im Podcast Letztes Woche ein bisschen kurz gekommen ist Klimawandel droht jetzt auch wieder Unseren aktuellen Sommer kaputt zu machen Aus Sicht der Landwirtschaft Denn es gab keinen Regen im März und April Was dazu führt, dass Ernteausfälle drohen Christa Maria Wendig aus Woldeck machen die geringen Niederschlagsmengen zu schaffen Nennenswert regnet es hier im Osten Mecklenburgs das letzte Mal Ende März Deshalb rechnet die Landwirtin schon jetzt mit Ernteverlusten im Sommer Befürchtet für ihren Betrieb ein Minus von 30 Prozent Angst, Existenzangst Es geht um unseren Betrieb, es geht um die Mitarbeiter Löhne und Gehälter müssen gezahlt werden Es sind an die Behörden Abgaben zu leisten Es müssen für die Maschinen Kredite getilgt werden Und da hat man wirklich Existenzangst Vor 14 Tagen haben sie auf diesem Feld Erbsensamen ausgebracht Unter normalen Bedingungen stoßen jetzt pro Quadratmeter 90 Pflanzen durch das Erdreich Doch der grüne Teppich erscheint nicht Es fehlt Feuchtigkeit Kommt der Sommer wie angekündigt bereits im April Vertrocknen die Hülsenfrüchte im Boden Wenn es ganz, ganz schlecht läuft, dann müssen wir umbrechen und Neuansaat, also Mais legen Und das ist das Schlimmste, was uns passieren kann Weil wir haben hier Verträge stehen Wir haben die Erbsen schon verkauft Und haben dann damit zu rechnen, dass wir Vertragsstrafen zahlen müssen Beim Mais ist die Situation ebenfalls schwierig Für die Aussaat vorbereitet werden 270 Hektar Durch leichtes Auflockern des Ackers mit schweren Maschinen Wird die Feuchtigkeit aus den Wintermonaten nach oben gebracht Doch Sonne und Wind trocknen auch diesen Boden innerhalb kurzer Zeit ab Weiter auf Regen warten ist keine Option Laut Wetterdienst bleibt es in den kommenden Tagen sonnig Irgendwann müssen wir Mais legen, weil wir brauchen ihn ja für unseren Betrieb Und hoffen, dass wir dann irgendwo, dass was kommt Also es ist alles mit sehr hohem Risiko verbunden Habt ihr in eurem Gespräch auch über Spanien und so gesprochen? Da kommt ja nun alles zusammen Wir haben über Bewässerung gesprochen und Wasser auf den Feldern Die Spanier machen das ja schon seit der Weile Diese absolut künstliche Atmosphäre und so Nur die hatten jetzt auch im Februar schon den ersten Tag mit 30 Grad Oder war es Anfang März? Es war jedenfalls zu früh wie nie war der erste europäische Tag mit 30 Grad Also wir haben drüber gesprochen Ostendorf sagt auch, ja er könnte die Situation auf den Kap werden Wo eben dauerhaft auch schon beregnet wird und so hat er gesagt Die mussten damit jetzt auch aufhören Weil je intensiver du das machst, desto weiter sinkt der Grundwasserspiegel ab Und dann geht es irgendwann nicht mehr Also den Mechanismus haben wir besprochen Und dann kommt ja noch Corona dazu Dort sind ja nicht nur ein paar, die mal Spargel stechen Sondern das sind ja Millionen, die da aus Nordafrika und so Mal rüber schippern dürfen Und das ist in Deutschland auch Luxus für die Spargelstecher Die da vergleichsweise ganz krassen Also diese spanische Situation, wie gesagt, Europa ist da Ich weiß auch nicht genau Europa ist sein Thema Europa ist sein Thema, das betont er immer wieder Weil Newsflash, Polen, Bulgarien und Rumänien gehören auch zu Europa Zur EU Wir gehören alle zusammen Also dementsprechend sehr hörenswertes Gespräch zwischen Friedrich Ostendorf, Hans und mir Stefan sei vielleicht sogar froh, dass du nicht dabei warst Warum? Weil du wirst sehen, anhand seiner Antworten hätte das Gespräch ansonsten wahrscheinlich zwei Stunden gedauert Wir wollten 20 Minuten mit ihm reden Redet er so lange oder was? Oh, aber unterhaltsam ja Aber ich hatte selten so viele Probleme, genauso wie Hans, wieder Fragen zu stellen Weil wenn er ins Reden kommt, dann kommt er ins Reden Ja, so ist das heute Wie gesagt, du rufst Leute an und sagst Ich hatte drei Fragen zu, ich habe eine Umfrage Und dann zack, bringen die Leute auch 20 Minuten Ja, aber es ist so Also er ist wirklich auch ein guter Erzähler Und dann sagt er Ja, also der macht Milchvieh Hauptsächlich Ja, und dann die Rinderherde Sagt, wie das so ist auf dem Hofladen Dann kommen Leute hierher Kunden und sagen Und dann die Rinder Ich sehe die Herde übrigens gerade hier bei mir vom Fenster vorbeilaufen Und dann hast du den Siehst du das vom inneren Auge Da sitzt der Bauer In seiner Stube, telefoniert mit dir Und sagt Hier läuft übrigens gerade die Rinderherde Und solche Sachen, das ist schön Das ist atmosphärisch Und er hat aber auch in der Sache Einfach viel zu sagen Und das tut er dann auch gerne Also Damit schalten wir zu Friedrich So, wir schalten jetzt zum agrarpolitischen Sprecher der Grünen Friedrich Ostendorf nach Bergkamen in Westfalen Hallo Friedrich Hallo, grüß dich Aber ist es normal, dass Bauern im Bundestag sitzen? Nein Ist es nicht Aber wir haben natürlich andererseits ein Parlament Was versucht den Querschnitt der Gesellschaft abzubilden Und dazu gehören auch Bauern und Bäuerinnen Ich würde mir durchaus wünschen, dass es mehr gäbe Leider gibt es außer mir Nur Menschen mit Bauern und Bäuerinnen Beruf In der CDU, CSU Sonst gibt es keinen Bist du denn genauso ein Bauer wie die? Oh, das denke ich doch Ich tue es seit 52 Jahren Bin ja damit schon ein bisschen älter Ich glaube schon, dass ich genauso da zu Hause bin Und den Anspruch habe, dass ich weiß, worüber wir reden Wie die Kolleginnen und Kollegen der CDU, CSU Aber du bist Biobauer, das sind ja nun nicht alle Kolleginnen und Kollegen Ja, das meinte ich, ne? Ja, das ist richtig, ja Wir haben uns entschieden, 1983 mit dem Eintritt meiner Frau in den Betrieb Sprich, die beiden haben uns zusammengetan Haben wir uns entschieden, umzustellen auf biologischen Landbau Und dann auch 1989 mit Tierschützern noch Und Umweltschützern Das mit anderen Bauern und Bäuerinnen Haben wir das Neulandprogramm noch gegründet Für artgerechte Tierhaltung Es ging uns auch immer um artgerechte Tierhaltung Wann sitzt du denn im Bundestag jetzt? Ich bin das erste Mal 2002 bis 2005 im Bundestag gewesen Dann rausgefallen und 2009 wiedergekehrt bis jetzt Und seit wann bist du agrarpolitischer Sprecher? Ich glaube, ich bin es 2010 geworden Wenn ich mich richtig erinnere Da muss ich es aber nachschlagen, ja Ich bin es schon ein paar Tage, ja, in der Tat Ich bin es schon ein paar Jahre Jetzt haben wir uns gedacht, wir rufen dich mal an Weil es gerade wieder aktuelle große Themen geht Gerade in Deutschland auch in Sachen Landwirtschaft Zum einen der Dürresommer, der jetzt wahrscheinlich ansteht Und zum anderen, womit wir uns gerade in der Sendung beschäftigt haben Die Spargel ernten Kannst du uns mal ganz kurz erklären Warum es unbedingt nötig ist Dass Menschen aus Osteuropa nach Deutschland kommen Um hier den Spargel zu ernten Ja, Spargel ist eine Frucht Die sehr viel Antarbeit erfordert Die bei der Ernte mit der Hand gestochen wird Es gibt im Moment noch keine Spargel-technische Lösung Für die Spargel-Ernte Mag sein, dass es sie irgendwann gibt Aber heute nicht Heute muss es alles per Hand gemacht werden Ja, einerseits kann man natürlich sagen Dass diese harte körperliche Arbeit Sich nicht so großer Beliebtheit Bei deutschen Arbeitskräften erfreut hat In den letzten Jahren Und damit die Betriebe Die ihre Ernte nach Hause bringen wollten Darauf angewiesen waren Auf Menschen zu beschäftigen Die aus anderen europäischen Ländern Interesse hatten Diese Arbeit zu verrichten Um für sich selber zu Hause Ein Zubot zu haben Denn es geht hier ja im Wesentlichen Um Saisonarbeiter Das sind also Menschen Die nicht berufsmäßig Landarbeiter sind Vom Beruf her Sondern Studenten, Schüler, Hausfrauen Was weiß ich Die für eine gewisse Zeit Früher 50 Tage Dann ab 2018 70 Tage Jetzt hat Frau Klöckner es In einem Mosarenstreich Auf 115 Tage erhöht Und spricht seit heute davon Es auf 180 Tage zu erhöhen Das sind natürlich schon Das sind natürlich schon Dinge Die jetzt handstreichartig gemacht werden Von Frau Klöckner Sie ist ja da immer sehr forsch Nassforsch kann man auch sagen Manchmal denke ich Nicht so sehr tief überlegt Dass sie jetzt Das was wir eigentlich Als Standard in Deutschland haben Nämlich geregelte Arbeitsverhältnisse Dass man ein Arbeitsverhältnis hat Wo Sozialabgaben geleistet werden Wo ein vernünftiger Lohn vereinbart wird Wir wissen alle Dass hier bei Saisonarbeitern Aus den anderen europäischen Ländern Früher waren es viele polnische Arbeitskräfte In den letzten Jahren Immer mehr rumänische und bulgarische Kräfte Dass die Lohnverhältnisse Die Entgeltverhältnisse Nicht immer zum Besten standen Bestenfalls Mindestlohn gezahlt wird Dass die Sozialabgaben Eben bei Saisonarbeitern Nicht anfangen Das ist der entscheidende Punkt Wo Betriebe Die sich darauf nicht einlassen Und vernünftige Arbeitsverhältnisse schaffen Sprich die Leute fest einstellen Und Sozialabgabe Pflichtig sind damit Und Sozialabgaben leisten Diese Betriebe sind restlos Im Wettbewerb hinten dran Können das nicht aushalten Weil sie natürlich Viel viel höhere Arbeitskosten haben Der Arbeitsverledigungskosten haben Und von daher Haben die einen großen Nachteil Und das ist eine Neben den Fragen Die jetzt aktuell noch aufschlagen Ist das natürlich schon mal Erstmal grundsätzlich Was ist das für ein Arbeitsverhältnis Das ist anachronistisch Das gehört abgeschafft Friedrich Was du eben beschrieben hast Die Ausdehnung der zulässigen Arbeitstage Das klingt so ein bisschen Wie das Modell Das wir aus Leiharbeit kennen Das ist ein Modell Was eigentlich nur mal Zur befristeten Abdeckung Von Engpässen gedacht war Auf einmal sich schleichend Oder heimlich Oder wie auch immer Zu einer Dauergeschichte entwickelt Siehst du das In vergleichbarer Weise Jetzt bei den Spargelstechern Oder auch bei anderen Landwirtschaftlichen Arbeitern so Ist das ein Plan Der dahinter steckt? Ja natürlich Aber das ist nicht schleichend Was Frau Glöckner macht Sie macht das ja sehr nassforsch Mit einem Wie sie findet Gewinnenden Lächeln Verkündet sie es ja einfach Dass man jetzt mal auch nachdenken muss Das nochmal deutlich auszuweiten Und nochmal auszuweiten Gewerkschaften Arbeitnehmervertreter Schauen natürlich sehr sehr kritisch Und sehr missmutig Auf diese Erscheinung Die sich da breit macht Es war schon so Wo das in der Vergangenheit Die Erweiterung 2018 von 50 auf 70 Tage Hat einen enormen Widerstand Von Gewerkschaftskräften gebracht Und man hat sich eben Dann nur auf diesen Kompromiss Eingelassen Weil man gesagt hat Das sind keine Berufsmäßigen Es geht immer um dieses Berufsmäßigkeitsprinzip Keinen berufsmäßigen Landarbeiter Denn dann Müssten sie fest eingestellt werden Und hier vernünftig Sozialversichert werden Was ist das für eine Was ist das für ein Verhältnis Was wir zu Miteuropäern pflegen Wir sind alle Europäer Es kann doch nicht sein Dass wir uns erdreisten Hier in Deutschland Mit wehender Fahne Von Frau Klöck nach vorne dran Solche überholten Antieuropäischen Verhältnisse Noch stärker zu implementieren Das war immer gedacht Wie du schon richtig gesagt hast Das war immer gedacht Für kurzzeitige Spitzen Um die abzufedern Wir haben mühsam Diesen Kampf jahrelang gehabt Um die Schlachthofarbeiter Der auch immer noch wieder Thema ist Aber wir haben dort jetzt Mindestregelungen mühsamst erstritten Das jahrelang Was jahrelang schier undenkbar erschien Dass man jetzt Zumindest nachvollziehen kann Wie die Arbeitszeiten geregelt sind Welche Löhne gezahlt werden Wie die Leute sozialversichert sind hier Das ist heute bei Schlachthofarbeitern nachvollziehen Was immer noch natürlich ein Thema ist Ist Unterbringung der Menschen Aber dieses Thema haben wir bei Saisonarbeitern erst recht Saisonarbeiter sind in Naja, oftmals Ja, wie soll ich das richtig beschreiben Sehr primitiven Quartieren Ich will es nicht weiter ausführen Es sind die sehr primitiven Lebensumständen in ihrer Freizeit Und in ihrem Ruhebedürfnis Werden sie in primitivsquartieren untergebracht Mit sehr vielen in der Vergangenheit Mit sehr vielen oft in einem Raum Und das wurde dann mit hohen Mieten auch noch gleichzeitig belegt Sprich, die hier arbeitenden Saisonarbeitern wurden noch Denen wurden noch große Abzüge für primitivsquartiere Mit viel zu hohen Beträgen gemacht Ist das bei den Spargeschlechtern auch so? Ja, jetzt hat Frau Klockner Verkündet ja auch immer wieder Dort, wo sie auftritt Nein, es dürfen jetzt nur noch halb so viele Menschen im Quartier sein Was man bisher gewohnt war Ja, aber wenn ich Quartiere sehe Dann frage ich euch doch Wenn ich Quartiere sehe Ich kenne Quartiere, wo 40 Menschen in der Vergangenheit In einem Raum untergebracht waren Da sind jetzt 20 Haben wir nicht Covid-19? Haben wir nicht gelernt, dass wir uns Distanzen halten müssen? Dass wir uns trennen müssen? Dass wir nicht zusammenkommen dürfen? Dass wir Freiräume brauchen Um möglichst Ansteckungsgefahren zu vermeiden? Und das alles ist doch hier in schläflichster Weise missachtet Unter Führung von Frau Klöckner Die das dann immer noch fröhlich als großen Erfolg verkündet Dass wir halb so viele Ich will gar nicht übertreiben Aber ich sage, 40 Quartiere gibt es Dann lass es 20er sein Dann sind immer noch 10 bei Halbierung im Raum Ist das denn in Ordnung? Nein, wir brauchen hier Die Möglichkeit für die Menschen, sich zurückzuziehen Das heißt Einzelquartiere Wenn es Paare sind, die hier sind Was es ja auch natürlich gibt Die sind natürlich gewohnt, nacheinander zu sein Das kann ich auch akzeptieren Dass Paare gemeinsam untergebracht werden Aber ansonsten Einzelquartiers unterbringen Und nicht diese hohen Abzüge Das ist ja auch dann immer ein Thema Wenn dann Menschen mit schmalem Geld Zurück nach Hause gehen Zu ihren Familien Um die Armut, die es natürlich in Rumänien flächendeckend gibt Ein bisschen zu mildern Ich habe in der Vergangenheit Ich beschäftige mich seit Jahren mit diesen Verhältnissen Ich habe in der Vergangenheit eine Abrechnung gesehen Von einem Spargelstecher Der jahrelang in Deutschland tätig War ein rumänischer Dem für 10 Wochen Arbeit Damals 1000 Euro Unterbringungskosten Und Verpflegungskosten abgezogen worden sind Und der mit netto 1750 Euro nach Hause fuhr Das war ihm geblieben Von 10 Wochen harter Arbeit Jeden Tag im Feld Und naja Wenn es 10 Stunden war, dann war es noch gut Also ich sage mal Oftmals länger als 10 Stunden Es wird gearbeitet, wenn es hell wird Und es wird gearbeitet, bis es sunkel wird Das ist die Realität Friedrich, wir müssen dich ab und zu mal Ein bisschen unterbrechen Ist es denn zulässig, dass die Menschen Die bekommen ja irgendwie auch einen Mindestlohn hier 9 Euro irgendwas Für 30 9,95 Euro Und den bekommen sie denn aber nicht ausgezahlt Weil ihnen dann Logis und Unterkünfte und so weiter Alles abgezogen werden Ist das zulässig? Ja, das ist zulässig Essenfällig Also wird oftmals gemeinsam gegessen In einer Gemeinschaftsverpflegung Und dafür werden auch Wenn man dann die Abzüge dafür sieht Da drehen einem die Augen Also das ist jetzt auch Ich sage mal Ich sage dann gerne Dafür kannst du gut Mittagstisch im Gasthof aufnehmen Das ist auch nicht teurer Was eben dann so abgezogen wird Also das klingt Da bleibt vom Mindestlohn nicht so viel Wenn ich dann 9,35 Euro noch mit solchen Abzügen bedenke Und jetzt haben wir die Spargelluftbrücke Die Kosten der Spargelluftbrücke werden ja Natürlich im Verständnis derjenigen, die die beschäftigen Werden die denn aber den Einfliegenden natürlich in Rechnung gestellt Die zahlen für ihren Flug? Ja, natürlich Das ist jetzt aktuell der Kampf Wie bitte? Ja, es hat sogar auf einem Betrieb Das ist bekannt geworden Auf einem Betrieb hat es eine Arbeitsniederlegung gegeben Wo diese Abzüge gemacht worden sind Wo selbst die rumänischen Arbeiterinnen und Arbeiter Auf den Spargelfeldern sagten Ne, das machen wir ja nicht Das ist jetzt nicht mehr mit Und haben die Arbeit niedergelegt Bis der Betrieb da Konzessionen gemacht hat Die haben sich dann darauf verständigt Dass sie einen Teil bezahlen Also immerhin ein Teilerfolg Aber mehr auch nicht Aber was für ein Erfolg Im Grunde ist es eine Ja, ich bin als Europäer Bin ich immer wieder entsetzt Wie wir miteinander umgehen Ich frage mich, was das anrichtet Auch im europäischen Verhältnis untereinander Wie wir dabei umgehen miteinander Friedrich, es gibt Du bist ja Machst ja auch Milchwirtschaft, glaube ich Es gibt Die Österreicher haben das schöne Wort Affäre Milch entwickelt Also das, was die Milch kosten muss Wenn sie fair produziert werden soll In Anführungsstrichen Was wäre der Preis Für einen fairen Spargel? Im Moment haben wir Kilopreise Um die 10 Euro rum Plus minus Was wäre der Preis Für einen fairen Spargel? Also wir sollten uns darauf verständigen Dass dafür finde ich Sollte es Ich bin da ein Freund von Kommissionen Wo beide Seiten drin sitzen Gewerkschaftsvertreter Arbeitgebervertreter Wir haben die Verbände Es sind alle da Die miteinander aushandeln Was muss der Lohn sein Für eine Stunde Dieser harten Das ist extrem harte Körperliche Arbeit Was muss der Lohn sein? Und da muss Irgendworauf muss man sich ja verständigen Und ich glaube Dass eine Lohnkommission In diesem Bereich Sehr viel Sinn machen würde Und die dann auch schaut Was ist zulässig An Abzügen Natürlich Wenn ich ein Mittagessen stelle Bleiben wir dabei Was ich geschildert habe Auch da müssen wir uns verstehen Was ist ein vernünftiger Satz Für ein Mittagessen Und nicht Ich sag mal Der Schnittstuhlpreis Sonntags mittags Im renommiertesten Gasthof ansetzen Darauf kann man sich glaube ich Verständigen Aber auch Was sind Notwendigkeiten Im Quartier Wie muss ein Quartier Ausgestattet sein Ich glaube da braucht es Inzwischen Um da Licht rein zu bringen In dieses dunkle Feld Braucht es inzwischen Eine Kommission Die sich da verständigt Und ich denke Das geht auch Machen wir ja in vielen Anderen Bereichen auch Wieso man es sonst machen Also mir würde nichts Besseres dazu einfallen Aber sag mal eine Zahl Zu vernünftigen Aber dann kommen wir Natürlich zu der Frage Ja wenn die Wenn die Wenn die Ernte vom Feld Des edlen Gemüses Spargel Jetzt überziehe ich bewusst Ich sage mal Leicht elitär angehaucht Spargel hat nicht das Image Ein Billiggemüse zu sein Ein Allerweltsprodukt zu sein Man gönnt sich Spargel Das ist eine bewusste Entscheidung Man isst sie nicht wie ein Blatt Salat Auf dem Brötchen Zufällig Sich da auch noch findet Zwischen dem Belag Sondern es ist eine bewusste Entscheidung Man freut sich drauf Es wird ja ein Luxus Wir sagen Wir zahlen ein Gewese drum gemacht So sagen wir Wir zahlen Ich sage mal Es wird ja auch eine Das hat ja was mit Kultur Für viele zu tun Und es wird ja Eine Inszenierung Daraus gemacht Spargel essen Ist ja was besonderes Wo man sich einlädt Wo man darauf hinführt Und so weiter Nein Kurz und gut Wollen es jetzt nicht weiter Überhöhen Aber Spargel hat dieses Image Wenn es so ist Dann kann ich doch erwarten Dass auch derjenige Der Spargel zu sich nehmen will Und konsumieren will Ich esse auch gerne Spargel Darf Dabei sein muss Dass die Menschen Die ihn vom Feld bringen Dass die ein vernünftiges Auskommen haben Dass die ein vernünftiges Leben haben Das ist doch Das ist doch eine Mindestbedingung Und wenn er dann eben Nicht 10 Sondern 11 Euro kostet Dann kostet er 11 Euro Dazu ist auch glaube ich Der Spargelkonsument Bereit Oder Er darf auch damit belastet werden Dass er Sagt Ich tue es denen Mit gutem Gewissen Aber ich verstehe dich richtig Du beschreibst gerade Einen Luxusartikel Der durch Ausbeutung In unserem Land Geerntet wird Ja Ist für mich so Leider Die Situation ist seit Jahren so So sehe ich seit Jahren Die Situation Dass wir einerseits Uns Es können Spargel zu essen Das ist eine Errungenschaft Dass wir unsere Leute Leisten können Als ich Kind war Gab es Selbstverständlich Keine Spargel Wenn es einmal im Jahr Mal Spargel gab Das war ja Das war ja Das war ja Weihnachten Für uns Und Heute ist es Ist es öfters Auf dem Teller Und da denke ich Das kann nicht Einhergehen damit Dass Menschen In dieser Form Ausgebeutet werden Jetzt erklär uns doch mal Was ist denn das Problem Dass die Bauern Den Arbeitern Mehr Geld zahlen Also gerade jetzt Wir leben in Zeiten Wo Angebot und Nachfrage Also die Dass die Nachfrage Nach Arbeitskräften Wahnsinnig zu sein scheint Bei den Bauern Warum locken sie Die Arbeiter nicht Damit zu sagen Also ob sie jetzt Rumänische sind Oder Deutsche Polnische Oder Westdeutsche Mit 20 Euro Stunden Lohn Oder so Oder 25 Euro Stunden Lohn Dann würde der Spargel Da einfach teurer werden Oder nicht Was ist das Problem Daran Und der zahlt Mir nicht mehr So Also ich bestreite das Wenn der Lüdel Morgen erklären muss Euch In Medien Ich sage Ich kann auch Wir wissen alle Worüber reden Die vier Großen Wenn die vier Großen Nennen wir sie Die vier Großen Die haben 85% Am Markt Wenn der Bauer Sagt immer Ja der gibt mir Aber nicht mehr Ja ich bin ja Da austauschbar Ja das ist mein Markt Aber ich bin ja Da ganz knapp Und jeder Jede drei Cent Zähren Okay Muss ich akzeptieren Kann sein Aber Wir wissen gleichzeitig Dass wenn Naja Wenn ihr öfters Darüber berichtet Wie es gewonnen wird Wie eure Kolleginnen Und Kollegen In den Medien berichten Wie es aussieht Auf den Feldern Harte körperliche Arbeit Jeden Tag Mehr als zehn Stunden Oftmals Mindestens zehn Stunden Bei Wind und Wetter Körperlich anstrengend Bückend Dass diese Menschen Dann noch Naja sage ich mal Schlecht bezahlt sind Ein schlechtes Auskommen haben Ich glaube Dass wir heute Eine Situation Im Markt haben Dass keiner Der vier Großen Möchte morgen Bei euch Rechtfertigen müssen Warum Verkauft ihr Den Spargel So billig Der wird doch Auf euren Feldern Zu miesen Bedingungen geerntet Und ich glaube Das will keiner Man erlebt es Doch immer wieder Dass sie dann Sofort reagieren Ich sage mal Ich kenne das Von Wir kennen eine andere Diskussion Glyphosat Glaubt ihr denn Dass heute noch Einer von diesen Vier Großen Irgendeinen Gemüselieferanten Hätte der Frischgemüse Bei ihm In die Theke Gelegt Der nicht Versichert Dass er Glyphosat Gar nicht kennt So Die werden doch Die werden doch Ein Teufel tun Morgen Sich nachweisen Zu lassen Dass in ihrem Gemüse Rückstände Von dem Oder anderen Mitteln Sind Die auf dem Index Auf der Die Ja Mit schlechtem Image Auf dem Index Stehen Und als Problematisch Gelten Genauso Muss es Mit Menschen Sein Es geht Nicht nur Um Spritzmittel Es geht Auch Darum Dass Auch Das Bewusstsein Wie Kommt Das Eigentlich Bei uns Auf Den Teller Wie Kommt Das Eigentlich In Handel Dass Dieses Bewusstsein Geschärft Wird Und da Liegt Natürlich Eine Große Verantwortung In der Politik Natürlich Wir sind Diejenigen Die Es zu Entscheiden Haben Wir Können Den Markt Zwingen Vernünftig Die Leute Zu Bedienen Und Vernünftig Das Zu Regeln Dass Die Menschen Ein Vernünftiges Auskommen Haben Und Es Ist Natürlich Auch An Den Großen Akteuren Im Lebensmittelhandel Dass Sie Bewusstsein Dafür Haben Dass Es Kann Immer Noch Ein Preiskampf Um Letzten 3 Cent Geben Aber Dass Die Mindeststandards Klar Sind Dass Die Menschen Nicht Am Ende Die 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 Das Auszubaden Haben Was Da Am Preis Verträgen Wir Wollen Ja Gleich Über Den Dürresommer Sprechen Aber Eine Frage Zum Spargel Hätte Ich Noch Es Gibt Jetzt Nicht Den Fall Dass Ein Bauer Abnahmepreis Eine Tonne Spargel Bei Lidl Hat Und Darum Kann Er Seine Kosten Seine Herstellungskosten Einfach Nicht Erhöhen Das Gibt Es Natürlich Hat Er In der Regel Vertrag Aber Dieser Vertrag Ist Natürlich Spitz Ausgehandelt Natürlich Um Die Letzten Cent Aber Wie Findet Dann So Ein Vertrag Statt Der Eine Unterbietet Den Anderen Und Jeder Kann Es Noch Fünf Cent Billiger Und Es Muss Von Seiten Desjenigen Der Abnimmt Spricht Der Große Einer Der Großen Da Muss Es Klar Sein Dass Die Verlangen Bevor Wir In den Preiskampf Eintreten Was Die Standard Sind Was Die Arbeitsstandard Sind Wie Wird Der Spargel Geerntet Wie Kommen Die Menschen Damit Klar Was Haben Die Menschen Die Das Machen Dass Die Nicht Am Ende Die Zeche Dieses Mahn In dem Preiskampf Bezahlt Hans Wir Wir Sind Jetzt Noch Im Frühjahr Und Die Dürre Ist Also Ich Beobachte Bei Uns Hier Anders Ich Bin 52 Jahre Bauer Ich Hab Immer Meinen Lehrling Auszubildenden Gesagt Naja Wenn Wir Wenn Wir Nicht Mehr Genug Wasser Haben Dann Ist Deutschland Schon Wüste Wir Haben Immer Darunter Gelitten In dieser Region Dass Wir Viel Zu viel Wasser Hatten In Zwischen Lerne Ich Seit Fünf Eigentlich Frühsommern Sei Jetzt Das Fünfte Jahr Eine Enorme Früh Sommertrockenheit Kennen Dieses Jahr Ist Es Aber Schon Naja Im März Begonnen Und Jetzt Im April Schlägt Es Voll Zu Wir Sind In Einer Absoluten Trockenheit Wir Sind Heute Haben Wir Mechanische Unkraut Bekämpfung Gemacht Im Getreide Es Ist Eine Staubwolke Wir Sind Hier Naja Ich Sag Immer Sahara Sind Wir Vor Einigen Jahren Dass Wir Hier Um Diese Jahreszeit Staubwolken Hinter Uns Her Zogen Wenn Wir Mit dem Schlepper Den Boden Bearbeiteten Also Es Ist Irre Trocken Wir Waren Im Februar So Weit Hier Allerdings Dass Wir Sachten Mensch Wie sollen Wir Auf Die Felder Kommen Da Stand Das Wasser Stand Oftmals In Blanken In Großen Pfützen Oder Auf Größeren Seen Auf den Feldern Aber Dann Setzt Der Enorme Wind Ein Es Ist Ja Nicht Nur Die Trockenheit Wir Haben Ja Seit Wochen Extrem Wind Ostwind Und Dieser Wind Trocknet Unglaublich Aus Nimmt Unglaublich Viel Feuchtigkeit Weg Und Diese Mischung Aus Nicht Regnen Hohen Temperaturen Es Ist Ja Schon Wieder Viel Zu Warm Eigentlich Für Die Jahres April Und Diesen Enormen Wind Auch Heute Wieder Extreme Ostwind Der Trocknet Das Letzte Tröpfchen Auf Den Kulturen Sag Immer Und Also Ich Bin Langsam Auch Mehr Und Mehr Ratlos Man Trifft Sich Mit Freunden Kolleginnen Und Kollegen Und Was Reden Wir Das Einzige Was Man Ja Wenn Man Sich Irgendwo Im Feld Trifft Auf Der Distanz Jetzt Ist Immer Mensch Wann Rechnet Es Wann Rechnet Es Bloß Wir Brauchen Unbedingt Wasser Egal Wie Jedes Gespräch Mit Berufskollegen Geht So Ja Jetzt Ist Es So Dass Das Ja Nicht Einfach Ein Regionales Problem Ist Sondern Wenn Man Sich Deutschland Landkarte Anguckt Stellt Man Fest Dass Und Zwar Von Osten Her Kommen Sozusagen Da Die Dürregebiete Besonders Groß Zu sein Scheinen Dann Geht Es Aber Nach Westen So Weiter Gibt Es So Etwas Wie Eine Dürresolidarität Von Landwirten Untereinander Dass Vielleicht Auch Konservative Landwirte Die Vor Ein paar Jahren Noch Gesagt Haben Lass mich Mit dem Bioscheiß In Ruhe Und Was Jeder Hat Mit Umweltschutz Gibt Es Da Jetzt Welche Die Anfangen Und Sagen Hat Vielleicht Doch Was Zu Tun Mit Klimawandel Und Müssen Wir Nicht Ja Natürlich Das Ich sage Ja Wir Untereinander Gibt Es Keine Ahnung Gibt Es Nur Dieses Gesprächsthema Wir Reden Oder Auf den Feldern Der Normale Bauer Bäuerin Auf den Feldern Hat Winterkulturen Und Hat Sommerkulturen Das Ist Im Winter Getreide Weil Klassisch Weizen Weizen Roggen Gerste Das Ist Ja Das Ist Sehr Grün Die Können Noch Sind Noch In Der Lage Da Viel Bewuchs Schon Auf den Flächen Ist Auch Der Winter Raps Sind Noch In Der Lage Aus dem Früh Aus dem Nacht Tau ein bisschen Feuchtigkeit zu ziehen Aber wir sehen ja im Frühjahr auch viele Kulturen wie Ackerbohnen wie Hafer wie Rüben Kartoffeln aber auch Gemüse wird ja im Frühjahr gesät und das steht jetzt in einem staubtrockenen Acker und es tut sich nichts es bewegt sich nichts weil keine Feuchtigkeit da ist das keimt sehr schlecht das kommt nicht und wir haben jetzt seit Jahren eben auch ja schlechte Erträge sage ich mal so schlechte Erträge der Sommerkulturen weil immer zu wenig Feuchtigkeit da ist oder wir andere Regionen bei uns war das nie nötig ich habe ja geschildert wir sind eine Region wo wir naja ich bin groß geworden damit dass wir nur immer mein Vater hat sich immer nur bestreben wie kriegen wir das Wasser vom Feld und heute sind wir froh wenn ein Tropfen fällt aber das ist andere Regionen bewässern seit Berechnen seit Jahrzehnten schon oft oder schon viele Jahre sage ich mal wir berechnen ihre heute gibt es kaum noch Genehmigungen dafür warum auch ist ja klar wir können ja nicht das Grundwasser alles hochpumpen und auf die Felder führt ja auch in den Regionen wo berechnet wird führt das ja auch dazu zu extremen Absinken des Grundwassers das wird ja dann noch mal gefördert berechnen ist erstmal sehr teuer zweitens ist es natürlich für eine gewisse Zeit nur jeder weiß das geht irgendwann dann immer mehr zur Neige man muss immer tiefer mit dem Brunnen und die Kosten werden auch noch höher aber es wird dann auch irgendwann kommt man in Situationen wo man denkt naja auch das geht nicht mehr und ja wir kennen ja so etwas man kennt ja man kennt ja südlichere Regionen der Welt ich kenne die Kapverden gut seit vielen Jahren da ist auch jahrelang gepumpt worden damit überhaupt irgendwas wächst ist gepumpt worden ja und jetzt ist Wasser so tief das geht gar nicht mehr und jetzt verwüstet ist bevor wir gleich mal zu den politischen Forderungen auch deiner Partei und deiner Fraktion kommen wie gehst du denn mit dieser Dürre um ich meine du wirst dich ja darauf einstellen wahrscheinlich dass das jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sich nicht mehr ändert oder dass das jetzt zur Regel wird wie geht man als Ökobauer mit Dürre um pflanzt du das an oder ja natürlich grundsätzlich ja aber grundsätzlich wir können kleine kleine Möglichkeiten haben wir natürlich als Bauern aber erstmal grundsätzlich kann man mit dieser Trockenheit der letzten fünf Jahre im Ganzen überhaupt nicht umgehen aber man kann natürlich sagen ich mache das auch wir machen das auch hier zu Hause wir haben in den letzten Jahren zum Beispiel Klee immer mehr ersetzt weil der sehr flach wurzelt oder relativ flacher wurzelt gegen Luzerne um noch Futter für unsere Tiere im Frühsommer zu haben weil jetzt die Weiden auf den Weiden wächst nichts eigentlich kommt das Gras jetzt mit Macht Gras wird ja so dann ab Mai geschnitten weil so viel draufsteht jetzt die Weiden sind sehr naja der Grasaufwuchs auf den Weiden ist sehr spartanisch kann man sagen und wenn ich dann Luzerne habe ich sehr gute Erfahrungen mit das ist eine Frucht die nicht heimisch war hier die man schon aus anderen Regionen schon kennt aber die war hier nicht üblich und das ist eine Pflanze die zwei drei Meter auch noch tiefer in den Boden gehen kann und sich Feuchtigkeit ziehen kann letzten Sommer wuchs ich habe immer seit sechs nichts mehr außer Luzerne die irgendwie noch Zuwachs hatte solche Möglichkeiten ja Wintergetreide es gibt Sorten die also man muss immer Tiefwurzelne pflanzen aber ist ja klar alles was tiefer in Boden geht hat noch eine Chance irgendwie aus tieferen Schichten was zu gewinnen Flachwurzler haben es immer schwerer die werden auch immer mehr zurückgedrängt werden weil sie mit diesen Trockenheiten nicht klarkommen und die Tiefwurzler haben eine Priorität das Wintergetreide weil es im Winter ein bisschen feucht oder im Winter regnet halt mal doch ab und zu dies Jahr hat es sehr viel geregnet und dann war es ganz wieder Schluss im April und das sind die Möglichkeiten die wir haben aber eigentlich hatten wir oder die Debatte in Deutschland geht auch das ist jetzt sehr weit ausgeholt aber es geht ja Diversität immer mehr abnehmen der Artenschwund das hat alles was damit zu tun dass wir Monotonisierung auf den Feldern haben Mais 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 und sonst gar nichts und immer mehr von diesem Zeug Mais und das wollen wir ja ändern wir wollen ja wieder Vielfalt haben und ja wie kriegt man das zusammen wenn uns die Sommerfrüchte wenn es uns immer schwieriger wird schwerer wird Sommerfrüchte anzubauen ich weiß die letzte Antwort auch noch nicht wir suchen wir sind auf der Suche wie gesagt wir sprechen ruhig darüber wie du schon richtig sagst man spricht auf einmal auch mit Kolleginnen und Kollegen die den grünen Bauern nicht immer so wohlgesonnen waren also man kommt ins Gespräch das kann man schon sagen über dritte Probleme geht es dann doch dass man sagt ach Mensch wie siehst du das denn was machst du denn jetzt in Berlin und so gehen natürlich die Gespräche das kann man tun und alle suchen alle sind auf der Suche dann lass uns mal drüber reden was würde denn angenommen es gäbe jetzt eine grüne Bundesregierung ohne Koalitionspartner es gibt einen grünen Landwirtschaftsminister meinetwegen Ostendorf heißt der was würde der jetzt tun um den Bauern und Bäuerinnen in Deutschland zu helfen ich ich würde die Forschung total darauf orientieren dass wir die Pflanzenforschung die wir haben der Bund hat ja unendlich viele Forschungsinstitute das weiß man immer gar nicht es gibt hinter dem Bundeslandwirtschaftsministerium ganz viel Fachforschung die vom Steuerzahler getragen ist und die würde ich restlos darauf ausrichten zum Beispiel das was ich was wir jetzt hier in Betrieb machen mit der Luzerne Früchte zu suchen die mit diesen Bedingungen besser klarkommen und die auch in die Ertragsfähigkeit zu bringen das sind ja oft Früchte die nicht mehr ja die man nicht mehr beachtet hat weil sie ökonomisch nicht rentabel waren man könnte man muss jetzt natürlich die Forschung die Wissenschaft dahin bringen dass sie und auch dazu auffordern dass sie jetzt dahin forscht dass es dass sie erträglich stabiler werden dass es dass es ökonomisch auch rechnet dass es ökonomisch hingeht denn keiner baut was auf Dauer an wo ökonomisch nichts war übrig bleibt wo ich noch Geld mitbringen muss das kann ja keiner kann niemand und von daher das ist das ist ein ganz wichtiges Feld wo das Landwirtschaftsministerium wichtige Impulse setzen könnte weil sie sind hier im Hause bei der Fachforschung und so muss man da rangehen und wir ja wir müssen über es gibt ja noch viele andere Probleme die Rinder weil ich sie gerade vorbeispazieren sehe unsere Rinderherde die Rinder ja die Rinder kommen mit dieser extremen Hitze denn wir werden ja wahrscheinlich so ist ja schon wieder die Prognose leider im Sommer wieder viele Tage mit 40 Grad und mehr haben Rinder kommen damit überhaupt nicht klar die suchen extrem Schatten und wir müssen uns auch darauf einstellen dass die verlagert wird auf die Nachtzeit dass sie in der Nacht mehr auf die Weide können denn da gehören sie hin und nicht immer nur im Stall und dass sie über Tag mehr Möglichkeiten haben sich im Schatten also das ganze Verhalten ändert sich heute ist es so dass die Futteraufnahme tagsüber stattfindet und das wird die große Menge es wird sich auch das verändern in der Hitze sind Rinder wenig geneigt weite Wege durch die Sonne zu marschieren durch diese extreme Sonne zu marschieren und das glaube ich sind die sind wichtige Felder es wird noch vieles andere geben aber wir müssen uns dringend darum kümmern wir müssen über wir müssen natürlich auch über das Verhalten was mich sehr speziell was mich auch so bewegt sind Spritzmittel die so heute verwendet werden die erlaubt sind die nicht verboten sind sind oftmals getestet unter anderen Witterungsverhältnissen also mit Nässe mit Ausgewogenheit von Trockenheit und Nässe wenn jetzt nur noch Trockenzeiten sind wie verhalten sich denn Spritzmittel im Boden sind die denn auch möglicherweise haben die ganz andere haben die ganz andere Wirkung zum Beispiel das kann ja bis hin zu uns als Konsumenten gehen also diese Sachen müssen wir dringend bearbeiten und schauen ich will da nichts verrückt machen aber wir wissen alle dass die Bedingungen unter denen sie erlaubt worden sind andere waren als wir heute haben klimatisch und witterungsmäßig Wenn ich nochmal den Landwirtschaftsminister Ostendorf fragen darf es gibt ja auch so Ideen die sehr weitreichend gehen die sagen eigentlich sind Landwirte so etwas wie Menschen die Daseinsvorsorge und Fürsorge betreiben wie Polizisten wie Lehrer warum sieht eine Gesellschaft nicht Landwirte als genau das an und sagt wir zahlen euch einen festen Lohn dafür dass ihr das macht dass ihr unsere Lebensmittel produziert dass ihr unsere Existenz sichert wäre das was was du dir vorstellen kannst als politisches Programm oder sagst du nee Nein ich bin kein Freund dieses Gedankens das wird immer in der politischen Debatte mitdiskutiert es ist mir oft begegnet dann enden wir befürchte ich irgendwann beim ja um im Bild zu bleiben beim Heizer auf der E-Log die Zeit die Zeit geht weiter ich bin glühender Verfechter dass das Produkt widerspiegeln muss die Kosten der Herstellung und das ist ja natürlich gibt es Unterschiede natürlich gibt es Größenunterschiede und natürlich gibt es da auch dann natürlich Kostenunterschiede da muss man da muss man da muss dann Politik bereit sein drüber zu reden wie komme ich möglicherweise Strukturen die ja ich sag mal die Milch zu erzeugen ist natürlich mit einem Betrieb an der Küste mit oder ich sag küstennah mit billigem Soja mit Mais von der Ackerfläche natürlich billiger zu erzeugen als ein gleichgroßer Betrieb in den Voralpen oder im Mittelgebirge mit Hügelland und absolutem Grünland natürlich hat der höhere Kosten da muss ich da muss ich natürlich als Politik dann ausgleichend tätig werden da muss ich sagen okay diesen Kosten Nachteil da muss ich dir da muss ich dir entgegenkommen da muss ich dir helfen sonst wirst du im Wettbewerb verschwinden dann wird der wird die Milch vom Berg abwandern das haben wir ja beobachten wir ja seit vielen Jahren aber sonst natürlich muss der Milchpreis erstmal widerspiegeln wie die Produktionskosten waren wir können nicht wie jetzt wieder unter 30 Cent landen konventionell also Bio sind wir in anderen Preisen aber konventionell ist der Milchpreis Richtung ja ich will jetzt nicht verrückt machen aber ich sag mal schon in der Tendenz leider schon wieder unter 30 Cent unterwegs für den für den Bauern und die Bäuerinnen die Nittermilch an die Molkerei abgibt das sind absolut ruinöse Preise nachdem gerade vor drei zwei drei Jahren jetzt die letzte Milchkrise bewältigt worden ist die schon enorme Verschuldung auf den Betrieben gebracht hat und viele Betriebe zur Aufgabe gezwungen hat so war die letzte Milchkrise sind wir jetzt schon wieder so weit und diese Preise führen dazu dass die einen ein paar wenige extrem wachsen um irgendwie noch mit einem Wachstumskostenvorteil irgendwie das darstellen zu können enorme Verschuldung also die Verschuldung enorm ansteigt der Betriebe was auch große Sorgen macht was mir große Sorgen macht und andererseits die kleinen aufhören das ist leider die Erscheinung wir haben ja einen irrsinnigen Strukturwandel in dem Bereich und das ist die Milch ist im Moment ein ganz ganz großes Sorgenkind in der Landwirtschaft da habe ich allergrößte Sorge was da schon wieder auf uns zu wandert weil auch die Betriebe kommen gar nicht mehr zum Luftholen die letzte tiefe Delle war eben erst vor zwei drei Jahren und das haben die überhaupt noch nicht aufgefangen jetzt wandern sie in die nächste und die Kosten sind 40 45 Cent sind die Kosten aber wenn du jetzt sagst der Preis für den Spargel der Preis für die Milch muss das widerspiegeln was seine Herstellung gekostet hat könnte das nicht dazu führen dass der Preis der deutsche Milch viel zu teuer ist und wir uns Milch aus Rumänien oder irgendwelchen Ländern holen wo es billiger ist nein wir sind ja in Europa der große Milcherzeuger das stärkste Milchland und das ist nicht so einfach ersetzbar die Milchmenge zum Beispiel die am Weltmarkt gehandelt wird ist die Hälfte vom deutschen Milchaufkommen das ist das was das Weltmarkt Volumen ausmacht die über den Weltmarkt läuft wir haben Holland hat einen Bruchteil der deutschen Milch Holland hat so viel Milch wie ein starkes Milch Bundesland hat das ist so einfach nicht zu ersetzen und wer sollte das sein also das einzige Land was momentan Gas gibt ist Irland die haben viel Grünland ja die haben ihr Grünland oftmals sehr sehr extensiv bewirtschaftet weil Landwirtschaft war so unrentabel dass viele Flächen naja da wohl passierte nicht viel in Irland ist jetzt ausgehend natürlich auch von dem bis vor kurzem amtierenden irischen Agrarkommissar Hogan hat Irland richtig Gas gegeben aber auch das Milchaufkommen was da dazu gewachsen ist ist naja weit weg von der deutschen Milchmenge die wir in Deutschland erzeugen wir sind das starke Land und hier entscheidet sich und am Milchmarkt ist das völlig verrückt da sind oft 3-4-5% zu viel Milch sind dafür verantwortlich dass der Preis völlig abstürzt ins uferlose abstürzt da gibt es so extreme Marktausschläge gleich wenn da irgendwie ein bisschen zu viel Milch unterwegs ist und wir haben eben durch Corona jetzt wegbrechende Märkte ob man das gut findet oder nicht es ist viel Milchpulver nach China exportiert worden ich bin da überhaupt kein Freund von aber es hat natürlich den Molkereien nicht schlecht getan diesen Markt sagen dieses Milchpulver Geschäft ist weggebrochen durch die Pandemie Italien als wichtiger Milchaufkäufer ist weggebrochen Italien hat sehr viel Milch in Deutschland gekauft sprich in Bayern wanderte immer viel Milch nach Italien das Geschäft ist sehr sehr eingeschränkt nur noch oder ganz weggebrochen und das führt natürlich jetzt zu diesem extremen Milchpreisverfall schon wieder Hans hast du noch eine Frage Ja eine letzte Frage ihr habt einen Hofladen Friedrich glaube ich wie wirkt sich sehr konkret die derzeitige Situation auf euch als Verkäufer aus als Hofladen Verkäufer Ja erstmal erleben wir alle Hofläden alle berichten es erleben einen unglaublichen Ansturm das ist aber glaube ich im ganzen Lebensmittelhandel so aber auch bei den Hofläden ist doch schön ja also gut wir hätten uns gewünscht dass das Interesse genauso hoch gewesen wäre ohne Corona Covid-19 aber es ist immer wie es ist jetzt sind die Menschen gezwungen oder lassen sich darauf ein sich jetzt Gedanken zu machen wo kommt eigentlich unser Lebensmittel her wie ernähren wir uns eigentlich wie können wir eigentlich sicher sein dass wir noch irgendwo was kriegen man hat ja auf einmal da kommen ja es klingt jetzt als wenn man sich lustig macht nein ich finde das ist ein guter Mensch ihre Reaktion aber es kommen ja Menschen die wirklich fragen und kann man denn bei ihnen die Milch und wo kommt die Milch denn her ach das sind die Tiere die da laufen viele Menschen haben das nicht mehr die wissen die haben die Zusammenhänge nicht mehr unbedingt klar viele von wir viele wissen aus ihrer Geschichte wie es geht aber es gibt leider viele Menschen die es nicht mehr so genau wissen und die fragen und ja manchmal ist man auch müde bei den Antworten gebe ich auch zu dass man denkt oh Gott was muss ich denn wo muss ich denn jetzt anfangen zu erklären aber andererseits es macht ja auch Spaß es macht ja auch Spaß zu erleben dass es jetzt auf einmal wieder das ist auch bei mir natürlich bei uns natürlich auch bei meiner Frau bei unserer Mitarbeiterin im Laden ist es natürlich so dass die dass die natürlich manchmal genervt sind über das was da alles auf sie zukommt und an Fragen aber andererseits dass die Menschen so fragen ist eine richtige Reaktion in der Krise sich zu erinnern was ist eigentlich existenziell für uns worum geht es eigentlich was sind existenzielle Fragen und das ist ich bin nicht unzufrieden damit es ist manchmal ein bisschen anstrengend aber es ist gut und meine letzte Frage was verbindest du welche Hoffnung verbindest du mit dieser Corona Krise ja dass wir ein bisschen von dem natürlich wird ganz viel auch wieder im Alltag von dem was wir jetzt erleben verschwinden aber dass wir ein bisschen behalten davon ich sag's ganz klar als jetzt mit der Spargelluft war ich jetzt ja ich war jetzt mehrfach in Düsseldorf am Fluchhafen habe die Saisonarbeiter hat mir das angesehen wie die Saisonarbeiter da ankommen aus Rumänien die Flüge dort erlebe ich einen Flughafen der völlig menschenleer ist wo alles zu ist es ist nichts mehr auf gar nichts man kriegt ja nicht mal eine Flasche Wasser man muss ja selber sein Butter mitbringen um nicht zu verhungern auf dem Flughafen das alles darüber nachzudenken ob es jede Schadereise sein muss ich glaube ich das lohnt und ich denke dass wir das auch tun also ich denke unser Verhalten wird sich also ich bin immer Optimist unser Verhalten wird sich verändern durch diese durch diese Covid-19 Erscheinung dass wir sagen doch sagen muss es die letzte muss es die letzte Fernreise noch sein geht es nicht auch ein bisschen näher kann es nicht auch was meine ich die große Ratto mit der Familie sein die genauso viel Spaß macht oder 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 man kann glaube ich viele Dinge jetzt werden jetzt diskutiert ich sage nur eines ich hatte einen Freund ich lange nicht gesprochen hatte der sagt du glaubst ja nicht der handelt mit Wohnwagen und mit solchen Camping Geschichten er sagt es ist ein unglaublicher Ansturm jetzt schon da im ersten haben sie Zeit sich damit zu beschäftigen die Menschen sind ja viele eben aus der Arbeit raus und können sich damit jetzt beschäftigen aber es ist auch ja irgendwie da steckt ja hinter man will ja mit dem Gerät losfahren ob das jetzt das Auto hängt oder so selbst fahren es hat aber da ist ja was mit verbunden die Menschen die wollen sich mit diesen Dingen ich höre heute das bei mir nicht bei uns nicht weiter ist ein großes Fahrrad Geschäft da war heute ein irrsinniger Ansturm der hat das erste Mal wieder aufgemacht was war denn da los da stand die Leute ja Schlange vor dem Laden also warum weil jetzt ja alle irgendwie sich das Fahrrad aus dem Keller geholt haben was sie jahrelang nicht mehr angeguckt haben und gesehen haben Mensch da zischen aber welche an mir vorbei die sind aber dreimal so schnell und die haben einen kleinen Motor dran muss ich nicht auch da irgendwie mich intensiv mit beschäftigen ich schlossen und hier in Nordrhein Spalen haben die heute aufgemacht und das zeigt einfach da bewegt sich was wie tiefgreifend das ist wie lang das anhält ja ich bin optimistisch und sage ja es wird unser Verhalten schon beeinflussen und verändern und ich denke nicht zum schlechten wir wieder den Betrieb aufnehmen wir werden manches wieder tun was wir jetzt nicht getan haben das ist klar vielleicht dürfen wir auch zu diesen Fragen das wird lange nachwirken wir sind auch optimistisch und wir haben glaube ich den richtigen Antrieb gehabt dich heute zu sprechen danke dafür dass du auch ein bisschen mehr Zeit so das war's das war's das war der Friedrich ja ich weiß noch von nichts aber ich höre es danach und wir müssen noch mal kurz ins Gesundheitssystem ins deutsche gucken denn die guten Nachrichten wollen wir was heißt die guten Nachrichten die etwas auflockernden die uns auch mal ein bisschen perspektivisch und so werden lassen die kann man natürlich am Ende noch mal spielen also das deutsche Gesundheitssystem Corona geschädigt vor allem Corona vorbereitet durch Erfahrungen aus anderen Ländern wir haben viel gelernt die RKI Anweisung die Kapazitäten hochzufahren waren ja alle da und so weit ihr wisst Bescheid deswegen machen wir auch diesen Stressbogen den das ganze deutsche Gesundheitssystem gemacht hat und schauen übers Ausland Maria Daslomka referiert hier mal kurz wie ein New Yorker Arzt mit den Patienten umgeht kurz vor der Beatmung zu den vielen erschütternden Berichten aus Kliniken mit schwer erkrankten Covid-19 Patienten gehört die Einsamkeit die damit einhergeht bis hin zu einem einsamen Sterben ein Arzt aus New York beschreibt etwa wie er seine Patienten bevor sie intubiert werden auffordert sich von ihren Angehörigen telefonisch zu verabschieden sagen sie ihnen alles was sie noch loswerden wollen ich bin dann in einer Viertelstunde wieder da so das ist die Corona Situation haben wir ja in Italien gesehen damals diese Clips die sind jetzt schon drei vier Wochen alt aber so viel Fortschritt gab es wohl bisher nicht auch wenn in Deutschland nicht alle die beatmet werben sofort mit dieser Behandlung dann auch versterben sondern es noch Rettungen gibt und Heilungen Remdesivir scheint ja da irgendwie bei kritischen Verläufen wenn man es rechtzeitig gibt ganz gut zu wirken um das so ein bisschen einzudämmen das Problem allerdings war da wirklich sehr viel gestorben so und jetzt deutsche Intensivstation wie ist die Lage es gibt noch Platz auf Intensivstationen in ganz Deutschland seien die Kapazitäten so das Bundesgesundheitsministerium seit einer Woche stabil heißt derzeit sind 10.000 Intensivbetten und Beatmungsmaschinen frei ausreichend so das Robert-Koch-Institut solange auch der Trend bei den Neuinfektionen stabil bliebe 10.000 frei ehrlich gesagt das muss erklärt werden wir hatten hier eine ganz andere Diskussion vor 3-4 Wochen als wir alle diese Medium-Texte von dem Tom Dingsdabums gelesen haben und es hieß das wird auf jeden Fall also es ist eine gute Lage aber das muss trotzdem erklärt werden ich weiß nicht hier fehlt mir irgendwie hier haben einige recht die die Diskussion anders führen wollten schon vor einem Monat sage ich einfach mal so wieso naja weil wir nicht über die maximale Auslastungsgrenze des Gesundheitssystems kamen und genau das war Dreh- und Angelpunkt der vollständigen Diskussion die wir geführt haben es war flatten the curve das war einfach der Hashtag und das Programm und was war die erste Maßnahme nachdem diese Diskussion angefangen hatte mit dieser Perspektive mehr Intensivstationen einzurichten oder was willst es wurden es wurden ich glaube 12.000 zusätzliche Betten Intensivbetten eingerichtet Ziel ist doppelt doppelt so viele aber 40.000 aktuell wir hatten wir hatten vorher 28.000 und jetzt zieh mal bitte jetzt zieh mal bitte einfach diese 12.000 zusätzlichen von den 10.000 freien die wir jetzt haben ab und dann sag mir was du da noch erklärungsbedürftig findest hören wir so ein bisschen hier im Clip laut der interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin gibt es bei uns derzeit 26.628 Intensivbetten von denen derzeit 2773 Betten von Covid-19 Patienten belegt sind also gut jedes zehnte Bett mehr als 12.500 Betten sind belegt von Menschen mit anderen Erkrankungen und gut 11.300 Intensivbetten also fast die Hälfte sind bislang noch frei das sind doch grandiose Werte und das ist auch nicht mit dem was vorher angekündigt wurde oder erwartet oder befürchtet wurde wir sind ja ganz 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 weit von diesen Zahlen weg 2700 sind nicht 30.000 Patienten die gleichzeitig wegen Covid behandelt werden sondern 3000 wir sind wir sind deswegen wir sind deswegen so weit davon weg erstens weil die Bettenzahl aufgestockt worden ist vorab zweitens weil Operationen die ansonsten Intensiv Pflegestations Patienten geworden wären aufgeschoben wurden wurden zum Teil das heißt hier wurde zusätzlich Kapazität geschaffen zum dritten und das ist der wesentliche Faktor hat es Gott sei Dank so funktioniert dass die Zahl der schweren Krankheitsverläufe wodurch auch immer geringer ist als in den diversen Szenarien mit drin waren jetzt zu sagen weil nicht das Worst Case Szenario eingetreten ist von den Fällen sondern eher ein Best Case Szenario deswegen zu sagen es war eine Planung die sich am Worst Case Szenario orientiert hat falsch das kann ich nicht nachvollziehen ja also ich verstehe alle die auf Twitter und so und so wie du jetzt auch argumentieren habe ich volles Verständnis für nur ich will nur darauf hinweisen es gab vor vier bis sechs Wochen eine Diskussion wo sich auch in der Podcast Landschaft alle einig waren wir müssen alles tun was jetzt notwendig ist Lockdown 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 damit wir nicht zu viele Faktoren über der Leistungsgrenze sind ja und jetzt liegen wir mehrere Faktoren unter dieser Leistungsgrenze Deutschland hatte diese 30.000 Betten und es werden 3000 parallel gleichzeitig gebraucht und diese Zahl sinkt jetzt langsam und diese Zahl wurde auch nie überschritten also wir sind bei diesen 10% und jetzt kommt das Problem was mir eigentlich wichtig ist ich will jetzt nicht sagen diese ganzen Ärzte Videos auf YouTube die hatten irgendwie recht oder so weil sie hatten nicht recht es ist eine große Anstrengung einfach erfolgreich durchgezogen wurden und ich finde trotzdem man sollte darüber mal ein bisschen anders reden als einfach nur mehr Lockdown und so das sicherste wäre wenn wir das jetzt ewig machen ohne über Folgen nachzudenken denn wir sehen hier 12.500 andere also nicht Covid Patienten sind auf Intensivstation Hier werden eigentlich Herzinfarkte behandelt aber seit Mitte März ist hier wenig los obwohl die Zahl der Infarkte kaum gesunken sein dürfte es kommen nur halb so viele Patienten mit schweren Herzinfarkten wie sonst viele trauen sich wegen Corona wohl nicht in die Klinik eine fatale Nebenwirkung der Corona Krise so hier wird einfach so gesagt es kommen nur die Hälfte und so weiter aber können wir mal die aktuellen Zahlen dazu haben ich hab mal nachgelesen es gibt in Deutschland 100.000 Herzinfarkte im Jahr die Hälfte davon verläuft tödlich die geht also nochmal den Umweg über die Intensivstation weil das ist der Anlauf Punkt wenn du mit Herzinfarkt in die Klinik eingeliefert wirst wirst direkt auf die Intensivstation gelegt jetzt haben wir dort 11.000 freie Plätze gleichzeitig aber nur aufsummiert haben bis jetzt April die einfach nicht mit einem Herzinfarkt in die Klinik gehen obwohl die Kapazität da wäre aus Angst vor wir haben doch gehört da ist Corona Gefahr da steckst du dich an und so weiter halt dich lieber fern und dass jeder zweite Herzinfarkt Patient nicht in die Klinik fährt sich also nicht da die Hilfe holt das finde ich einfach das ist zu krass ehrlich gesagt Aber Nebenfolgen von Corona die medizinischen Nebenfolgen und die Anzahl der Todesfälle das wird nochmal eine krasse Rechnung am Ende dieses Jahres was das vor allem für die Älteren und so bedeutet das sind einfach Werte die Hälfte aller Herzinfarkt Patienten kommt nicht mehr in der Klinik an weil diese Notrufe nicht mehr abgesetzt werden und so weiter das ist einfach schlimm und es übersteigt auch nominal wirklich jetzt die Zahlen in absoluten Zahlen an Corona absolut es ist sehr gut dass Corona nicht das größte medizinische Problem ist aber es hat ganz schön viele andere medizinische Probleme befeuert die Lage in der wir jetzt sind ja und deswegen ich sage nochmal das was ich vorhin auch schon gesagt habe man kann und darf diese Sachen nicht gegeneinander aufrechnen du hast völlig recht das ist eine Situation die ist dramatisch und die darf überhaupt nicht so andauern das heißt es müssen jetzt wieder die Kapazitäten geschaffen werden und auch Möglichkeiten dass Menschen mit Infarkt Verdacht zum Arzt gehen betreut werden können dass sie nicht die Kollateralschäden von Corona werden das ist völlig klar nur das konntest du in einer Situation man muss immer gucken Entscheidungen wenn man Entscheidungen zu treffen hat sie hängen immer von den Informationen ab die man zu dem Zeitpunkt hat und wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung wie weit gehen wir mit einem Lockdown oder so wenn man da Faktoren hat wo man sagt wir müssen befürchten bei Corona so und so und so dann triffst du Entscheidungen die relativ hart sind und wenn du dann feststellst Moment Resultat dieser Entscheidung ist dass auf einmal die Hälfte der Herzkranken oder der Infarkt Gefährdeten nicht mehr hingeht dann musst du dagegen steuern das ist Teil dieses Prozesses von Abwägung das RKI hat schon seit Tagen die Empfehlung an die Kliniken zum Regelbetrieb zurückzugehen ich habe das nirgendwo in den Nachrichten in dieser das muss jetzt wirklich reichweitenstark kommuniziert werden dass man zurück in die Klinik muss nochmal also das haben wir jetzt zwei Monate so gehabt die Situation das geht nicht nochmal zwei Monate so diese Herzinfarkt müssen jetzt zurück in die Klinik diese Corona Angst war zu krass wir wissen jetzt wie wir mit den ganzen Sachen umgehen aber es ist wirklich mittlerweile beträchtlich was das für Folgen hat ja sie sind beträchtlich und deswegen wir haben es nicht zwei Monate sondern einen Monat Lockdown war die Angst vor Corona ist schon ein bisschen länger die Angst vor Corona ist schon so ein bisschen länger und sie war auch nicht unbegründet das ist in einer Situation wo etwas als Gefahrenwelle sag ich mal so auf dich zurollt was in dieser Form einfach vorher noch nicht da gewesen ist dass dann auch Angstreaktionen in einen Bereich reingehen wo man überreagiert sag ich jetzt mal objektiv überreagiert aber in der Situation wo man überreagiert ist es die richtige Reaktion weil der Unsicherheitsfaktor so groß ist das ist man glaube ich man soll nicht heute hingehen und sagen wir haben damals die falsche Entscheidung getroffen sondern man muss heute hingehen und vielleicht auch schon gestern und sagen wir haben damals diese Entscheidung getroffen die hat folgende Konsequenzen und diese Konsequenzen wie zum Beispiel mit den Infarkt die dürfen wir nicht hinnehmen da müssen wir gegensteuern das ist dieser also ganz simpel gesagt Fahrradfahren niemand fährt auf dem Fahrrad eine gerade Linie sondern es ist immer so eine Art Schlangenlinie dadurch hält sich das Fahrradsystem stabil und so etwas ähnliches ist das in diesen Entscheidungsprozessen trotzdem auch wenn es nichts über die Qualität der bisherigen Entscheidungen sagt jetzt muss ganz hart revidiert werden in sehr vielen Sachen es macht das nicht zu einer falschen Entscheidung es können auch richtige Entscheidungen revidiert werden aber hier muss jetzt wirklich Revisionen stattfinden man sieht das auch an einer Stelle deswegen in New York haben wir eine andere Situation gehabt mittlerweile kommt auch bei kritischen Corona Verläufen und das ist wirklich gut das Besuchsrecht zurück eigentlich sollen Angehörige eben nicht in die Klinik kommen aber uns hat das sehr belastet also uns Pflegenden tut das sehr weh wenn Angehörige nicht kommen dürfen weil wir wissen wie wichtig das ist im Genesungsprozess weil das auch der einzige Motor eigentlich ist dass schwerkranke Patienten wieder Mut finden oder Mut fassen raus aus der Klinik zu wollen und auch zu können und wir haben uns verschiedene Dinge überlegt wie wir das verbessern können wir lassen Angehörige rein wir telefonieren viel mit denen und wir begleiten sie zu unseren Schwerkranken und das ist was wo ich glaube dass wir einen guten Weg gefunden haben nicht jetzt täglich aber ein zweimal in der Woche bei den Schwerkranken ist das möglich und wenn klar ist dass Patienten sterben werden darf die Familie dann auch kommen ja auf jeden Fall also da geben wir unser Möglichstes eigentlich sagen wir einer darf kommen aber wir machen da durchaus auch Ausnahmen dass zwei reinkommen können man muss halt immer schauen dass das in den Stationsablauf reinpasst dass in dem Patientenzimmer nicht noch schlimme andere Sachen passieren aber wir geben da unser Bestes und bisher hat es geklappt ja also bei den offiziellen Zahlen aus Italien in Spanien und so weiter jeder einzelne dort ist ganz einsam auf diesen Intensivstationen gestorben da gab es überhaupt gar keine Ausnahme bei Besuchsrecht und so weiter das hat man jetzt in Deutschland angepasst und es ist sehr gut und solche Entscheidungen müssen jetzt auch getroffen werden ja das gilt ja das gilt im Übrigen auch für die für Pflegeheime und so das war vor zwei drei Tagen wurde in New York ganz großartig gefeiert diese Besuchsbox die wir aus Holland schon kennengelernt hatten wo einfach gesagt wurde gut dann richtet man so eine Art Besuchsraum mit einer mit einer Zwischenwand also einer durchsichtigen Zwischenwand ein Glas oder was auch immer dass Menschen sich wenigstens sehen können direkt miteinander sprechen können ohne dass da die direkte Infektionsgefahr ist ein so naheliegender Gedanke also jeder Knast hat so eine Regelung letztlich ja dass man ja dass man nicht von dass Heime oder Gesundheitswürden nicht von selbst drauf kommen zu sagen das was im Knast möglich ist muss doch bitte hier auch bei uns sein dass das den Weg von einer privaten holländischen Initiative in eine private New York Initiative findet und dann da großartig gefeiert wird das ist das ist das eigentlich kritische daran ein paar Menschen haben noch kleinen Corona Dividenden Profit rausgeschlagen Digitalisierung es findet ja Digitalisierung statt befeuert durch sowas beispielsweise hier eine kleine Firma aus Koblenz die hat exponentielles Wachstum erfahren das Programm hat die Compu Group in Koblenz entwickelt sie ist eines von vielen Unternehmen die Software Lösungen im Medizin Bereich anbietet Corona bedeutet für viele Firmen ein Desaster für die Tüftler und ihre Telemedizin könnte es der Durchbruch sein obwohl das Programm kostenlos ist hatten es vor wenigen Wochen nur wenige hundert Praxen inzwischen sind es allein in Deutschland über 24.000 auch weltweit wächst die Nachfrage die Nutzungszahlen sind regelrecht explodiert wir hatten also von einer ungefähr Nutzerzahl von 1000 Nutzern jetzt aktuell bei über 64.000 Nutzern davon sprechen wir und wir sehen dass die Zahlen pro Tag um mehrere tausend Nutzer steigen ja es wurde nicht so richtig erklärt um was es überhaupt geht aber das ist Telemedizin im Sinne von seinen Arzt anrufen und ein paar Metadaten mitliefern und sich auch sehen und so weiter nicht nur per Telefon also Nutzungszahlen von ein paar hundert auf ein paar zehntausend ziemlich gut Olaf Scholz ist bei der IWF Frühjahrstagung gewesen das ist natürlich nicht hingefahren sondern digital er hat die ein oder andere Erfahrung gemacht du musst den Staatsdrang formulieren die Bundesregierung spricht von virtuellen Reisen er ist virtuell gereist indem er die Tür Schwelle überschritt wo seine Mannschaft ihm wieder einen Computer hingesetzt hat aber er weiß was er auch krass gereist jetzt gibt es nicht nur Hosts sondern auch Hologramme überall also hier Olaf Scholz Holo Olaf eigentlich wären Olaf Scholz und sein Staatssekretär heute in den USA zur jährlichen IWF Frühjahrstagung stattdessen zwei Monitore ein schmuckloser Raum im Finanzministerium Videoschalte statt Washington Videoschalte statt Washington das ist auch so ein schöner das ist das ist der selbe Raum wo er mit uns geredet hat wundert dich das sind die Bücher da hinten also er ist jetzt er hat sich eingerichtet und hört mal was er zu sagen das ist wirklich goldig eigentlich immer besser muss man auch sagen manches stellt der Vizekanzler beinahe verwundert fest wird in diesen Tagen sogar einfacher was im Augenblick durch die völlig veränderten Politiker Kalender neu ist ist dass man sich schnell verabreden kann also da keine Veranstaltungen sind außer solche Konferenzen ist niemand irgendwie unterwegs er erreicht jetzt auch plötzlich Leute sind nicht gerade irgendwo hin um jemanden zu erreichen sondern man erreicht sie auch tatsächlich ist ja erstaunlich ich meine one on one macht sehr Sinn aber das haben wir auch gehört der Nachteil bei sowas ist natürlich die können keine Hintergrundgespräche führen die können nicht unter vier Augen reden die wissen nicht wer sonst noch zuhört wir haben letzte Woche auch festgestellt die EU wird daran zerbrechen an diesen Videokonferenzen es funktioniert überhaupt nicht was das angeht irgendwelche Gipfelsachen und so Paul Ziemiak zeigt auch mal seine Lernkurve die gibt es auch noch immerhin habe man in der Krise auch gelernt für die Zeit danach meint der Generalsekretär wir haben jetzt einen Sprung gemacht der hätte sonst wahrscheinlich viel viel länger Zeit in Anspruch genommen wir werden unterscheiden zwischen besonders wichtigen Veranstaltungen da muss man sich treffen das ist dann etwas besonders Wertvolles und Dinge die man einfach auch einfach in einer Videokonferenz morgens besprechen kann man muss sich nicht zu jedem Termin auch tatsächlich treffen ich weiß ich weiß noch wie wir vor einem Jahr so gemeint haben naja soll man Digitalisierung ja mal ernst nehmen und weniger fliegen und weniger Konferenzen machen weniger Businessflüge machen jetzt kommen sie drauf naja die Air Berlin Pleite hat sie auch schon ein bisschen aufgerüttelt da hat man nämlich in der Studie gemacht in der Bundesregierung also wirklich alle Häuser betreffend und hat festgestellt 70% lässt sich auch per Skype machen und dann hat man nicht nochmal so ein Pauschal Dings wie bei Air Berlin wo man einfach einen Flug mit 60 Euro abrechnet und so naja Paul Ziemiak hat aber hier nochmal so nebenbei gesagt wenn man sich trifft ist das was wertvolles aber man muss nicht alles so machen man kann vieles auch und das finde ich so ein bisschen ja also das digitale Gespräch kann auch sehr wertvoll sein lieber Paul ich würde es nicht daran festmachen aber gut jeder hat seine eigentlich die Kriterien keine Ahnung aus welchem Erfahrungsschatz er da so und einer darf natürlich nicht fehlen Digitalisierung first Bedenken second hier Christian Linden hat auch noch Motoren zum Thema für zwei Stunden Präsidiumssitzung alle nach Berlin einfliegen lassen nicht nötig haben sie in der Krise auch bei der FDP erkannt wenn er jedoch bald wieder treffen möchte Wähler und zwar vor Ort für mich war das mein Lebenselixier von der zufälligen Begegnung auf dem Bahnsteig bis zur Veranstaltung mit großem Publikum vor Ort und Selfies ich habe mich verlegt auf die sozialen Medien ich mache regelmäßig Instagram Live Gespräche da schauen bis zu 1000 Leute gleichzeitig zu so große Veranstaltungen hat man auch in normalen Zeiten selten ja bis zu also da verwechselt er natürlich auch seine Gesamtzuschauerschaft mit den Live Zuschauen also selbst die größten Instagramer und ich bin ja auch mit einigen befreundet die 500.000 Abonnenten auf Instagram haben haben dann bei Livestreams 500 dabei und Christian ich habe auch immer bei dir geguckt das waren so zwischen 80 und 120 naja es gucken ja dann noch so ein paar nach aber nach einem Tag ist ja weg nach einem Tag ist weg ja aber dann dann glaube ich so dass nach einem Tag er 1000 hat das kommt dann hin aber er tut ja so als ob 1000 gleichzeitig zugucken aber er hat sich ja quasi als Influencer geoutet er macht Instagram er macht gerne Selfies und hat sonst von Politik nur Bullshit Ahnung ja es ist halt bei der FDP Standard das Fitnessstudio Politik Guido Besterwelle ist da durch Dings hier nicht ganz so sehr der Arzt wie hieß er ich habe schon wieder seinen Namen vergessen welchen der Gesundheitsminister Rösler Rösler Philipp Rösler Bar und Rösler Bar und Rösler ich meine Rösler der ist ja auch FDP-Chef gewesen mal kurz das finde ich übrigens auch gut dass Christian Lindner bei jedem Interview die Gesundheitspolitik seiner beiden Vorgänger rechtfertigen muss hat Rösler noch Termine ich habe ihn gar nicht mehr irgendwie nein Christian Lindner wird nie dazu befragt was denn die FDP-Politik im Gesundheitsministerium über fünf Jahre angerichtet hat da hat er sich gut rauslangsigiert ist ja auch ich meine er hat ja auch den Stress mit warte mal du bleibst jetzt weiter Chef nach dieser Thüringen Sache also hören sie mal wir reden jetzt über Corona ja kann man natürlich immer gut machen sowas gut letzter kleiner Themenblock wir wollen es nämlich nicht auslassen das Ausland ja Deutschland 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 überragend wir alle Deutsch 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 es gibt auch noch ein paar Auslandsmeldungen beispielsweise in der Türkei wurden Gefangene entlassen wir hören jetzt mal wie viele und dann noch in so einem Halbsatz nachgetragen wer eigentlich und wer nicht das türkische Parlament beschloss nun etwa 90.000 Gefängnisinsassen vorzeitig zu entlassen oder unter Hausarrest zu stellen ausgenommen sind unter anderem Inhaftierte die wegen Mordes Sexualstraftaten und Terrorverbrechen verurteilt wurden Menschenrechtsorganisationen kritisieren dass politische Gefangene ebenfalls von der Regelung ausgeschlossen seien ich meine jetzt mal ernsthaft wie in Amerika das ist doch das ist so krank das ist so krank Südkorea Südkorea hat beeindruckende Corona-Zahlen das kann man nicht anders sagen wer weiß woran das liegt die haben natürlich auch einen harten Lockdown im Sinne von Schuhschließungen und so aber die haben halt auch Masken und eine App die hatten jetzt gerade Wahlen und die haben nebenbei noch eine Wahl veranstaltet richtig gut für die Regierung gut für die Regierung ihr war es mit drastischen Maßnahmen gelungen die Ausbreitung des Corona-Virus stark einzudämmen gut können wir abbuchen als sie haben es halt wirklich spektakulär gut gemacht muss man einfach sagen und liebe Kritiker die jetzt ich sehe sie schon wieder es gab in Südkorea aber nur einen so einen Indexfall und den konnte man gut eindämmen weil der war ja regional beschränkt und so weiter ja Europa hatte auch nur einen nämlich Ischgill das sieht von Südkorea genauso aus es hätte Europa nur diesen einen und der ploppte dann halt da auf wo sie waren genau wie mit den religiösen auch die sind nämlich auch erstmal nach Hause gefahren und wurden nicht an Ort und Stelle da in irgendeine Quarantäne geschickt also das gilt nicht dieses Argument ja in Südkorea haben sie es einfach besser gemacht durch die Erfahrung die Hans jetzt auch schon beschrieben SARS 1 und so weiter als in Deutschland hoffen wir dass bei SARS 3 dann wir auch einfach die Maske schon in der Tasche haben wenn wir sie brauchen Fußnote es gab nicht nur Ischgl sondern auch Bergamo Bergamo richtig ja ja es geht auf Fortschrotz zurück aber dann das haben wir ja Drossen gelernt so nach und nach diffundiert das halt durch die Gesellschaft und man muss auch sagen Südkorea die Abriegelung geht da ziemlich weit seit Wochen seit Wochen wird keine Post mehr keine Paketpost mehr nach Südkorea geliefert ach so nach Südkorea aber in Südkorea schon vermutlich ja inner südkoreanischer Postverkehr funktioniert aber du kannst derzeit seit 2-3 Wochen kannst du keinerlei Pakete mehr von Deutschland nach Südkorea schicken nicht mal mit Quarantäne krass ne wird verweigert die Wirtschaftswege sind jedenfalls alle offen Südkorea ist noch gut angebunden die haben klare Priorität gemacht Wirtschaft offen der Rest zu und man darf nie übersehen ich sag es jedes Mal dazu aber in Südkorea sehr viel mehr alte Menschen als in Deutschland und Italien und sehr viel mehr arme Menschen die sich eigentlich gar nicht selber helfen können mehr als 50% der südkoreanischen Rentner leben in Armut also unterhalb der Armutsgrenze die kriegen ihre Wohnung vom Staat weil da überhaupt nicht mehr mit Zuschuss oder so ne ne die kriegen einfach wirklich eine zugeteilte Wohnung also in der Hinsicht selbst unter den Bedingungen krasse Werte hingekriegt mit Risika Risikogruppe Parasite gucken passt dazu ganz gut was du gerade gesagt hast und was ich noch anfügen möchte ja es gibt diesen Effekt natürlich die Regierung die das SARS gut managt die wird dann auch mit ja beglückwünscht mit absoluter Mehrheit aber Wahlbeteiligung hört mal hier Mons Wahlsieg wird auf die erfolgreiche Eindämmung der Corona-Krise in Südkorea zurückgeführt die Wahlbeteiligung war trotz massiver Sicherheitsvorkehrungen die höchste seit fast 30 Jahren Rekord Wahlbeteiligung und keine Corona-Ausbrüche provoziert damit das ist wirklich spektakulär das soll ich mir wenn wir uns das noch nochmal angucken naja es liegt jetzt fünf Tage zurück und die Zeilen sind wirklich die haben da ihre 10-20 Fälle oder so im Jahr am Tag und da ist jetzt noch nichts sichtbar geworden irgendwie aber gut Stefan Niemann erklärt mal Trumps Machtanmaßung in Amerika wir haben ja schon die Sachlage da einmal besprochen der Präsident hat das Heft des Handelns gar nicht in der Hand er tut zwar so als wäre er derjenige der über die Lockerungen entscheiden würde aber in Wahrheit ist das Sache der Gouverneure der 50 Bundesstaaten die haben nämlich ganz individuell je nach Lage in ihren Staaten entschieden welche Restriktionen sie verhängen und nur die Gouverneure können die auch wieder aufheben insofern ist das ein Stück weit Symbolpolitik des Präsidenten ja jetzt kann man richtig sehen ja hat keine Möglichkeiten kann nichts gestalten hat keine Vetorechte bei dem was da jetzt entschieden wird und sitzt einfach in der Presseöffentlichkeit ohne große Handhabung zu haben außer seinen Twitter und zu hoffen dass seine Base da irgendwie sein Lied mitspielt aber das geilste ist ja er gibt ja quasi die Trump Guidelines die nationalweit gelten und gleichzeitig unterstützt er Freunde von ihm die dagegen protestieren und quasi an der Basis Stimmung dagegen machen man kann es nicht mehr richtig erklären nur noch mit den alten Logiken also Trump ist jetzt wirklich ist einfach idiotisch geworden und das weiß er aus da weiß keiner mehr was der andere macht und so da geht es drunter und drüber Elmar Teewissen hat die Sachlage hier auch noch mal eher in Berichtsform gemacht bisschen anschaulicher auch mal mit Zitat Battle Trump gegen Cuomo und so finde ich gut muss man sich echt mal vorstellen ja CNN die haben ja immer die dicken Balken unten durchlaufen lassen damit in den ganzen Büros wo kein Ton mitläuft in Kurzzusammenfassung steht was da gerade sichtbar ist und da steht ja das ist die Propaganda Session von Trump das ist wirklich also Wahnsinnszeit die Warnungen die Warnungen ignoriert und wolle nun Geschichte umschreiben der Gescholtene will nun möglichst schnell das Wirtschaftsleben im Land wieder in Gang bringen und glaubt dass er allein das entscheidet wenn jemand der Präsident der Vereinigten Staaten ist dann ist seine Autorität total so wird es sein total total das wissen die Gouverneure die Bundesregierung hat nicht die absolute Macht wir haben keinen König Trump wir haben Präsident Trump das ist wirklich krass Pelosi ist damals in dieses Anzehung reingegangen mit wir sind keine Monarchie und jetzt sind wir beim Start of Hard kommt genau an dieser Diskussion erinnert mich ein bisschen an Nixon der hat ja auch irgendwie nachdem er aus dem Amt geschieden ist ja auch so gesagt wenn der Präsident das macht dann kann es nicht illegal sein und Trump ist so ja wenn der Präsident das sagt dann ist das so Nixon dachte er ist unfehlbar und Trump denkt das auch ja vor allem das ist Ludwig der Vierzehnte das ist Absolutismus l'etat c'est moi ich bin der Staat das ist sein Selbstverständnis und das Verrückte ist Trump ist Ludwig der Vierzehnte also der absolute Monarch und gleichzeitig der Punkrebell also er befeuert er befeuert ja diese Art er ruft ja auf zu zivilem Ungehorsam in dem die liberate was weiß ich Indianer und so weiter er ruft diejenigen die das was die Gouverneure in ihrer Kompetenz beschließen nicht akzeptieren wollen die ruft Trump der diese Kompetenz nicht hat als Präsident ruft er auf zum zivilen Ungehorsam das ist eine das ist die Befeuerung sozusagen des Punks durch den Souverän und das ist eine ganz ungewöhnliche Konstellation und es ist und es ist Wahlkampf also er gibt natürlich die Hälfte der Gouverneuren damit Feuer das zu machen was er ja auch will weil die Hälfte ist republikanisch und wenn es gut ausgeht kann er sagen siehste ich hab's doch gesagt und die Demokraten wollten euch zu Hause einsperren der Gouverneur von Kalifornien ich kenne jetzt seinen Namen leider nicht der hat kürzlich auch schon vom Nation State gesprochen als er über seinen eigenes Bundesstaat sprach das ist natürlich bezeichnend es gab apropos Nation State es gibt von George Pecker einen aktuellen Artikel in Atlantic der vom Failed State Amerika berichtet der quasi beschreibt die Corona Krise hat die hat Amerika jetzt nicht so ein Failed State gemacht sondern das hat es jetzt offenbart den sollten wir nochmal verlinken ja das sind einfach unglaubliche Zustände sehr gut läuft's in Taiwan und ich find's sehr gut dass das heute Journal da auch mal hingeguckt hat heute Morgen in Taipei der Hauptstadt Taiwans die Menschen gehen zur Arbeit Geschäfte und Schulen haben auf Taiwan ist das Land das die Corona Krise wohl am besten in den Griff bekommen hat knapp 400 Infizierte und 6 Tote sagen die Zahlen und Taiwan ist das Land das am besten zeigt welche Macht China über die WHO hat China möchte durchsetzen dass Taiwan nichts anderes ist als ein Teil der Volksrepublik China in der Wahrnehmung des Restes der Welt darum geht es China und dieses so ein Prinzip durchzusetzen wird bei jeder sich bietenden Gelegenheit versucht und das heißt eben auch für die Weltgesundheitsbehörde Taiwan darf da kein Mitglied werden Taiwan darf noch nicht mal mit am Tisch sitzen Taiwan darf noch nicht mal Informationen bekommen wie sehr Taiwan für die WHO ein Tabu ist erfuhren Kollegen aus Hongkong sie fragten einen WHO-Vertreter ob Taiwan Mitglied werden könne der tat erst so als gäbe es ein technisches Problem und legte dann auf zack wegware tja das war ein bisschen ähnlich in der Bundespressekonferenz Klaus hatte das ja auch gesehen als die das Austrittsamt zum Thema WHO Taiwan gefragt wurde ne Frage war Taiwan und sie WHO WHO China setzt sich da jetzt durch schade denn ich glaube von Taiwan kann man viel lernen wenn es da direkte Kommunikationsbezüge zwischen WHO und Taiwan oder vielleicht auch Berlin gäbe aber gut ein Blick nach Island das ist auch nicht so interessant Island ist ja nun auch betroffen auch wenn es da sehr weitläufig ist die haben da die App-Lösung über die hier ich weiß nicht genau wie sie funktioniert aber es scheint so ein bisschen durch wenn man den jungen Menschen auf der Parkbank zuhört wenn sie ihre Wortspende zum Thema App geben ob man sich in Islands Natur frei bewegen kann entscheidet in der Corona-Krise das Handy die Nutzung der App ist in dem Inselstaat Ausdruck von Solidarität in der Not die App ist genial echt genial aber es ist auch ein bisschen gruselig dass alle wissen wo du bist aber so ist es ja bei vielen Apps das ist hier gar nicht anders das brauchen wir jetzt aber auch äh was alle wissen wo man ist guckt man an der App nach und sagt wo ist denn gerade mein Corona-Sohn nach der sitzt auf der Parkbank neben dem Gesier oder was naja vielleicht nochmal drüber nachdenken ob man da andere Systeme benutzt jetzt Peter Freis kleiner Einwurf ich habe ihn ins Sammelsurium Ausland einsortiert er ist wiedergefunden das Wort Europa nahm die Bundeskanzlerin auch heute wieder nicht in den Mund der Berliner Horizont scheint nur bis zu unseren Grenzen zu reichen fragt man sich jetzt so ein bisschen aber Mainz ist das in Mainz Peter? also Merkel hat jetzt faktisch nicht über Europa gesprochen seit Wochen schon nicht aber sie redet sehr viel bedeutet das irgendwas kommt das zurück oder Peter Stefan sie redet über Europa nämlich wenn es um Euro-Bonds um Corona-Bonds geht ja gut um so eine Ablehnung zu machen aber es es ist doch schon sehr national jetzt so was so diskutiert und argumentiert und so weiter wird und das wird sich natürlich auch nochmal verschärfen denn wenn wir jetzt tatsächlich Kontaktverfolgung machen und so weiter dann werden Auslandsreisen allein durch diese 14 Tage Quarantäne wie das ja Tschechien schon macht und so weiter über Monate gespannt ja dann wird es einfach diese internationale Verständigung so nicht mehr geben bin ich mal gespannt wie wir daraus wieder erwachen naja mal gucken was die nächsten Monate so bringen hier Zahlen aus Amerika ihr sagt mir jetzt bitte mal ist das viel oder ist das wenig ich kann es wirklich nicht einschätzen viel in den USA sind die Umsätze des Einzelhandels durch die Corona-Krise deutlich gesunken sie fielen im März um 8,7% das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Statistik 1992 ja bei 8,2% ich hätte jetzt 30 gedacht ja Öl das ist jetzt ein Quiz gemacht Öl ist wirklich minus 30 so ja im also wenn man Öl dann wirklich zum Benzin veredeln raffinieren bringt und so weiter bringt jetzt schon die Kohlenstoff die Bierbrauer in Vollzug weil nicht mehr genug CO2 hergestellt wird dass man auch inhalieren kann aber minus 8,2% Hans was meinst du das ist nicht viel oder? naja was sind die Bezugsgrößen Monatsvergleich ja ja also wir kommen gerade in den Sinn auf einer anderen Ebene Bruttoinlandsprodukt jeder Monat liefert ungefähr 8% der Jahresbilanz dazu das ist jetzt eine andere 8% als die die du hier genannt hast ich ich hätte auch eher gedacht es wären mehr offen gesagt aber auf der anderen Seite es ist der wenn das stimmt der größte Umsatzeinbruch den es hier gegeben hat in der Relation ist es dann eben doch wieder viel ich kann das nicht einschätzen vielleicht muss man die verteilen nochmal also im Februar meldet das deutsche Statistische Bundesamt einen Einzelhandels Umsatz Anwachs von 6,4% ja das gilt aber natürlich nur für die Supermärkte das ist ja nee nee Februar achso deutscher Einzelhandel insgesamt okay die haben noch nicht die Märzzzahlen das war jetzt gerade im März in Amerika ja genau das ist März Amerika im Monatsvergleich wahrscheinlich dann im Jahresvergleich damit es ein bisschen Sinn ergibt und in Deutschland sind alle Läden zu auf der anderen Seite die Supermärkte haben halt einen höheren Absatz also bis 40-50% wie ist das mit den mit Internetläden die dann über Amazon ausliefern oder so die müssten ja im Grunde allem reinzählen ich wollte gerade sagen wenn die unter Einzelhandel fallen du hast dann ja eine Geschäftsverlagerung ein Stück weit genau die seit fünf Jahren in keinem Geschäft mehr gewesen sind ich frage mich warum sind die Leute überhaupt noch in den Laden gegangen naja gut aber das wird noch interessant sein wie sich die Wirtschaft innerhalb der Geldströme da so verändert weil das scheint ja grandios zu sein gerade bei Blick auf Amazon natürlich Ursula von der Leyen Europa spielte wirklich null Rolle in dieser Nachrichtenwoche das ist wirklich unglaublich aber hier so ein ganz kleiner und dann würde ich auch sagen na gut historisch abgehakt im Namen der EU Mitgliedstaaten entschuldigte sich von der Leyen bei Italien während einer Sondersitzung in Brüssel sagte sie Rom hätte in der Corona-Krise anfangs mehr Unterstützung erfahren müssen inzwischen sei die Solidarität aber groß von der Leyen bekräftigte zudem ihre Forderung nach einem europäischen Marshallplan zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie Tja gerade so ein Green Deal auf den Weg gebracht zack wo sie sich um sowas kümmern und mehr als ich entschuldige mich kann das man sowieso nicht bringen Europa ist reingeschlafen das ist ein Treppenwitz der Weltgeschichte Uschi hat ja gedacht dass sie auf einmal wie aus heiterem Himmel wird sie die große Playerin nicht gerade die Kaiserin von Europa aber sozusagen sie wird die zentrale europäische politische Persönlichkeit das schien ihre Überholspur zu sein und jetzt auf einmal ist sie wieder auf dem Notparkplatz gelandet das ist wer hätte das vor drei Monaten gedacht ja persönlich sehr schade aber naja so der Green Deal das wäre schon so ein Projekt da würde ich mir wünschen dass man die in die Richtung jetzt mal weiter geht anstatt jetzt hier die ganze Zeit obwohl jetzt werden die Grenzen automatisch zugemacht da fällt es leichter das Preisschild auf den Stahl Import zu kleben wer weiß ja mal gucken derzeit schlummert Europa jetzt gucken wir einen kleinen Clip aus Russland es handelt auch ein bisschen von Corona Hans du gibst aber eine professionelle Einschätzung weil du hast ja schon aus Bademann und so weiter moderiert welche große Gesundheitsgefahr siehst du in dem folgenden Clip und hier wohnt Katerina Brutnaya Chelyardinova dritter Stock sie hat etwas angefangen das eigentlich nur ein kleiner Spaß unter Freunden sein sollte Katerina hat ihren Mann als Van Gogh verkleidet hat ihn bei Facebook gepostet und eine Lawine losgetreten das kam alles völlig unerwartet die Leute schrieben Klassiker nachstellen das können wir doch auch versuchen ich habe dann eine Gruppe gegründet und plötzlich waren es 390.000 Leute ok schöner viel gut aber darf man auf sein Autodach klettern und dann nach oben gucken mit so einer Angel ja also sage ich mal so vorausgesetzt es handelt sich um ein robustisches robustes robustes genau um ein robustisches also um ein robustes russisches Gefährt das kann solche Sachen natürlich ab und der Turnmann wird auch nicht zum ersten Mal in seinem Leben auf irgendwas geklettert sein die Berufsgenossen ich weiß nicht ob es in Russland Berufsgenossenschaften geben in Deutschland wäre das natürlich überhaupt nicht zulässig nein ist gefährlich aber du hättest es auch gemacht Hans oder habe ich sowas gemacht ja gut Abschlussclip der ist natürlich der wird nochmal wissenschaftlich auch super 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 interessant nicht nur ist in Amerika ein Flugzeugträger von Corona betroffen sondern es gibt auch interessante Zahlen aus Frankreich wir wissen da gibt es ja überhaupt nur einen Flugzeugträger auf dem französischen Flugzeugträger Charles de Gaulle sind fast 700 Besatzungsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden derzeit seien 20 Soldaten im Krankenhaus einer auf der Intensivstation ja so 700 Infektionen 20 im Krankenhaus einer kritisch das ist natürlich unter so einer jungen Soldaten Fitness Population spektakuläre Werte aus Amerika oder auch Charles de Gaulle ich weiß es gar nicht genau wissen wir auch 60 bis 70 Prozent absolut symptomfrei die da einfach und das ist ja nun wirklich schon eine ordentliche Grundgesamtheit die da zusammenkommt um mal so eine Stichprobe zumindest für diese Art von Kohorte demografischer Kohorte zu geben also erstaunliche Werte Corona ist auch deswegen so gefährlich weil es viele einfach überhaupt nicht mitbekommen das muss man da immer das ist nicht so wie Ebola die Gefährlichkeit liegt da echt noch woanders naja mal gucken wie die wissenschaftlichen Texte dazu aussehen das scheint natürlich also das ist natürlich super da werben sich gerade stehen bestimmt die Epidemiologen Schlange irgendwie um diese Werten diese Daten auszuwerten naja läuft würde ich sagen mal gucken wie es nächste Woche aussieht wo wir beim Thema Ausland sind eine Sache müssen wir abhaken weil es gestern Abend passiert ist eine Minute wir haben eine neue Regierung in Israel dreimal binnen zwölf Monaten mussten die Israelis zur Wahlurne gehen bis heute am frühen Abend dieses Bild veröffentlicht wurde mit der Botschaft die große Koalition steht der derzeit geschäftsführende Premierminister Netanyahu und sein bisheriger Rivale Benny Gantz haben den Vertrag unterschrieben Einheitsregierung nennen sie es Notstandsregierung die Vereinbarung zwischen den beiden sieht unter anderem ein Rotationsverfahren vor erst soll Netanyahu für anderthalb Jahre Premierminister sein danach Gantz für weitere anderthalb Jahre folgen Netanyahu sichert sich also vorerst die Macht und das in einer für ihn prekären Lage wegen Untreue Betrug und Bestechlichkeit wird ihm der Prozess gemacht der Auftakt derzeit wegen der Corona Krise verschoben erst gestern Abend demonstrierten Tausende Israelis trotz Ausgangssperre dafür mit Mundschutz und Abstand voneinander in Tel Aviv gegen Netanyahu und die sich anbahnende Regierung Corona-Regierung nennen sie es Netanyahu und Gantz dagegen sprechen von ihrem Dienst am Volk und der Rettung der Demokratie Netanyahu hat mal wieder seinen Kopf gerettet Benni Gantz als Anführer der Opposition der mit Stein und Bein behauptet also über zwei Jahre lang behauptet hat er würde nie und nimmer in eine Regierung mit Benjamin Netanyahu eintreten hat es jetzt gemacht also Gantz hat quasi verloren und ich versuche Nikola nochmal in den Podcast zu bekommen aber Bibi hat wahrscheinlich auch wieder einen Husaren Streich gemacht weil jetzt anderthalb Jahre ist er weiterhin an der Macht in der Zeit wird sein Korruptionsprozess geführt und wenn der beendet wird soll es eh automatische Neuwahlen geben das heißt es kann passieren dass Gantz gar nicht ins Amt kommt und selbst wenn er verurteilt wird heißt das nicht automatisch dass die Regierung beendet wird sondern dass es dann auch Neuwahlen geben kann also ich habe gestern den Text in New York Times gelesen von der Korrespondentin die meinte es ist grandios Bibi hat es mal wieder geschafft aber das ist schön also ich habe noch keine Texte gelesen aber was hier eben gesagt wurde sie haben sozusagen die Rotation im Prime Ministeramt beschlossen du kannst doch nicht sagen wir verabreden der eine macht anderthalb Jahre der andere macht die nächsten anderthalb Jahre und gleichzeitig sagen aber nach den ersten anderthalb Jahren gibt es sowieso Neuwahlen das kann man doch gar nicht verabreden ja doch aber das ist das ist ja der Zeitplan von Bibi der weiß der Prozess wird jetzt ein bis anderthalb Jahre dauern dann wird es ein Urteil geben und danach weil es im Koalitionstrak festgehalten ist wird es automatisch Neuwahlen geben wenn das Urteil da ist ich gucke mir dann in 20 Jahren diese Reportage von Dingsda Booms Adam Curtis oder so dazu an ja ich auch die schlechte Nachrede ist Bibi ist weiter an der Macht ja toll ja es ist gut das war es tatsächlich ja dann schaffen wir heute leider wieder keine Audiokommentare denn der Podcast ist voll meinst du also wenn wir jetzt 5 Stunden 45 doch du hast ne 3 4 Stunden hast du glaube ich naja aber über 6 Stunden sind wir blöd weil dann wird von kein Flack mehr zurückgeliefert wie das Video und so ah ok wir brauchen ein bisschen Headroom hinten raus Arschroom ja gut dann brauchen wir für Folge 432 nächste Woche eine Unterstützung jeder Euro zählt Produzenten und Produzentinnen werdet ihr ab 42 Euro und wer Präsentator oder Präsentatorin werden will kann uns 250 Euro überweisen ansonsten vielen vielen Dank Hans für deine Zeit wir hören uns heute Abend schon wieder die die das Video jetzt gucken werden es erst danach sehen Junge live mit der Bildungsexpertin Angelangner morgen mit wem Hans ich bin wahrscheinlich nicht dabei weil ich morgen zum Arzt muss mit Stefan Weil Ministerpräsident Niedersachsen einer von den vielen vielen Autofahrer die da jetzt auf Landesebene irgendwas umsetzen müssen und der nicht ganz so auffällig ist in der Positionierung wie sagen wir mal der bayerische oder der nordrhein-westfälische Minister das müssen wir ihm vorwerfen das musst du ihm vorwerfen Hans und Sonntag wie gesagt Stefan reicht deine Frage ein ich kenne da jemanden der die Frage für dich stellen könnte Hendrik Streeck 18 Uhr bei Jungen ja fragt ihn wie ich will von ihm auch mal so was medienkritisch ist wie von Drosten hören ich glaube darauf kommen wir automatisch ich glaube er traut sich nicht so ganz aber es wäre schön kommen wir nicht vorbei gut das war's Musik von Matthias na aber sicher ich habe allerdings noch nichts gehört jetzt ich habe auch die Audiokomentare noch nicht gehört wie gesagt ich wusste nur dass du das Intro kennst und die Stimme darum habe ich ja das ist spektakulär Musik gibt es natürlich auch gut das war's bye bye herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend herzlichen Dank und Deutschland alles Gute so viel heute von uns Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten machen Sie es gut wir glauben einfach dass man auch den kleinen Kindern nicht zumuten kann mit Mundschutz und ähnlichem zu leben oder zu arbeiten erst der Podcast dann das Land dann die Partei und dann man selbst es waren so 45 Euro über den Schnitt bereut na überhaupt nicht wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen we have started to clean up your mess and we will not stop until we are done ein toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat das ist ja Wahnsinn einfach nur Wahnsinn Forderungen sind abgelehnt abgelehnt Things will get better when workers of the world unite Tschüss zusammen Wiedersehen Tschau Vielen Dank So ist es Sollte jeder zu Hause bleiben und dann ist es gut bis es überstanden ist Ich möchte aber vorweg ganz kurz sagen ich bin kein Pessimist ich bin ein glühender Optimist Sind Sie jetzt stumpf? Nee, das ist nicht Moment, nee Ihr müsst doch mal wissen was da wollen Das wissen Sie ja noch nicht Das ist ja das Schlimme Mal hin und her Rennen die Kartoffeln raus aus der Kartoffeln Was macht denn hier mit dem Damit wird gesagt dass die europäische Leistung der Aufklärung des 18. Jahrhundert primär überall beschworen darin bestimmt in wörtlichem Sinne Sicht der Täuschbarkeit zu entledigen Das heißt wenn wir gegen unsere Vorurteile vorgehen müssen wenn wir uns unserer bequemen Ansichten entledigen müssen um offen zu sein für die Konfrontation mit etwas anderem dann muss es jemanden geben der uns aufklärt wenn er uns aber über unsere Befangenheit aufklärt unsere Täuschbarkeit dann kann alle Aufklärung nur als Enttäuschung bestehen Und woran liegt es nun? Ich bitte Sie mich zu begleiten was ist daran so schrecklich? Dann nehmen Sie irgendjemanden der hier unten steht und die Skritters die völlig politisch stehen denn keiner rennt die Ruhe einwill Dann lassen Sie doch eines davon nicht zu sein Wir wissen wie lange wir gewartet haben Sollen wir alle gehen oder was? Das ist die neutrale Aussage Alle westeuropäische Aufklärung ist eine Geschichte der Enttäuschung Und auch heute wird jeder der alle Tassen im Schrank hat jede Kunstausstellung als eine einzige Demonstration der Werthaftigkeit der Enttäuschung seiner Erwartungen begreifen die ihn in eine ganz andere Richtung sagen wir mal auf den Gemütskitsch verpflichtet hätten Nein ich will hier bleiben Sie verstehen mich verkehrt Ich habe diesen Staat mit aufgebaut Ich denke gar nicht daran zu gehen Tatsächlich der Beweis dafür dass sich 1989 etwas Zentrales europäisch Zentrales Ereignis hat Es war nicht und das habe ich nicht jetzt gesagt sondern 1990 es ist nicht gewesen dass damals der Osten zugrunde ging sondern der Westen wurde seine eigene Zukunft konfrontiert und er hat versucht das Erschrecken über diese seine eigene Zukunft durch die Maske des Triumphs zu kaschieren und nun fallen die Masken jetzt sieht jeder im Westen dass wir nichts anderes sind als eine Gemeinschaft im Zustand der DDR der 80er Jahre Das geht so weit dass wir ein ganz anderes Verständnis für die DDR Bewohner haben müssen denen wir vorwerfen sie kämen nicht ganz hinterher über das was sich an Moderne täte Nehmen wir nur ein Beispiel Die Überwachung durch die Stasi wird ihnen in einer bestimmten Weise vorgehalten als etwas was sie nicht bewältigt hätten haben wir die Überwachung durch die IT-Konzerne Google und Co verstanden und bewältigt wo ist der Unterschied zwischen Stasi-Überwachung und Google-Überwachung selbst die FAZ und Fokus sprechen vom Überwachungskapitalismus und soll denn immer mehr dahin gehen wo sie mich zurückhalten ich will was ganz Primitives ich kann nicht mehr das ist unvorstellbar wir sehen tatsächlich in der Folge der letzten 20 Jahre nach dem Mauerbau was sich erfüllt hat was mit der Politik des Wandels durch Annäherung passiert ist Wandel durch Annäherung das große Pathos das wir damals bekämpft haben bei Brandt und Co hat dazu geführt dass der West sich komplett dem Osten anverwandelt hatte und zwar im Hinblick auf diese Geschichte der Enttäuschung ich möchte aber vorweg ganz kurz sagen ich bin kein Pessimist ich bin ein glühender Optimist rundum ständig behauptet von Friedrich Merz gerade in dieser Woche wenn der Zustand der Bundesrepublik vor allem der Regierung sei saugrotten schlecht dann können wir sich nicht mehr vorstellen dass es überhaupt noch was Schlimmeres gäbe als das und wir Optimisten können diesem Pessimismus von Friedrich Merz entgegensetzen weil lieber Friedrich Merz es gibt immer noch etwas Schlechteres als das was es gibt die einzige Garanten für die Vermeidung des ruchlosen Optimismus gegenüber dem begründeten Optimismus es kann immer noch viel schlechter kommen ist eben die Konfrontation mit dem was den den Erbenrückern zugemutet wird zugemutet wurde und eigentlich die Zumutung an uns ist aber wir schieben das auf die ab um uns selbst zu schützen vor diesen Einsichten dann schwöre ich Ihnen und wenn Sie noch mehr Mauer hier errichten ich kann nicht mehr ich habe mir einmal in meinem gelesen gewünscht euch dieses Brandenbrockertor zu gehen und zwar in den anderen Teil zu gucken ich war noch nie da drüben weil ich mir keine Tanze keine Umba kein Onkel den oder erlobt habe versteht Sie das ich wollte auch prächtig da durchgehen und genauso auch wieder zurück weil ich hier meine Heimat habe und nicht da drüben aber wenn ihr alles so weiter macht kommen wir nicht dazu und zwar überhaupt nicht ich möchte aber vorweg ganz kurz sagen ich bin kein Pessimist ich bin ein glühender Optimist